So, und damit Wirkung zurück ZK-Rusts Summonerland Stream Wir spielen Titan Tinas Wonderlands Ich muss gerade mal gucken, welches Spiel im Titel steht Ich war mir nicht ganz sicher Oh fuck, der Wurst ist wieder da So, und so Mord kommt auch gleich mit dazu Das Spiel, dann machen wir weiter Würfeljagd oder so Keine Ahnung Hallo Hallöchen Ein paar Minuten zu spät Schön Wäre ich oder du? Beide So muss das Mal schauen, wie es läuft Heute läuft Ob es heute läuft Einer hast du gerade bekommen Mhm Und ich habe beim letzten Mal ja meine Ich habe ja ein bisschen Meine Karte angepasst Ein hübsches Gewand Und eine neue Hautfarbe Ich habe endlich Waffen Und auf Augenfarbe Ich habe übrigens die Zeit letztes Mal noch damit verbracht Die ganzen Würfel in dem einen Gebiet zu suchen Mhm Das heißt, ich habe jetzt deutlich mehr als du Ich weiß nicht, ob die übertragen werden, aber Vielleicht kriege ich dann Okay ein Loot, ausnahmsweise mal Oder es läuft ja so, dass du die ganzen grüne Waffen kriegst Und ich jetzt nur noch die Die schlechten, wie in Born NS3 Und bist du schon Level 40, oder? Nene, ich habe glaube ich zwei oder drei Level gemacht in der Zeit Das finde ich ja fantastisch Ich habe den Sieben sind verhetzt Ich würde sagen, heute machen wir die Zeitfessel in beiden Gebieten, die wir gefunden haben Und dann können wir weitermachen Hm Wenn du nichts dagegen hast Wenn du nichts dagegen hast Oder mach mal wieder Würfel sammeln Nein, das mache ich jetzt privat Ich will nur meine Sachen haben Ja, ich sehe es doch schon Aber egal, dann kriege ich halt den schwachen Loot und den starken Es ändert nichts an deiner Loot Chance Nur an meiner Und wenn ich keinen finden werde, werde ich dann Du kriegst immer die besseren Sachen als ich Bis jetzt Wart mal, wie es heute läuft Uh, ich sehe gerade bei Trail-Out gibt es jetzt ein Rasenmäher als Auto Schön Also ein Handrasenmäher, den du schiebst So, auf geht's Ja, ich warte Ganz wichtige, ganz wichtige Frage, Modi Weil ich gerade ein Video dazu gesehen habe Welches, welches Tier würdest du in Zweikampf, in Haustkampf besiegen? Ich scheitere an einer Flieger, also, keine Ahnung Eine Marder an der Wand Ich wollte gerade so sagen, eine Ameise Ich habe gerade ein Video gesehen, 8% der Amerikaner glauben, dass sie sich im Faustkampf gegen einen Löwen, einen Elefanten und einen Bären behaupten könnten Man sollte sie probieren lassen Man sollte sie probieren lassen Ah ja, ähm Es ist Es ist ruhig, das wird mit dazu So, wollen wir hin Du, du hast gesagt, du Wolltest Gebiete besuchen Äh, wir Nehme an, wir machen einfach die beiden Sachen, die wir beim letzten Mal Läuft es eigentlich diesmal flüssig oder läuft es wieder scheiße? Nicht die Bohne Immer noch so schlimm Einzige Leckparty Aber das liegt ja am Spiel Ja, natürlich, weil dein Rechner dafür nicht funktionabel genug ist Also es ist nur bei Borderlands und bei, äh, bei, äh, Tany Tina so Weil das die einzigen modernen Spiele sind, die du seit Jahren gespielt hast, so wirklich Bei Borderlands, bei Borderlands, bei Borderlands 3, bei Borderlands 3, läuft, äh, läuft inzwischen auch gut dank den Patches Das ist dann, also es läuft, es läuft in der Welt nicht gut, aber es läuft, es läuft zumindest auf dem, ist, äh, der PC bricht nicht zusammen Wenn, wenn du das, wenn du das öffnest Also die Ober-, äh, äh, die Oberstadt, äh, die Unterstadt in Borderlands 3 ist nach wie vor so verpackt wie nix, aber Trotzdem Und das Spiel stürzt nicht sofort ab Immerhin Läuft, äh, läuft, äh, läuft, äh, Korstermut bei dir? Ja, das läuft ganz gut Aber es ist halt, ich komme damit noch nicht ganz klar, ich verstehe das Spiel noch nicht richtig, also Du baust Achterbahnen Das Spiel ist, du baust Achterbahnen Ich, 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 ich muss mir, ich muss mir wahrscheinlich noch mal dieses, diese Kampagne und die mal geben im Steam Ich sag mal, ich will es am Montag, äh, streamen, deswegen Wird ich wahrscheinlich mal mehr die Kampagne erst mal geben, bevor ich einen eigenen Park baue Die Kampagne ist okay, aber ich würde dir empfehlen, mach einfach einen eigenen Park Ja, aber ich verstehe, ich verstehe bestimmte Sachen noch gar nicht, wie man zum Beispiel Ich hab, ich hab, ich hab versucht, diesen, dieses mit dem Premium Mit dem Premium Ausgang hab ich irgendwie versucht hinzubauen und das hab ich nicht hingekriegt Äh, du, du platzierst den Eingang an, irgendwo am, ähm, Dingens am Das hab ich hingekriegt, aber den Ausgang kriegt da nicht hin Gibt das nicht mit der richtigen Map verbunden Den Platz, den Ausgang platzierst du am Fahrgeschäft Das ist um die, ähm, um die Dingens Ja, aber das Fahrgeschäft hat nur einen Ausgang Nein, nicht am Ausgang platzierst du es an dem Gitter vom Fahrgeschäft Also da wohl auch den Eingang vom normalen, äh, platzierst Habe ich nicht hingekriegt Das ist nur um die, das ist nur um die Standard-Warteschlange zu Vielleicht bin ich ein bisschen zu blöd, oder ich hab's einfach nicht hinbekommen Dann füllen wir schon noch raus Deswegen will ich, deswegen will ich im Stream vielleicht erstmal die Kampagne spielen Damit mir das dort vielleicht erklärt wird Damit ich dann dort mehr üben muss, oder so Da gibt's vielleicht nur, da gibt's ja so ne In der Standard-Kampagne gibt's ja immer dieses Bau mal nach vorne, halt bau jetzt mal bitte ein Ein Karussell und eine Achterbahn Wobei die Kampagne macht halt echt wenig Spaß, ich hab sie nie gespielt Ähm, dir werden wahrscheinlich auf der Karte, wenn du drauf klickst, noch Aussprachezeichen angezeigt Ich kämpfe gerade nicht, sonst kann ich auf die Karte nicht gucken Ich bin hier gerade, ich bin in einem Hinterhaltsgeraten Nur ein paar Schrottkrabben Ups, ich bin gefallen Ja, ich auch, hier sind sehr viele Krabben Und Leben? Null Und wenn Leben nur immer mehr wäre, dass ich ihn nicht töte Und tschüss, auf immer wiedersehen Oh hey, ich hab ne legendäre Rune gefunden Ja, ich hab ne blaue Wache gekriegt Ja, ich hab offensichtlich ne legendäre Rune gerade gefunden Sag ich doch, das geht ja jetzt schon los Das ist da der, du kriegst den ganzen goldenen Loot Und ich krieg jetzt wieder den, den below Loot Das war unerwartet jetzt, weil eigentlich hab ich noch nie so viel Ich hab jetzt... Ja, weil du wieder 10% von einem Und wieder 50 Würfel näher hast du das Ich hab, das zeig ich dir schon vorher gesagt, aber was sollst Ich hab 20 mehr als du Außerdem, wenn ich's krieg, dann kriegst du's doch auch Dann kriegst du's doch auch Dann kriegst du's doch einfach trocken Ist doch easy Ich hab nur Angst, wenn mein Zeug gern haben Das muss ja immer irgendwann gehen Im letzten, im letztensten warst du, der da Der da scheiße bekommen hat und Das krieg ich scheiße Bei dir waren alle meine Waffen verpackt Mal schauen, wie's heute ist Dass wir ihn kaputt gehen ist nämlich nicht Du kannst die Waffen nicht mehr benutzen Sondern das ist einfach nur Ich hab ein neues Level Jo, es ist ein Cooldown So Gottverdammt, ich hasse die Krabben Ich geh nochmal ein bisschen weiter auf Skill Abgegenzeit Welches Level bist du? Äh, seh ich grad nicht, aber Level 22 Okay, ich bin 23 Das heißt, ich bin nur ein bisschen besser als du Aktuell Okay, das hol' ich Das hol' ich noch drauf Äh, da bist du ja mein treuer Willst Hm, hab ich irgendwas, was in der Gibt's irgendwas Die Rüstung Die... Okay Die Geisterruhen ist das Der Baseballschläger Mit 150 Schaden Ah, ich hab schon eine andere mit 200 Nur nichts Gutes So, auf die Maps, soll ich mal gucken Ja, ein paar Ausrufe 10 sind da noch Das Böken So Du würdest neben Christ's machen Äh, ja, ich... Äh, willst... Gehst du auf Elektro-Schaden? Äh... Keine Ahnung Mach eine von deinen Waffen Elektro-Schaden Ist die Frage Verzweiflers Oder von deinen Zaubern Weil die Ruhe, die ich hab' Die macht den... Äh... Schaden stärker Von... Von Blitz Es ist... Eine meiner Waffen macht Aber ich nutz' gerade für den Hammer Der macht, glaube ich, ihre Feuerschaden Die hat alles egal Dann guck' ich glaube ich auch Hast, was nichts macht Deswegen werd' ich auch, glaube ich, weiter nutzen Weil die anderen fand' ich nicht so ganz so toll Ich bräuchte hier ein bisschen Unterstützung Ich hab' hier... Viecher Achso, ja, die hab' ich auch Du kannst mir später danken, okay? Du musst dann... Nachher gucken, ähm... Ob du... Ob du zufällig, äh... Noch Ausrufezeichen auf der Karte sehen kannst Ich hab' grad' eine Ice-Waffe Ich hab' auch Suchzeichen auf der Karte Hm? Ich hab' grad' entweder Ne Ice-Gegner Oder Ne Ice-Waffe Als Gegner Äh, du musst dich übrigens nicht mehr drum kümmern Dass ich... Wiedergeholt werde Mein Pilz-Typ kann Und dich glaub' ich auch Und dich glaub' ich auch Okay Also wir haben jetzt ne Re... Ne Reviving, äh... Summon dabei Und ich hab' versucht nochmal die... Äh... Meine Ohren klingeln grad'n bisschen Ich glaub' ich muss dich auf dem Kreppgeräuschen Müssen wir da schrauben Danke Du denkst endlich mal dran Ich dachte ich hätte die schon unter den Schraub gemacht Nein, hast du nicht Weigert dich immer die runter zu stauben Weil... Gründe, die bestimmt für dich sinnvoll erscheinen Äh... Ich bin ja zum sterben Was passiert? Und kein Gegner in der Nähe Bin tot Ja, ich bin grad zu spät gekommen Wo ist mein Pilz-Typ? Sollte ich eigentlich darum kümmern Tja, hat er nicht Oh, er ist tot Deshalb Ist meine... Ja, mein... Wie für ein Gefährt ist noch da? Ja, dein... Deiner... Gibt ja glaub' ich nicht So, äh... Kurs mal Den Nummer auf Ja, da sind... Da sind Ausrufezeichen Gut Dann wählst du sie aus Und gehst hin Ich muss sie schon aktivieren Bei mir, damit ich Zugriff auf die Locations hab Äh... Das heißt, du darfst vorgehen Und sie suchen Sounds Ach so, ich hatte die wieder... Ja, ich hatte die, äh... Wieder hochgestellt, weil der Bass nicht genug gefickt hat Ich hatte die... Weil die... Weil die... Weil die... Weil die Gespräche merkwürdigerweise in den Soundaffekten mit drin waren Die... Weil die... Weil die... So ist wahrscheinlich dann einfach die allgemeine Lautstärke niedriger gestellt Die waren gestern zum... Zum... Letztes Mal zum Claser Ich hab ein... Ich hab einfach alles auf 42 Also die Master Lautstärke Das sollte... Dann eigentlich passen Mhm Zumindest ist es bei mir so Aber ich kann es auch bei mir manuell leiser drehen noch Das heißt... Verlass dich da nicht drauf Vorsicht Fisch Krabbe Nein Fisch Nein Fisch So, wo sind denn... Die Ausrufzeichen Eins hab ich hier Und dann musst du erstmal hin Dann musst du erstmal hin Weil so... Ich hab die Map noch nicht freigeschaltet Jetzt... Ja... Da müssen wir erstmal hinkommen Weiß ich gut Ich find die Map hier ist extrem cool designed Die ist sehr... Dynamisch, sag ich mal Aha Ich bin gemounced Ich bin gemounced Ja Die hat mir sehr viel Spaß gemacht zu erkunden Pils Danke Vielleicht versuch mal dahin zu kommen Da drüben ist das Ach hier Ich hab mir die Quäste an Ja Freutiger Ruhe Tust du einem Plünderkollegen einen Gefallen Für Geh zuerst zum Brack meines Schiffs Der Carol Ann Meine einzige Liebe Abgesehen von der Seel ist ja klar Aber die Seel ist jetzt Ganz toll Zwei Noch einer Der Fasna Königin Der Fasna Königin Deren Zahne Sie sind gesinnt Bin ich gerade am... Am Brennen drauf gegangen? alter was sind denn das für gegner hier wünschen wir tot ich auch die quest wurde jetzt angenommen ja ja angenommen wurde sie also geht auch einfach weiter ich höre was das nicht das gestorben wir reden auch mit ihm über die web wir haben kommunikationsgerät ach er ist schulden nun hat jeden werfen genau d in der witte Leben Wir haben hier 4 Itemslots Ja, wir haben 4 Du müsstest jetzt erst 4 Itemslots haben Nö, die habe ich schon seit letztem gestumpt, wir seit letztem Mal Sicher? Achja stimmt, das ist Storytour-Gashment nicht Level Du levelst ja auch sowieso ein bisschen schneller als ich Das heißt, wir sollten das wieder eingleichen recht schnell Was ja nicht verkehrt ist Weil ich ein Level zurückhinge Noch, ich hing letztes Mal glaube ich insgesamt 3 Level zurück oder so Ja, wird heute auch wieder passieren Ja, deshalb habe ich ja auch ein bisschen gelevelt und gespielt während Du hast ja nichts springt Du hast keine Chance gegen uns Wir sind nämlich Knochenhals Ich hab nicht mehr ganz so oft Ich hab nicht mehr ganz so oft Wie geht's lang Kann ich jetzt endlich mal zu dir rüber kommen? Kann ich jetzt endlich mal zu dir rüber kommen? Keine Ahnung, kannst du das? Bist du jetzt leerer oder was? Aber noch bin ich relativ voll Aber noch bin ich relativ voll Was muss denn? Irgendjemand muss doch die schlechsten Witze machen zurück an die Arbeit Oh, ich brenne Ja, das tust du wohl Du hast solche Angst Ja, das tust du 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 Wir sollen eine Tasse aus seinem Schädel machen Wir sollen eine Tasse aus seinem Schädel machen Da liegt sie Meine geliebte Caroline Jetzt halten die Augen offen Die Perlen können nicht weit sein Alles was glitzert in der See ist mein Eigentum Der Wellenbeute ist mein Schatz Der Wellenbeute ist mein Schatz Und was darunter liegt Mein Königreich Das mag ja sein Chambali Aber es fällt mir schwer Wellen hier im Sand zu entdecken Dann stell dich dem krachenden Zorn meines Gefolges Im Wellen im Sand Kriegst du den Dialog mit oder? Ich krieg jeden Dialog mit, wir haben Kommunikationsgeräte Naja Ich bin Chambali Die Seezapplerin Ach, wirst du auch mal dazukommen Ja, endlich Und ich werde Rache nehmen Und jetzt seh dich an Königin der Füsten Herrin der niedrigsten Blut Wie ein Seemann gesehen hat Niemand, der mich beraubt Überlebt Ich habe Berge ertränkt Und mehrere getroffen Die ist aber ganz schön dramatisch Und ich habe mal eine Möwe mit einer Mütze und einem Viehwürgen gepackt Die sind beide ziemlich dramatisch Ja Wieder am sterben Und den Gefallen zu erwidern Gelt die Auszeit Der Pilz bringt gar nichts Doch, der furzt ab und zu mal Aber heilen, wie du gesagt hast, tut er nicht Dann gilt das wohl nur für mich Mich holt er immer wieder mal Wo geht es jetzt weiter? Irgendwo hier ist jetzt Christmutter Irgendwo hier ist jetzt Christmutter Die habe ich auch schon fast komplett machen müssen Die Quest Das hier ist super nervig rüber zu kommen Beim Anker, also Vorsicht Ich komme mal noch rüber Du musst gut springen Du musst einfach gut sein Du musst einfach gut sein Und das Ja Deswegen bin ich wahrscheinlich so schnell im Leveln Weil ich deine Kills wegnehme Ja Ich nehme mal eben den einen Würfel, den ich noch weiß für dich mit So Werden ja Gott sei Dank Accountwise gespeichert Wenn ich mich richtig erinnere Dieser Gutmensch ist so gut wie tot Ich weiß es nicht Ich meine ja Gutmensch, jetzt sind wir auch noch Gutmenschen Nee, als nächstes bist du noch linksgrün versifft Was sollen nur die Autokonzerne von dir denken? Nee, Banditen waren wir beim letzten Mal Jetzt sind wir Abenteurer Klassische Abenteurer Du warst schon der schneller und hast die Du kannst mal alle Kanonen abfeuern auf Spaß Auf die kleinen roten Dinger an den Kanonen schließen Warte, was ich gerade mache Sehr schön Danke, du hast mir den Weg geöffnet Du Glückspilz Und mehr Glück für dich Du warst mal wieder schneller als ich und hast Quest schon ohne mich gemacht Ja nö, das war nur Das war nur der Würfel, den ich noch wusste, weil der mich sehr genervt hat Und wo ist hier noch mitgekommen? Weißt du, wenn es Collectibles gibt, die man mitnehmen kann, dann nehme ich die Collectibles auch mit Ich kehre aber zum freudigen Roy schon mal zurück Tu das Du das Das ist bestimmt ein Zeppions zu sehen Nee, der freut sich nie Dafür ist er glaube ich nicht bekannt Das ist für vieles bekannt, aber dafür Jetzt geben wir die Piratenperlen Die Perlen gehören mir Bringen sie zu meinem Schrank zurück Oder lerne meinen Zock kennen Hier ist eine Beute Wo ist mein Lohn? Du willst Lohn? Ich werde dir zeigen welchen Lohn du mit einem Kettereien verdienst Und meine Zähne mit einem Blutrot werden Und meine Zähne mit einem Blutrot werden Aha Hm, ich muss den Bosskampf allein machen oder was? Ah, du bist da Sie ist ein Boss Sie ist ein Hai Sie ist ein Hai Boss Sie ist ein Hai Boss Sie ist eine Waffe Warum bin ich immer auf Sackhöhe? Sind die Charakterien beide so klein? Nee, keiner ist so klein Er ist halt auch ziemlich groß Uh, Level Das ist die nächste Quest Da geht's lang Ich hab kein Ausrufezeichen mehr auf der Quest Ja, aber du hast eine neue Die Quest haben wir auch durch Die ist fertig Hast du noch eine Quest? Du hast noch eine zweite hier In dem Gebiet Also Ausrufezeichen hab ich hier nicht mehr Na wenn das nicht mein Lieblingskillerfilz ist Bist du sicher? Du müsstest ein großes Gebiet Was wir noch nicht erkundet haben Ganz sicher Da drüben gibt's noch eins Aber das ist kein Ausrufezeichen Ja, da ist noch was ziemlich schwarz, aber Oh ja, stimmt Ich hab die Quest glaube ich Bei dir aus Versehen angenommen Beim letzten Mal Gut Dann das wir noch nicht Hast du eine Quest nach Um 20.000 Meilen unter dem Meer oder so? Äh Wenn ich mal das Quest-Boros finden würde Na gut, dann aktiviere ich's mal hier Hab ich doch noch nie aktiviert Ich nehme noch ein bisschen Gold mit Ich mache einen guten Uran Okay, du hast eine Quest aktiviert Ja, wir nehmen dann wahrscheinlich meinen Fortschritt Äh Was bedeutet Ich bin schon mal einmal kurz ins Gebiet gegangen Und dann Auch schon fertig Du wirst also wahrscheinlich einen Dialog verpassen Ich hoffe das ist okay Nicht schlimm Das verzicht jetzt nicht Ja ich meine ich schäme mich schon dafür Ist ja fast so schlimm die Dialoge in Borderlands zu verpassen Nein die hier sind manchmal tatsächlich lustig Manchmal Ja Die Monkey Island Sachen waren okay Zeit für Rache Moment Bleib mir vom Leibwarmen Wir sind ja Phalanx okay Von einem warmen Blut Niedergestreckt Von einem warmen Blut Noch ein lauer Knüppel Das ist meine Waffen verkaufen gehen Oh natürlich natürlich es gibt dort viele grabige Steine Okay Wir sind gerade Grabsteine aufgepoppt Ah okay Dann Ja So Wir haben es kapiert Etwas viel Warte mal Grabsteine? Das war mal der Grund des Ozeans Wie ergibt das einen Sinn? Das nennt man Szenenaufbau Valentinchen Aufgrund deines Arsenals gehe ich davon aus Dass du vor dieser Aufgabe nicht zurückschreckst Du musst die gewundenen Tissarchen erschlagen Und die 5 Teile von Yaras Stimme zurückholen Das sieht sehr blau aus Wie durch ihre dunkle Magie zerbrochen wurde Ja sollte mal weniger saufen der Typ Er ist ja furchtbar Wieso haben sie das Hat ja zufällig einen Freund namens Uta Zerren ihre engelsgleiche Stimme in eine dunkle Resonanz Die die Viehsschlange beschwört Flucht seien sie Sie beschmutzen Yaras Erinnerung Und binden so ihre Seelen Diese schmerzen Ebene Ich werde mich drohen bis sie frei ist Ah die Kammer öffnet sich Die Kammer öffnet sich Mhm Sprachboxen müssen wir finden Aber dann tobte das Meer um uns herum Du bist wieder ganz anders hingegangen Die Quest ist aufgeteilt Wir können die relativ gut verteilen Wir haben gesagt ich könnte auf einer Spinne reiten Seht euch zu Oh Scheiße Mann Damit hätte er auch selber früh geschossen mit ihm Nur ich darf geernten Nur ich darf geernten Vergib' mich Verzeih'n Ich schnur' ab Anfangs Ende Nicht scharf genug Hier gibt es vieles, das wir leben Ziemlich viel los hier Braucht bei dir auch? Ich kann ja gar nicht будем Und noch so ein kleiner Marina Ich habe hier solche Halbschlangen halb Böschsch.. Ja ja ich auch Sonst scheinmal ich tempelwächter Die wohnen hier Ja tempelwächter Oh ich bin tot Wundert mich jetzt wenig. Ich bin auch schon mehrfach gestorben und ich hatte halt den einen Typen, der mich bewirbt. Ein Pilz. Passiert. Das Spiel ist noch nicht vorbei. Denk dran die Fähigkeiten, einen Zauber zu benutzen. Das tut es relativ selben. Ich weiß. Denk dran, du musst sie nutzen, sonst wirst du ziemlich schnell ziemlich am Arsch sein. Ist ne Kernmechanik vom Spiel. Na toll, daneben gehauen. Es war ein plötzlicher Sturm aus Schuppen und Klauen. Eine Horde böser, gewundener. Blitzschnell rissen sie meine Geliebte vom Deck und zogen sie in die Tiefe. Wir leisten dir das ekelhafte Fleisch vom Deck. Verzwungen! Verstand der gerade rasiert? Man sollte sich oft rasieren, ja. Das ist wahr. Schon ist der Fisch rasiert. Ich hab'n Ding. Ich hab'n Ding. Ich hab'n Ding. Ich hab'n Ding. Ich hab' auch schon mal. 2,5 Punkt. Bis auf zum nächsten. Okay, hier ist nichts. Nimm' mein Ding hin. Ich hab'n Ding aber ne echt gute Abklingzeit für meine Zauberung. Vielleicht auch. Vielleicht dass ich das drauf geneveelt habe. Aber ihr merkt uns halt die Fliegerweite schon richtig. Ich kann die schon echt gut spammen. Wir sanken in die schwarze See nach. Die Kreaturen zerrten mit ihren Krallen an mir. Aber ich ließ sie nicht los. Mein Lebenselixier wirbelte um mich herum. Die salzige Lake brannte in meiner Luft. Aber ich ließ nicht los. Das quatscht ja hier die ganze Zeit. Jemand war so ein Frau. Ich bin nicht heute. Bleib mir vom Leid warmen Blut. Auf der Perse ist wie meine letzte Haus. Totaufwunsch. Nicht zu danken. Jahra war das letzte, das ich sah, als ich meine Augen schloss. Ich habe vergessen, dass ich jetzt fucking viel Nahkampfschaden mache. Entsetzt, mit aufgerissenen Augen, wortlos blähend. Jetzt machst du dich beschwert, dass du keinen Nahkampf machst. Ich habe versagt. Ja, ich habe in der Zwischenzeit meine gesamten Level darauf ausgelegt. Ich mache sehr viel Nahkampfschaden. Aktuell. Ich habe jetzt auch den einen Rogue-Skill, mit dem ich einmal, ich glaube doppelten Schaden mache, wenn ich jemanden mit Nahkampf getötet habe. Ist vorbei. Aber nicht diese Geschichte. Ach so, ich kann platzieren. Platziere nun die Arkanen-Geräte auf den Zockeln. Platziere schon mal das, was wir gesammelt haben. Bereit dich vor. Platziere alles. Denn nur durch Grisnisachs Tod kann Yaras Stimme geheilt werden. Sie kommt. Er ist platziert. Bosskampf. Ich muss mal her. Du bist keiner meiner Diener. Ja, ich habe mich noch hier mit anderen Schiffen beschäftigt. Ist da ein Schusser in deiner Nähe? Brich ihn auf. Ich will mich erinnern. Am sterben. Dachtest du wirklich, du könntest mich ernten? Falsch gedacht. Fokusiert sich voll auf mich. Ich bin schon nicht am sterben. Haben wir sie schon getötet oder? Wo ist die? Jetzt. Hol Yaras Stimme zurück. Ich bin tot. Ich sollte aber ungefähr hier spawnen. Nicht vor den Türen. Hm. Kristan das Skelette. Bitte was. Mit Tafeln nach so'n Scheiß. Ihre Stimme. Es ist eine süße Qual sie wieder zu hören. Komm. Komm. Hier lang. 308. Was für eine Qual muss das für Yara gewesen sein. Ihre Seele gebunden an die Dunkelheit. Ihre Stimme aus dem Gewebe ihres Geistes gerissen. Aber wir werden es wieder gut machen. Ja. Kann ich keine Sachen drücken. Mit Du musst Kuh lang gedrückt halten. Ja. 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 Kannst Du es hören? Äh. Nein. Nein. Ihr Lied. Das letzte Lied das sie für mich gesungen hat. Es ist noch schöner als in meiner Erinnerung. Meine liebste Yara. Zu meiner großen und ewigen Schande konnte ich dich im Leben nicht retten. Aber auch im Tod habe ich dich nicht im Stich gelassen. Ja. Ich bete nur, dass meine Taten Dir am heutigen Tag endlich den Frieden gewähren, der Dir so lange zu Unrecht verwehrt wurde. Bitte. Mach sie wieder ganz. Ist sie jetzt mal da oder? Ach hier. Oran. Es ist Zeit loszulassen. Mit etwas zu voreilig vorgerannt. Aber ich habe dich gerade erst zurückbekommen. Wir können wieder zusammen sein. Aber du musst loslassen. Wie du willst, meine Liebe. Oh, der wird 23. Ich glaube, dein Mikro wird sterben. Immer. Ich höre einige Störgeräusche in deinem Mikro. Moment. Besser? Ist besser so oder? Ah, nicht die Bode. Ist auch sehr leise. Es stirbt mich nicht, aber es ist dann so. Ah, kann sein, dass es vielleicht einfach mal ein Rechner ist, der ausnahmsweise mal zu hören ist. Moment. Keine Ahnung. Besser. Hm, kann sein. Kann sein. Das ist eine Aufnahme. Man hat es eine Aufnahme wahrscheinlich nicht gehört. Das war so kurz. Kann sein, dass du einfach wieder in einer von deinen sehr empfindlichen Phasen heute bist. Definitiv ja. Ja. Das ist etwas zu erklären. Wahrscheinlich fällt das dann heute einfach sehr viel mehr auf. Ich meine, der letzte, der letzte, oh, ich habe einen Würfel gefunden. Der nicht sehr, nicht sehr, der sehr auffällig platziert war. Der gestrige Tag war ziemlich erfolgreich, sehr gut. Ähm, aber die letzten Tage, ich habe gestern die, äh, den zehntägigen Konzeptionszeit der Prüfung abgeschlossen. Mhm. Aber die letzten Wochen waren etwas strapazier-, strapazabel, keine Ahnung. Strapazierend. Ja, das glaube ich. Der Zufassgenerator kann dir nichts anhaben. Nur gestern war ich nicht schlecht. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Was? Ja. Was wäre, wenn, Szenario? Keine Ahnung. Ein beschissenes Spiel. Aber ein anderes gibt's nicht. Ist dann tatsächlich jemand mal am Check aktiv gewesen. So, okay. Nice. Der sich, der sich, der sich gewundert hat, warum er mich, warum er mich gefollowt hat. Weil er gesagt hat, habe ich irgendwann mal, ich habe dich gerade so in der Follows entdeckt. Ähm. Hast du irgendwann mal was gespielt, was mir mal gefallen hat? Hast du mal was gespielt, was sich interessiert hat, kann er sein? Hm. Und dann hast du einen Follower verloren. Nö. Ich bin jetzt ziemlich aktiv. Die Tarnenzahn, Alter. Ich habe hier noch einen Landteil. Der mich gerade umbringt. Na komm. So ein Dreck. Der hatte nur noch einen HP. Der stand genau HP anzaubert, der hatte wirklich nur noch... Ich war gerade am sterben. Ähm. Ist das überhaupt möglich, dass ich damit gekommen bin? Ich weiß es nicht. Kein Zoom. Haben wir die Pist abgeschlossen, oder was? Äh, ja. Hier sind wir durch. Wir machen jetzt noch das, äh, Bodending. Weil da gibt's keine Hauptquest. Der Schutzpatronen der Erfahrung. Dann machen wir die nächste Hauptquest. Mhm. Da darfst du auch wieder zu den Quests hinrennen. Juhu. Was übrigens cool ist, ist, die Gegner leveln alle mit. Also, wir werden hier nie zu stark sein oder zu schwach. Faszinieren sie. Du hast noch nie mit einer Level-20-Party gegen 2000 Goblins gekämpft, oder? Ja. Ich hab gerade die Benachrichtigung. Tommys Lehr... Welche Lehrfilme hat er was gut genannt? Seit wann hab ich den abonniert? Das frage ich mich auch. Ich mein... Ich fand... Das ist jetzt nicht schlecht, aber... Ich fand ihn mal lustig, aber... Ich hab seinen lüten Schlagen nicht mehr geguckt. Das sind so... Das sind irgendwie so... Der liegt, glaub ich, permanent hoch, aber... Ja... Ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, der ist... Der ist mittlerweile... Ist ja nicht auch relativ rechts. Und ziemlich hart rassistisch manchmal. Ich hab so ein paar Leute in meiner... In meiner... In meiner... In meiner Abo-Box... Die ist wirklich... Die soll wirklich einerseits... Wo ich wirklich in der richtigen Abo-Leiche bin. Ja, hab ich auch. Ja, hab ich auch. Ja, der ist bei mir auch einer von denen. Ich hab ja mal die Podcasts von ihm recht gern angehört, aber dann wurde das sehr schnell sehr... Ja... So, dass man das nicht mal mehr mit Humor gutheißen kann, was da gesagt wird. So, dass es nicht mehr... Von wem ich jetzt mal was... Was mitbekommen habe, wovon ich mich dann... Ähm... Der hat mal im Video angekündigt, dass er... Dass er wiederkommen wird. Das... Der Heider... Sagt dir... Sagt der hätte das noch? Der hat der Plan... Äh... Der ist aktuell immer wieder die Moderator und Podcaster. Und der plant einen Coming-Leg auf YouTube, der wäre da irgendwo... Er plant schon ewig ein Comeback. Der war auch zwischenzeitlich auf Twitch mal aktiv, dann haben ihn Zuschauer genervt und dann war er nicht mehr aktiv. Der ist nur noch Moderator mittlerweile. Und Buchhändler immer noch. Theoretisch. Aber der Haider ist ziemlich okay. Der ist halt sehr bayerisch. Muss man müffigen. Ein bisschen abgenutzt, aber gut genug für die Wache. Zivo ist auch sehr bayerisch. Es gibt viele sehr bayerische Personen auf YouTube. Mehr Material für neue Flugschalen. Triff die wütendwächtigen Noten. Ich habe ein paar Waffe verkauft. Ja, ich habe mir jetzt eine ordentliche Nahkampfwaffe geholt. So ein richtig schönes Zweihänder Ding. Bannerform freigeschaltet. Okay. Man kann das Banner ändern. Äh, das Banner kannst du ändern, ja. Worüber? Du bist dann nicht um die Wache. Wahrscheinlich über den Automaten. Lass da verschiedene Tabs. Tago, Karte, Inventar. Über den Automaten, wo du dein Ding, wo du dein... ...Aussehen ändern kannst. Ah, den haben wir hier grad nicht. Nö, den haben wir nur in der Hauptstadt. So, dann suchen wir mal die Quests. Hast du hier unbedingt Quests? Äh, ich habe die schon aktiviert, die erste. Ah, okay. Die ist cool, äh... Ich habe hier mal wieder keine Ausrufezeugung auf der Map. Ja, weil ich glaube ich schon alle angenommen habe auf der Map. Aha. Wo geht's hier lang? Ich bin noch bei den Automaten. Okay, geht's nicht lang. Hier offensichtlich auch nicht. Ob man das denn gegen die mal machen können? Wie so... Charakteranpassung... Das ist dann... Wo... Warum sollstest du das? Weil du Skates 3... Das ist... Das hat dieser Spiegel irgendwie eine... Du hast bei dir, die nicht mal aussehen. Wenn ein Spieler sagt, Jo, mein Charakter sieht so aus. Weil... Ist halt so. Ich habe ein cooleres Bild gefunden. Dann ist das so. Das ist kein Videospiel. Du hast ja nichts Optisches. Hm. Stimmt auch, ja. Und wenn du unbedingt sowas wie hier haben willst, dann kaufe ich dir von mir aus... äh... Bunkers and Badasses. Dann kannst du das wirklich genauso spülen. Das Ding kostet 20 Euro, also... Das ist jetzt nicht die Welt. Jetzt machst du doch erst mit 60 Euro gesagt. War mal 60 Euro. Und du musst 60 Euro für ein D&D Buch zahlen. Das war die Sache. Ich habe hier einen leuchten Brunnen. Soll ich da noch reinspringen? Jo. Wenn du schaffst. Ich bin nicht... Kleine Binut. Das ist eine von den Zeitquests, wenn wir die leuchten Dinger machen, dann... ähm... Dinge sein, kriegen wir was dafür. Aha. Ja, einer meiner Spieler ist sowieso ein Change Link, also... der hat eben... eingebauten Charakter Editor. Wie gesagt, äh... Du brauchst keinen Charakter Editor. Deine Spieler können jederzeit sagen, seine Charaktere sehen jetzt anders aus. Oder so. Die sehen auch nie so aus wie auf dem Bild. Merkt ihr... Merkt ihr das? Wenn die halt eine Plattenrüstung tragen, dann sehen die nicht mehr aus wie ein Typ, der... Naja... halt Lederrüstung trägt. Eine Karte. Eine magische Rüstung, die die Nahaussehen ändert. Gebt das. Das sieht jetzt aus wie eine Prinzessin. Kannst du sowieso alles machen? Es gibt sowieso keine Regeln. Die merkt ihr das einfach. Wenn's cool ist, dann macht's einfach. Ich glaub, ich glaub bei uns jetzt... in der anderen Gruppe, die Sonntag spielt, auch einen riesigen Typen... Ich glaub, ihr Pilze oder so'n Scheiß. ...der mit nem Sargwurst... Ich hab dem Gefeind getan, glaub mir! Gibt mal ein bisschen Hilfe gebrauchen bei den Pilzen. Ja, ja, ich bin... Ich steh neben dir. Jörgig. Ah, hier. Sehlich im Kampf geschehen immer nicht. Ein Bestmal für die Wurm. Mein kleiner, süßer Seelenverschlinger. Hat man denn hier nie seine Rufen? Oh. Oh. Ups. Äh. Ich bin rückwärts gesprungen. Ach so. Oh. Ups. Ah. Was ist das in deiner Sonntagskupper? Ich darf da zum Beispiel auch einen Typen spielen, der Leute mit einem Sarg verprügelt, auch wenn es dafür keine Werte gibt. Ja, muss man mich ja erfinden, wenn es ein Item gibt, das es dann nicht gewünscht hat. Es ist einfach eine Pack-Pfiff und ich habe gesagt, die sieht so aus und es hat die Werte von einer Brave Club. Ich habe jetzt zum Beispiel Energy Drinks eingeführt in meine Welt, weil es... Porsche ist okay, ich nehme einfach die Werte. Nö, die haben Waffenwerte, nämlich einen HP-Schaden, wenn du die wirfst, dann ist das Wurfschaden, einen HP. Es gibt nicht Regeln für improvisierte Waffen, die machen einen HP-Schaden. Das ist eine Blechdose, wenn du die wirfst, macht die einen Schaden. Ja, du brauchst dafür aber nichts an Homebrew-Sachen, es gibt Werte für improvisierte Waffen, die machen einen HP-Schaden. Punkt. Slap. Außer du hast Klappen dafür. Oder sowas wie Tevern. Und ich habe gesagt, wenn du das Zeug trinkst, dann gibt es dir für die nächste halbe Stunde im Game, gibt es dir plus 5 Schnelligkeit, also im Kampf plus 5 Reichweite. Nein, mach einfach Portions of Haste draus, gib ihnen einfach den Effekt. Was habe ich denen jetzt zugesagt? Das ist jetzt vorbei. Aber es ist stärker. Das ist ein fucking energy drink, den es überall in jeder Taverne zum Frühstück gibt. Das sind lieber Bleibste aus der alten Zeit. Ja gut, dann. Und wo. Ich bin halt von mir aus plus 1 auf Initiative. Ja, irgendwo hier. Ich glaube es halt. Hat irgendwann mal jemand, die Story ist, irgendjemand hat mal das Zeug in einem Bunker gefunden, da lag genug Zeug drin für, dass das über 1000 Jahre lang gereicht hat. Das Zeug verfällt nicht. Weil das nur aus Zucker bestellt. Sie haben einfach das Hauptquartier von dem Typen aus Death Stranding gefunden. Egal wie fucked up die Welt ist, es ist immer ein Monster Energy im Kühlschrank. Und die Energy, die heißen, die heißen Wachmacher. Also. Also Wakemaker eigentlich, aber. Du bist nicht die Route gegangen und hast gesagt, die heißen Gunnergy. Wirklich? Schade. Und wie bist du jetzt wieder gestorben? Bin ich gestorben. Ich lebe noch. Warum ist hier wieder so, sind hier wieder so viele Pilze los? Meine Fresse. Mein Kohl nicht, hier ist es jetzt nach oben. Leg doch nicht. Versuch hier irgendwas zu treffen. Das ist besser als du es verdient. Alter. Ich hasse diese Pilze. Du machst es oder du machst es nicht. Es gibt keinen Versuchen. Entweder du triffst sie oder du triffst sie. Ich treff sie ja nicht. Das ist scheiße Pilze. Wir machen so viel schon, ich bin tot. Oh Gott, Fleischpilz. Wieso töten ich diese Pilze? Die sind viel stärker als sie aussehen. Pilze sind super tanky. Und ich habe auf dem Discord von der Paper Kampagne ein Feedback zur letzten Session bekommen. Spieler 1 sagt, ich will das so. Spieler 2 sagt, ich will das so. Spieler 2 sagt, ich will das genau anders. Spieler 3 sagt, ich will das wieder auf dem dritten Weg. Und Spieler 4 sagt, ich will das auf dem vierten Weg. Ja, das ist aber scheiße. Ja. Ich habe jetzt gesagt, ja, okay, ich habe mir das durchgelesen. Ich werde mir mal Gedanken darüber machen, wie ich da einen Mittelweg finde. Was genau wird sich denn gewünscht? Mehr Roadplay, weniger Roadplay? Genau, genau. Es ist mehr Roadplay, weniger Roadplay, genau, mittig Roadplay und ist mir scheißegal. Genau, das war das. Dann passt die Gruppe nicht zusammen. Dann ist das einfach so, dann passt die Gruppe nicht zusammen. Dann schicken die Leute mit Kampfwünschen einfach rüber. Dann mache ich denen einen schönen One-Shot und dann werden sie nie wieder kämpfen wollen, weil das so scheiß langweilig ist. Ich will irgendwas finden. Zwischen mehr und weniger Roadplay gibt es irgendwas. Ne, wirst du nicht. Das wird dann auf lange Zeit nicht gut gehen und werden wahrscheinlich eine der Hälften deine Gruppe verlassen. Das ist immer so, aber das ist normal. Wird schief gehen. Muss man halt von Anfang an sagen, jo, ist Roleplay intensiv. Passt. Ist bei mir jetzt in der City of Mist Runde auch so gewesen, da ist einer gegangen, weil er meinte, mit den neuen Spielern sind die Charakterdynamiken nicht mehr so gut und mir gefällt das nicht, wohin sich die Fälle entwickeln im Gegensatz zu dem, was wir vorher hatten. Wo geht's denn? Ist nach oben da oben. Das Lustige daran ist, derjenige war vorher kein Spieler, sondern war der Spielleiter, hat nur vorgefertigte Abenteuer gespielt. Und jeder andere ist sehr glücklich, dass endlich mal die Charaktere gut ausgespielt werden können, außer der. Deshalb, ich versteh's nicht. Wieso bin ich gerade in der Nacht los? Mir ist mittlerweile mitgeteilt worden, jo, das ist nur eine Ausrede gewesen, der ist einfach... Der ist einfach an sich eine weirde Person. Ja. In der Fall habe ich das akzeptiert. Kein Problem. Wir haben jetzt wahrscheinlich dann demnächst einen neuen vierten Mitspieler. Neu spielen lassen sich ja scheinbar sehr schnell finden. Auf dem D-Indie-Spieler, auf dem D-Server, dass das... Diese scheiß Blinze hier. Für D-Indie, ja, für City of Mist, wo ich jetzt halt Leute gebraucht habe. Also, eher weniger, obwohl sich überraschend viele Leute dann doch gemeldet haben. Das lag aber wahrscheinlich daran, weil auf dem Streamer-Discord, den ich, ähm, dafür benutzt habe, aktuell sowieso in den Streams City of Mist gespielt wird. Das heißt, es sind Leute interessiert am System. Also, der Grund ist, warum ich da gefragt habe. Hier rüber geht's, Modi. Ich weiß, ich kenne die Schmiede. Mir war die Crest verbuggt beim letzten Mal. Kannst du jetzt mal... Direkt einfach nicht den Drachen töten! Drachen töten? Du verstehst das denn? Ja. Ah, hier ist ein Drache, ich töte ihn mal. Mich den Drachen töten, wenn er rausgeflogen ist. Auch wenn er als Gegner markiert ist. Okay. Schon lange trage ich diese Ketten. Bin meines Feuers beraubt und muss hungern. Wenn du mich mehr freist, Affe, gebe ich dir das Kleinod, ein Ort, das du begehrst. Hm. Ein Handel mit einem kleinen Baum. Aber du teilst den Tod und ich mag dich nicht so eingesperrt sehen. Jeder Drache muss wie Smokin. Du bist klug. Ja, ich bin ein Camerbatch, der auf dem Bauch liegt. Hat er das so aufgenommen? Wurde zumindest in meinem Interview gesagt, dass das auf dem Bauch liegt, dass das so ein bisschen... ...dann deutlich so ein bisschen diese... ...Stimme so gemacht hat, diese rauchige, diese so ein bisschen die... ...die so ein bisschen diese schweratmige Stimme so ein bisschen auf dem Bauch gelegen hat. Ich dachte, er hat einfach sehr viel Sprite getrunken an dem Tag. Einfach alles rüpsend aufgenommen. Nee, das war hier... Wie heißt denn, wie heißt das Spiel hier? Der... ...The Whispered World. Und jede Folge Rick & Morty. The Whispered World, da gibt es ja diesen Dialog zwischen dem... ...dunklen Herrscher, keine Ahnung, wo der hieß, ich muss das auch mal wieder spielen, das Spiel. Und dem Sedrick, wo der Sedrick dann auf einmal das Rülps-Alphabet vorträgt. Um den dublen Herrscher zu beeindrucken. Das muss mir grad mal notieren. Und das dann... ...Challenge für die, die... ...Kampagne. Jemand muss das Rülps-Alphabet vortragen. Na dann will ich mal hoffen, dass jemand Hammelfleisch mag. Hoffentlich bereue ich das nicht. Nicht töten. Auch wenn es da steht, nicht töten. Mhm, und was dann? Ich muss googlen, wie die Quest geht, die ist nämlich oft mal genauso. Ich werd grad von ihm verbrannt, also ja... ...ich lass der Zeit. ...ich lass der Zeit, da greift mich nur aktiv an. Also... ...ich lass der Zeit, da greift mich nur aktiv an. Na dann. Beim letzten Mal, wo du mir nämlich angezeigt hast, irgendwas mit... ...nur von 99 irgendwas, nur von 99 irgendwas anderes, und so weiter. Ja. Dann bin ich mal entspannt. ...Dötchen, bevor er mich töten kann. ...ich lass das nicht losieren können. ...ich lass der Zeit wie ein Messer nicht mehr sein, oder? ...GAUF! ...ich lass ich mich vom Wind, vom Windfluten. ...Hier ist da mehr. Er ist dauernd. Oh. blutsch ist das technisch versierten ich habe noch irgendeine coole waffe gefunden ich weiß nur nicht was ich gut guck nach ja das war ich habe nur blutze im inventar und neupunkte das ist stark war super wenig dienst aber das was ich musste da reinleveln so jetzt glaube ich weiter das ist ein von denen jetzt gar nicht weiter versunken abgrund da müssen geht es zum versunken abgrund das ist nur die nächste ich mach kurz die quest in denen hier was die hier gucke ja tatsächlich okay wir haben hier glaube ich drei quest gehabt einmal die mit dem magier einmal die mit dem komischen typen und einmal die mit dem über die letzte habe schon jetzt auch in die richtung ja hoffentlich will der keine hilfe bei hilfe damit sein kind auf die welt zu bringen in dem stall oder so das wäre ein sehr geschmackloser witz ich hoffe sie machen das und wohin geht es ich weiß es nicht wie geht es runter ich glaube durch das magier portal kein grund einen neuen charakter zu würfeln charakter würfeln machen so was was hast du kommentare im chat oder was ich habe den wieder bei dem muss automaten der mit kommentaren gibt jetzt gibt es auch kein grund sein körper neu zu würfeln macht man für one shots meistens wenn du halt nichts bei uns das brauchst und das ist kein grundschutz brauche ich einfach kurz drüber jetzt nicht brauche ich einfach kurz zu den automaten und wie willst du es tun gibt es hier so einen schnellreise punkt in der nähe von dem über die karte zu den automaten du brauchst kein schnellreise dingens da folgt einfach den riesigen bögen die ich gerade nach oben abschieße nicht nötig gut ich nehme an dann müssen wir da durch das portal tja wir können es natürlich versuchen ich komme ich komme nicht durchs portal doch jetzt die verschlissene hütte ich habe gerade gelesen die verschissene hütte könnte auch zu treffen da ist er bei uns falsch meine dummen lehrlinge haben mich aus meinem eigenen heim ausgesperrt du musst mir helfen hier entlang bestimmt durchwälzen sie meine notizen und folianten auf der suche nach dunkler magie du musst hinein bevor sie etwas freisetzen das sie nicht begreifen können der noob wurde von seinen azubis rausgeschmissen ja sollte nicht passieren passiert häufiger als man denkt wie ich befürchtet habe portal magie und nekromantische energie sind unverträglich wie öl und wasser oder skar und das menschliche öl warum sind die gefesselt warum sind die gefesselt dumme lehrlinge kastor muss gestoppt werden lenzen gebrauche deine elenden gebrochenen gebeine einmal zu etwas gutem meister ich will es versuchen oh nein hier ist was faul dafür müssen wir seine hand ich habe es aber nicht du hast freunde mitgebracht das wird nicht reichen elementar explosion auf dieser welt ist kein platz für schwächen klasse pilze ich weiß nicht mal warum die hier sind hat er einfach nur schimmelbefall in den wänden oder was das ist glaube ich auch so ein klitzkernet wegen dem boden und so ja oh würfel das ist mal ein glückswürfel das bodsche sakrament ist nicht für dich gedacht oben über das regal ich weiß nicht wie ich auf das regal komme du musst nochmal hoch gehen dort über die hand nochmal hoch und dann nach oben ich springe immer zu weit um auf diesen fucking käfig zu kommen das ist so dumm dummer lehrling das bodsche sakrament ist ein nekromantischer zauber der den anwender zum skelett macht du hast weniger macht als vorher ich komme nicht zu dem fucking gegenüber der irgendwie zu dem fucking was das ist egal da musst du runter egal an sich scheint auch gesagt ich dachte über die pflanzen zu dem warum ist der skelettor ok das bringt nix naja auf ganz vergessen ist das einfach nur fucking skelettor das ist so dumm oh oh verwert hast du das bledet normal also wir im Machen meine Waffen keinen Schaden oder was ist hier los? Der ist nur ziemlich stark. Oh man, ich bin fast tot. Denk dann gegen Skelette ist Eis vor allem effektiv. Na gut, ich hab keine Eiswaffen. Eiszauber oder so nicht? Ich bin fast tot. Ich hab nur diese Spiral liegen ganz zauber. Na gut, dann kriegen wir schon. Na toll, jetzt bin ich wieder hier drüben. Jetzt muss ich irgendwie wieder hochkommen, wie zum Enker. Über den, so wie ich auch rübergekommen bin, einfach über den Typen. Der Typ ist nicht mehr... Der Typ ist nicht mehr. Nicht den Typen über den Käfig. Ich bin am Boden. Über den Käfig, du kannst springen. Großkönig, ich komm nicht rechtzeitig zu dir. Du hast die Macht der Leertaste, benutzt sie. Ach du Scheiße. Wir müssen lieber das Club nochmal mehr machen. Ja, weil du zu blöd bist, rauf zu springen, wie ich dir gesagt hab. So über das Ding... Wir sollen das was werden. Ja hallo mein Schleifach. Und dann da rüber. Siehst du, deshalb war ich nicht so hier auf der Studie gekommen. Willst du scheiße zu springen? Und das während du kämpfst. Ich dachte, das bleibt das... Nicht, das ist auch mein Problem gewesen. Du musst hier auf das Ding direkt springen, stimmt. Das ist ein richtig scheiß Ding. Fast. Komm, ich zeig's dir nochmal. Kannst doch einfach hier rauf, dann hier und dann hier rüber. Du musst nicht auf den Tisch, du kannst auch auf die Kiste. Das ist vielleicht leichter. So, erst hier. Dann hier. Und dann bist du... Siehst du? Gar nicht so schwer. Nur nervig. Hier wir gehen. Immer auf den Kopf zielen. Du hast du Ace-Zauber. Ja ja, mehr als genug. Ich hab auch Leben drauf, mit dem ich mich überwiegend über Wasser halte. Schön, dass unsere Nahkamp-Angriffe nichts bringt. Kannst du mich healen? Ich bin am sterben. Theoretisch, ja. Moment. Sehr schön. Danke. Ich glaub, mein Fernkampf-Zauber bringt absolut gar nix. Oha. Ich bin wieder am sterben. Und zwar ziemlich schnell. Ich bin tot. Ja, das ist die Sache. Je öfter du wiederbelebt bist, desto schneller stirbst du auch dann. Ich bleib am Leben. Vielleicht schaff ich diesmal rüber. So. Die Munition ist natürlich blöd. Kurz mal orientieren. Äh, beim Leben. Ich könnte ein bisschen ernten oder so. Ich muss mich erstmal ein bisschen an ihm hochhellen wieder. Ich bin am sterben. Ich auch. Nur kann ich noch wiederbelebt werden. Ich bleib am Leben. Ich bin nämlich tot. Wir schaffen den Baskampf nie. Bleib am Leben. Ich komme so schnell wie ich nicht rüber. Ich bin out of ammo. Ich bin unterwegs. Ich habe halt drei Schrotzblinden. Das ist super optimal. Ich brauche jetzt sofort einen Zauber, den ich wirken kann. Oh, ich bin wieder am sterben. Wieder am sterben. Ich bin tot. Ich bleibe am Leben. Wir haben den Bask gleich. Noch ein bisschen überlebst. Noch habe ich meinen Zusammen, der Leute wiederbelebt. Ich bin tot. wieder aufstehung wir drinnen haben ihn danke dass du dich meines dummen lehrlings angenommen hast und jetzt verlass mein heim mein kleiner stellvertretender todbringer irgendwas interessantes hier noch ich hab glaube ich ein special zauberbuch oder so gefunden gerade zumindest etwas besser als das aktuelle immerhin und blitzschaden das heißt blitzschaden macht mehr schaden das heißt das ist gut okay der gefällt mir das ist gerade so ich mag aufladezauber deshalb mag ich den oh ja der ist auch aufladbar der regeneriert richtig richtig krass schnell also das ist ziemlich cool okay irgendwas mit 200 schaden 469 schaden habe ich hier zauberpinkzeit 2 zauberladung wird geringere gesundheit über schaden ja ich versuch es mal ich war schon draußen auf dich ne sieht nicht schlecht aus ich gucke noch mal auf mein und was anderes hilfreiches blitzschaden dunkle magie schaden habe ich irgendwie dunkle magie oder dunkle magie ist das mit dem lebensraub kann ich das machen oder ja klar jetzt hält dich niemand davon ab das ist ziemlich stark habe ich das dann wenn ich den wenn ich das ausrüste oder wenn das deinen schaden in dem punkt stärker macht dann macht das deinen schaden in dem punkt stärker punkt ich glaube ich habe keinen schaden du mal hier hast du getragen wieso muss ich dir Videospiele erklären das ist nicht das hier mal im inventar die 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 du Hier ist deine Belohnung. Du hast trotz der Machenschaften meiner dummen Lehrlinge gute Arbeit geleistet. Da fällt mir ein. Blinzen, komm sofort raus! Ja, Stufe 24. Es tut mir leid, Meister. Ich habe versucht, ihn aufzuhalten. Tja, als erste Wiedergutmachung kannst du schon mal den Keller fegen. Er ist voller Skelette. Ja, Meister. Und, du musst dabei ans Kaff sein. Ans was? Er muss es als Scharf machen. Aha. Du musst es mit seinem Feld auffischen. Mhm. Übrigens, mein neuer Zauber macht genau das hier. Erdrückende Neuigkeiten. Was genau? Kometen. Ja, cool. Ich kann das hier im Moment. Guck. Ja. Große Kometen. Ich kann große Blitze, aber ich habe vier Ladungen, das heißt, die laden sich super schnell auf mit meinem aktuellen Begriff. Zwei Ladungen. Und laden sich auch relativ schnell auf. Wurde auch Zeit. So, nächste Quest. Ja. Durchs Portal. Auch nicht schlecht, das hier. So ein Scheiß. Ich muss mir meine Rüstung noch mal genauer angucken. Plus 3,6 Bereichsschaden, kritische Zaubertreff-Chance, Schutzregenerationsrate. Plus 5,6 Schusswaffen-Schaden, das finde ich gut. Mhm. Was sieht mir das hier aus? Früher hat er... Nee. Da schluckt ich nicht an deinem Trinken. Nicht trinken, während man hustet. Meine Nase war seit Jahren nicht so sauber. Puh. Unangenehm. Wo geht's denn jetzt, denke ich weiter? Sporte dich zur Kirche. Gibt's ne Kirche? Ja, da wo wir denn einen halb-Boss-Kampf mit der Faust-Schlag-Fee hatten. Naja, aber da komme ich nicht hin. Hm? Da auf die Insel, wo du bist... Da auf die Insel, wo du gerade bist, da komme ich nicht hin. Da habe ich noch keinen Schnellreisepunkt. Du hast einen Schnellreisepunkt hier. Nein, da habe ich nicht. Nicht auf der Ebene, wo du bist. Oder auf der ich bin. Du hast hier Automaten stehen bei mir, ne? Achso, da drüben bist du. Da wo ich gerade bin. Okay, dann stehe ich vor auf dem Punkt, wo ich den Schnellreiser bin. So, hier, hab's verwechselt. Hab dich mit mir verwechselt. Passiert. So, ich muss mal Waffen verkaufen. Hm. Ja. Puh! Tja, jetzt gehört es mir. Nehme ich. Noch was für meine Schrottsammlung. Oh, scheiße. Ich würde auch mal 260 Schaden verhaltig. Meines. Lass mich mal sehen. Ich nehme dir etwas last ab. Ach, das ist Schrott. Ich nehme dir etwas last ab. Meines. Gleich mal die Schmelze anwerfen. Das kann ich gebrauchen. Gleich mal die Schmelze anwerfen. Lass mich mal sehen. Bist du nächst mal. Hast du es endlich? Ich brauche hier Hilfe. Ich habe doch gesagt, wir verkaufen gerade Sachen. Ja, und ich habe gerade gefragt, bist du fertig? Ich brauche hier Hilfe. Sekunde. Wo steckst du? Ich nehme auch gerne die ganzen Erfahrungspunkte allein. So ist es nicht. Wo steckst du? Hinter der Kirche. Du kannst mir später danken, okay? Okay. Das ganze Fleisch. Da rennt er noch ohne Topf rum. Das hat's hier. Da habe ich ihn wahrscheinlich abgeschlossen. Aber eigentlich hat er mich. Meiner ist größer. Okay. Ja. Niemand nimmt mir meinen Job weg. Die Toten wandeln. Ja, ja, das tun sie. Was tun sie? Die Toten, sie wandeln. Oh nein. Das wird doch mindestens sieben oder acht Staffeln dauern, bis sie nicht mehr wandeln. Und dann gibt es Spin-Off. Ich habe eine Magie-Fähigkeit, das ist ziemlich mächtig. Ich habe eine Magie-Fähigkeit. Nicht so ein großer Unschall. Ich bin so stolz auf dich. Da bist du ja endlich getreuer Schnappe. Schnappe? Ich habe das verpasst. ein abenteuer wartet auf uns und eine prinzessin ein ritter lässt eine prinzessin niemals warten ich habe das gefühl wir müssen wir mit mir gedanken über prinzessinnen probleme machen außer es gibt eine belohnung für die niederlanden das ist eine mission für die liebe und nun eile zum versteck des zyklopen und vergiss nicht die club ja guck mal das ist der zyklop der turm die uhrturm als die uhrturm verwaltet und vorangreifern schützt wird der uhrensohn genannt ich sag mal so ließ den namen von eurem auftraggeber mal ganz langsam durch und denk dran was du damit assoziiert und mit dem kommentar von wegen und kommt hier vielleicht der gedanke was das auf was das eine anspielung sein könnte von der die wozu ne kommt mir gar nicht mit dem esel der in seiner eigenen psychose lebt und gegen windmühlen kämpft alte spanische geschichte lerne eine klassische literatur will ich damit sagen näher aus spanien bin ich relativ wenig was frankreich ich weiß es nicht mehr irgendwas mit der ich bin doch ich habe ich habe ich habe im ostdeutschland schule gehabt ja ich weiß alles alles was du an frankreich und spanien ist es wir ich kenne ein paar russische erkennt paar russische literatur sachen aber ja du kenne ich weiß und an an geschichten und zwar da kennst du wahrscheinlich nur die barba jaga oder nö nicht da gibt es noch andere interessante sachen was denn russische bootlecker tun es die russischen märchen waren eigentlich ganz ich kenne kein einziges ich auch nicht mehr aber sie waren gut glaubt mich naja da gab es doch die sich die andere mich an diesen irgendwie gab es den einen blonden muskeltyp irgendwo mit ritter der der irgendwie der ist noch relativ lustig irgendwie der irgendwie auch irgendwie relativ lustig irgendwie dafür dass das russische ist relativ lustig das war so eine kennst du kennst du kennst du kennst du kennst du kennst du diese selder parodie mit dem mit dem link der also mit luk irgendwie der richtiger durch die welt läuft und irgendwie das durch die sich durch die berge durchgräbt und so weiter so ungefähr in dem dem niveau war da war dieser war dieser halt jetzt will ich den namen von dem wissen keine ahme das war so richtig richtig breit gebauter muskulöser blonder ritter irgendwie der irgendwie das ich weiß nicht mehr was da gefällt nicht mehr genau nicht einfach nur irgendwelche erzählungen von man sie haben so eine comics serie um dem fernsehen wieder und wie lief das dann immer auch eine schöne kinderserie die ich aus russland ist da ist nur paradi die mussten mal angucken ich glaube in deutschland heißt das wolf und lampi und dieses so wie es schlecht schreck im original und im original ton der fruss ist das nur paradi das erwarte das musste aber frussisch das hat keinen keine wirkliche dialoge aber ist da wirklich erst da muss auf russisch gucken dann ist das wirklich dieses muss sein jetzt nur paradi das ist der 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 wolf der wollte ich glaube es war ein wolf der dann irgendwie immer dann immer diesen entspruch haus bist du bist darauf bis auf dieses nun paradi kommt kommt da kommt was anderes in dieser muss auch mal wieder gucken das war meine mutter fragen jetzt glaube ich irgendwo noch eine dvd davon warum wundert mich nicht dass seine mutter so was aufbewahrt ich kenne mich mit schreien aus und er klingt echt das hat sie jetzt das hat sie als kind gern guckt damals und das ist das wenn sie dann war in ihrem kindheit sehr geliebt das hat sie sehr geliebt daher hat es uns gezeigt meine mutter kommt aus litau und das war zur damaligen zeit als ja das war damals russland damals weiß beziehungsweise sowjetunion da sind ganz happy darüber dass es nicht mehr russland ist ach quatsch damals war alles besser ich meine ich meine es ich meine es war auch mal deutschland das ist im zweiten weltkrieg hat sich hat sich nicht unbedingt mit rum beklickert das ist da die haben die haben relativ schnell und relativ bereitwillig die nazis gesagt wir sind auf eurer seite wird relativ selten eine gute verdrängungskritik wird relativ selten über geredet also aber knappe bist du blind dass du diese einfache markt für eine prinzessin hältst netton war sehr engagiert dabei die nazis zuzuarbeiten die echte prinzessin ist ein wesen großschlankblond du musst die prinzessin sein großschlankblond hast du endlich die prinzessin da wir wieder vereint sind naht das ende unserer mission doch was ist das der zyklop scheint erwacht zu sein und ist nicht gut auf uns zu sprechen er ruft seine gärtner er ruft seine gärtner mhm heilsendung aus dem all genießt die auszeit geliebte prinzessin in den stunden die wir getrennt waren schrieb ich dir ein dutzend gedichte bitte gestatte eines oder fünf davon vorzutragen ehe ich in meiner überschwachen mit leidenschaft ertrinke dieses schrieb ich als ich für einen stein stolperte und mich an unsere erste begegnung erinnerte als mein auge dich erblickte war ich gar so sehr bewegt dass mein ganzer körper klingte du hast mich glatt weggefegt ich bin ein bisschen am schreien du findest es furchtbar oder mein schweigen spricht deutlicher als jeder meiner reibe dieser reiben fiel mir in einem traum ein es war nur ein sehr kurzer traum aber sehr bewirkt kannst mich grad mal healen ja wenn du nicht immer wegkriegen willst ich habe meinen flur kein krümel in mein haus trau ich auf meine liebe nur die wischt sie sanft hinaus verstehst du die liebe wischt den staub hinfort wie ein staubwedel oder etwas anderes das fängt das ist eine metapher hast du auch nur einen moment lang geglaubt ich überließe dich diesem einäugigen ungeheuer nein sobald ich von deiner not erfuhr schritt ich sofort zur tacht ich schlug mein lager auf und warte auf meinem knapp ich muss gleich mal ne pause machen ich muss mal gucken wie dieses dieses märchen mit dem blonden schicken ließ ja es klingt aktuell eher so als hättest du einfach ein paar nacherzählungen von masters of the universe gekriegt und nichts anderes ja es hat ein bisschen was davon aber es ist ein bisschen das ist irgendwie so bist du sicher ich bin sehr sicher das gibt es irgendwie es gibt mehrere staffeln irgendwie davon es gibt irgendwie das gab es mal so es ist ein alter volkshit und das gibt es irgendwie so kämpft ihr gegen ein skelett das sehr oft lacht doch nicht ich kann mich ein wenig davon erinnern das würdest du mal gerne gucken das war relativ ich muss mir übrigens mal irgendwie dann diesen dragons cartoon besorgen oh ne der ist auch in der richtung das ist auch sehr absurd und sehr lustig und doch scheint mir sag meine holde bist du noch schöner geworden seit du zuletzt in meinen armen lagst hast du etwas machen lassen neuer lach nein du hast dir die borsten schneiden lassen hab ich recht was es auch ist ich finde es reizend wenn ich dich nun ansehe fesselt mich dein verzückter blick lass uns im ozean der stille einer gemeinsamen liebe verweilen denn welch banale poesie vermag es das leise schlagen zweier herzen im einklang auszudrücken schweig still meine liebe möge dieser moment ewig andauern gute nachrichten ich hab's gefunden moment ich schicke es mal kurz auf den server wer ist das nicht sein ich hab's nur rausgefunden wo man die streben kann wir haben's offiziell veröffentlicht weil sie offensichtlich halbwegs stolz darauf sind russisches märchen comic serie russisches märchen russische zeichentricks russische mit einem blonden ritter der sehr stark ist ich schwör dir bei gott das wird hier master of the universe ausspucken russische die jahre mess ok die 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 Furchtlose Recke. Oh Gott, schickst du es mir mal bitte. Ich habe hier nichts. Der ist tatsächlich nicht blond, sondern braunhaarig, aber das ist es. Ich glaube, da gab es auch einen blonden von, jetzt mehrere von, da gibt es eine ganze Serie von dem Ija. Das ist dann so. Joscha Popovic gibt es auch noch. Aber Ija war es, genau, Ija der Furchtlose Recke. Genau daran ist das, dieses Comic. Furchtlose Recke. Das ist ein Film von... Gibt es auf Amazon, kannst du dir angucken. Wie gesagt, schick mir einfach mal das, was du hast. Ich habe nur Google-Hergebnisse hier. Die haben das zurückgebracht, was? Ich kann es dir gar nicht schicken. 2007. Gibt es zumindest ein Film von. See-Pilote dann Oh Gott, warum sieht das so aus, als würde ich das kennen? Oh Gott, das ist wild Aber ich kann mich dann an, vielleicht war es nicht der Hauptcharakter, aber ich glaube in dieser Serie oder vielleicht war es noch eine andere Serie, die ähnlich hieß, da gab es so einen großen, blondes oder braunen Haar. Wir haben es auch irgendwie so einen richtig breit gebauten Ritter, der immer so ein bisschen... ...das Abenteuer mit Namen Liebe ruft. Merke dir, was ich dich lehrte. Und du wirst es weit weg... Wenn man sehr groß, breit und stark war, in der Russische... Die Welt steckt voller Arme, in der Russische Heutchen. Man lässt nur seine Augen und sein Herz öffnen, um ihre Wunder zu entdecken. Nun, lass uns Abschied nehmen, Knappe, denn ich muss fort. Schließlich lässt ein Ritter eine Prinzessin niemals warten. Du bist zwar ein schräger Vogel, Ronny, aber langweilig wird es mit dir nicht. So viel steht fest. Mach's gut. Ronny. Spaß. Das gibt mir aus dem Pony Doomsday, der Ronny. Okay, er ist in der Abgrund gesprungen. Ist er gerade... Was zum Teufel, Mann? Ich war gerade komplett... Ich habe gerade Dinge durchgelesen. Sorry, ich habe nicht mitgekriegt, was gerade passiert ist. Der Ronny ist in Abgrund gehüpft. Mit seinem Besen. Soll er doch. Eine weitere Seele geerntet. Ein Vorbote der Zeit. Achso, darf er sich auch umbringen, wenn er will. Nur ich darf hier ernten. Haben wir irgendwas Interessantes gekriegt als Belohnung? Nö. Unser Questgeber ist in Abgrund gehüpft. Nicht, dass du wüsst, dass wir auch ein bisschen gekriegt haben. Ja. Gut, äh, wollen wir in der Hauptsp... Ne, in der Hauptstadt die Quest machen wir zuletzt. Die ist relativ kurz. Wir machen einfach die Hauptquest jetzt weiter, würde ich sagen. Als derjenige den Überblick über die Quests hatte. Mhm. Wenn du meinst, das ist doch ein guter Moment, um vorher eine Pause zu machen. Ja, auf der Overworld, ja, dann werden wir die... Du hast eine wirklich tolle Leiche geschaffen. Ehrlich? Ich muss meine Mutter mal beschädigt sagen, dass sie mich mal... Die DVD schickt. Sie meint hier... Entschuldigung, Videokassetten wahrscheinlich. Ne, ist eine DVD. Das will ich so gerne mal wieder gucken. Es hatte mehrere... Das war eine Serie, die hatte mehrere... Oh, hier, guck mal, hier liegt es auch. Künderon ist gleiche. Hat er irgendwas? Oder was kriegt sie? Er hatte Geld. Ein bisschen Geld dabei. Sehr schön. ja okay das muss man wegwerfen kann ich das nicht mehr trocken merkwürdig gut na dann kurze pause ist gleich wie dumm sind wir eigentlich ich meine man hätte da hochklettern können sich da drauf stellen aber das ist zu einfach das macht man ja nicht jetzt gehen wir den ganzen Weg zurück und klauen herumschlüssel oh nein das machen die ernsthaft die gehen wieder zurück oh mein gott sind die und die beiden brechen aus ausgerechnet die beiden wollen wir nicht doch drunter ich glaube es wäre sinnvoller also dann lernen die vielleicht noch was jetzt den ganzen Weg noch mal zurück das ist überhaupt nicht auffällig oder so wie aus Entner bricht aus um Entner bricht aus zu zitieren kannst du es natürlich versuchen aber wenn es nicht klappt dann sollst du vielleicht mal drüber nachdenken ob es vielleicht die richtige Zeit hier für dich ist ja ganz ehrlich ich glaube ich glaube der Plan 100 Liegestütze am Tag machen und dann einfach die Wand einreißen mit der Pause das ist sinnvoller als das sie kann lauf und springen über die Mauer an einer niedrigen Stelle wenn der Wind ins dich steckt hallo warum sagst du denn nichts sagen wir mal so ich will dir davon nicht abraten wenn es nicht klappt solltest du es vielleicht als Signal werden vielleicht gehörst du dann gar nicht auf die andere Seite der Mauer das fühlt sich schon irgendwie gut an einfach auf die zuzugehen und sie einfach mit einem Schuss loszuwerden wie wirft man eigentlich Dynamit du zündest es an und dann drückst du linke Maustaste wie zündet man das an mit L du sollst das nicht zu lange in der Hand halten ne irgendwie klappt das nicht aha okay oh dinke Maustaste ich glaube ich trockne mir auch ein paar Arme und Beine ich meine warum nicht oh nein ich habe gerade eine Dynamitstange gerade gerade nach oben in die Luft geworfen deswegen habe ich auch nein gesagt ja das sollte man vielleicht nicht machen das habe ich auch schon getan ja ich meine wir haben eh unbegrenzt Dynamit von daher warum solltest du es nicht tun ja 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 natürlich ja diese Grundsatzung ein bisschen mehr Frenkel fühlte die Stimme ja gute Nacht jetzt bin ich noch kurz drin oh das ist der das ist der Glitch jetzt habe ich es unbewusst gemacht vielleicht kann ich euch mal zeigen damit kann man etwas was vom Spiel gar nicht vorgesehen ist kommt hier mal landen schaut mal wo wir sind der Griff von der Gemeinschaftsraum der Griff von der Stabsieder um genauer zu sein ein paar für ein paar von den Griff von der Gemeinschaftsraum wir haben uns reingemacht ich hoffe wir kommen hier noch raus wir haben jetzt sogar Flopulber gefunden können wir jederzeit hier hin oder was das ist fantastisch schaut euch kurz schaut euch hier um der Griff von der Gemeinschaftsraum das ist jetzt Havelpuff hier immer sein würde Freiheit bis draußen ist dann es muss doch irgendeinen Hinweis darauf geben was damals wirklich passiert ist und etwas was mein Vater entlastet und Doktor Marcelles falsches Spiel auflegt auch gut dann muss ich nur noch wissen wo genau das Haus ist und wie man dieses Ding hier erfährt hat immer gefragt ob du überhaupt Auto fahren kannst und wo bin ich was ist passiert es gab scheinbar eine Art Unfall Harvey Harvey geht es dir gut ich bin okay dir passiert nicht so schnell was und eine Dirbelsäule aus Frottee ist aber wir haben ganz viele Sachen verloren Nein ich habe schon früher schon ein großes Brecherhund Nein wir haben jetzt unseren Metapher mit Ketchup und so weiter Nein Nein Ich habe gar nichts gemacht von Aidenwald Er wollte mich nur beschütten Er wollte Ihr erreicht es jetzt wirklich mit deinen Ausreden Nein 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 Welch du Welch du Welch du der scheiß Vater Geh in das Zimmer Wirst du deinem Kind nicht wehtun Nein Was für ein lese Vater Du bist einer Schlagung mit Es ist Nein Nein Wir sind alles 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 blau So etwas könnte ich sehen Wiederれhen Du bist jetzt der Weg Mami Ich habe Angst vor den Monster Mami Sie wollen mich holen Schätzchen, du weißt doch, Monster gibt es nicht. Ich lass das Licht an und die Tür auf, ja? Komm, schlag jetzt, Süße. Heizt Maul! Lass mir bitte eine Minute, Philipp. Ja, gib dir, gib dir, um uns der Zeit mit dir unterhalten. Hälst's im Ruhe Arsch! Hälst's im Ruhe Arsch Gesicht. Kannst du es durchkommen? Geh, lass uns gehen. Oh ja. Ich darf. Ich darf. Mist sein. Ja, hör doch nicht rum. Das ist kaum angefasst. Ja, verbiss dich. Komm, lass uns mal wieder hin. Du kannst ja auch noch mit. Ich darf das nicht rum. Du kannst nur jetzt schon. Du kannst ja auch noch nicht rum. Ja, ich meine, ich muss ja mal wieder raus. Ich kann ja auch noch mal wieder raus. es sieht so aus als ob ihr nicht ganz die attraktion seid mit ihr euch haltet ihr seid nur drei absolute dummköpfe in einem großen kinover na sehr toll aber sie hat seit maschinen verpflanzt ja Du bist froh, dass das erledigt ist. Sieht so aus, als wäre wieder alles in Ordnung. Wie zum F*** hast du es gemacht? Ich habe ihn mit der Flinte abgenommen. Das ist der alter Mann. Du hast ihn weggerammt und hast die Kanone geklaut. Ja. Und jetzt holen wir uns die Erde. Ja. Haben die noch ein paar Kauberhüte? Das war ein alter Mann, natürlich habe ich dem die Flinte geklaut. Du hast ihn weggetackt und alles von hinten. Das ist... Ich habe eine Flinte. Das sieht zu uns aus. Okay, neue Klamotten. Oh, eine Nähmaschine. Ah, ein Plattenspieler. Ich habe mein Ziel erreicht. Ach, na. Die haben Kauberhüte. Oh. Oh nein. Wie kriegst du das Bild? Wundervoll. Wo sind Kauberhüte? Auf dem Bild. Oh, Klamotten. Aber wir können uns umziehen. Das ist ein Schrank zum Umziehen. Ich setze. Ich ziehe mich um. Ja, ich komme gleich. Kann ich auch was mit dem Bild machen? Ich will es auch noch verunstalten. Ah, hübsch. Oh. Nein. Ja. Ich habe eine Klamotten angezogen. Oh mein fucking Gott. Ich hatte recht. Warte, zieh du mal deine Heftnickskleidung aus. Ja, ja. Das Wort. What have you done? Flaming school. Trash my game. Ich muss ihn jetzt machen. Legend of the Secrets. Ist halt leider viel zu realistisch. Nein. Hübsch. Sie hat das Spiel. Wir werden sterben. Tiefel 게임 für mich. Nein. Es ist ein ein Fútel 게임. Ich habe ein Fútel. Ein Fútel und ein Fútel. Das ist denn, dass wir mit drei. Man hat einen Fútel zu tun. Das ist so. Ich kann dir zuerst sagen. Es ist wie, die Räden ein Bisschen. Aber wir werden nicht umgehen. Starten wir das Spiel. Äh, ist kein Spiel. Der Heldface konnte... Äh, Entschuldigung. Wenn Zugriff auf Deine Fotos Dokumente zwangen konnten und den haben Sie kurz aber mitvergültet. Okay, können wir jetzt prüfen? Oh, komm an! Ich hab' dir gesagt, User, es gibt nichts Schweres als die Freude zu prüfen. Ich bitte Stimme den Geschäftsbedingungen zur Artikel als Nutzung der Dienste. Der User besteht nicht aller Regeln für die Nutzung der Schwierigsten, diesen Geschäftsbedingungen zuzustimmen. Insbesondere Stimmen herzu, soviel sein Geld ist wie möglich für kostenpflichtige Spuren bei uns zu geben. Sein Erbe zu verschweiten, Abenteuer, bla 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 bla. Ich hab' den Vertrag in Kribisch-Node gelesen mit meinem Buch und der Zeichen dazu. Auf jeden Fall. Ein Sieg. Ich hab' gewonnen. Das habe ich wirklich nicht gemerkt. Tja. Wie lange wollen wir das hier noch spielen? Ja. Aha. Also 22.30 Uhr kommt heute, schau, die würde ich gern gucken. Bis dahin. Nee. Bis dahin haben wir Zeit. Das sind noch ein paar Stunden. Heute lange Nacht? Das sind noch ein paar Stunden. Mach' mal hübsches Muster draus. Sind wir so kaputt, dass wir da wirklich jetzt ein Muster draus machen? Ich weiß nicht. Wie dumm sind wir eigentlich? Ich mein' man hätt' da hochklettern können, sich da drauf stellen und dann da hoch, aber... Nee. Nee, das wär' zu leicht. Das ist so einfach. Das macht man ja nicht. Das ist so einfach. Das macht man ja nicht. Jetzt gehen wir den ganzen Weg zurück und klauen den Traumschlüssel. Ja. 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 Oh nein, das machen die ernsthaft, oder? Ja. Die gehen wieder zurück. Oh mein Gott, sind die... Und die beiden brechen aus! Ausgerechnet die beiden! Wollen wir eigentlich doch drin bleiben? Ich glaub' es wär' sinnvoller. Also... Da lernen die vielleicht doch was. Jetzt den ganzen Weg nochmal zurück, das ist überhaupt nicht auffällig oder so. Wie aus Entner bricht aus, um Entner bricht aus zu zitieren, du kannst es natürlich versuchen, aber wenn's nicht klappt, dann... ... sollst du vielleicht mal drüber nachdenken, ob's vielleicht die richtige Seite hier für dich ist. Ja, ganz ehrlich, ich glaub' der Plan, 100 Liegestütze am Tag machen und dann einfach die Wand einreißen mit der Faust... So, machen wir weiter. Ja, sofort, ich muss mir noch kurz was zu trinken holen. Ach, scheiße. Jetzt sind wir schonmal hier und kommen da nicht an die Würfe dran. Oh nein. Ähm... Ich bin in den Kampf gelaufen, Modi. Willkommen im Kampf. Ich bin bereit, wer den Hansen bringt. Nie hat mir ein Mensch in die Augen geblickt und er hat so einen guten Tag erlebt. Wie bringt der mich denn vorum? Zurück, Ali-Arm! Ich hab dem Gefallen getan, glaubt mir! Jetzt können wir weitermachen. Ich bin grad mit dem Kampf, ich bin in den Kampf reingelaufen. Wer ist der beste kleine Seelenfresser? Wo sind wir? In dem Kampf! Ich bin nicht so krass gelaufen und dann kam der... Ach, so'n Kampf! Oh Gott, ich dachte wir sind in einer Quest. Nö. Ich bin bei einem Kampf auf der Oberovolz. Ja, ich hab mir in der Pause mal... Ich hab in der Pause mal ein zweistündiges Video gefunden. Ich glaub das ist die ganze erste Staffel drin zu sehen. Ich hab die gefangte Playlist vom Jedi-Cartoon gefunden, also... Kannst dir mal angucken. Ja, ich will die Dippen. Ja, das war ich geklickt hab auch. Wie findest du das Bild von dem First Edition Beholder? Wie ich schon gesagt habe, es erinnert mich ein bisschen... Es erinnert mich an die Hüpfsäcke, die man als Kinder hatten. Weißt du, was ich meine? Diese Plastik-Hüpfsäcke, die man damals... Hier immer so die... Diese grünen oder pinken irgendwie, die man... Auf die man diese Gummi... Auf die man rumgehüpft ist. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich weiß... Ich weiß, was... Man sieht exakt so aus. Es ist halt super lustig, dass... Dass das als Beholder durchgeht. Und dass die dann in dem Cartoon, der nur ein paar Jahre drauf erschienen ist, den tatsächlich so die Zeit haben ja aussehen. Kriegen wir diesen... Kriegen wir diese Sache irgendwie weg hier? Ja, das Tor... Ne, das ist das Postgame-Content, glaub ich. So'n Scheiß. Jetzt sind wir schon mal hier oben. Was riecht hier so? Kommt das aus dem Verlies? Es ist ein Schreinteil. So wie jetzt der zweite Topfest. Oh, wir können ganz kurz das Schreinteil holen, wenn sie jetzt schon so sagt. Okay. Aber zwei Kämpfe und alles gut. Wenn wir hier schon da sind. Du, ich glaub... Ich hab's mir grad noch mal angeguckt. Ich hab die ersten... Zwei, drei Minuten da grad mal angeguckt. Ich glaub' ich glaub' ich glaub' der Hase war eine Sie. Und das was das ganze nochmal... Ja, ich glaub' auch. Ich hab' ja gesagt... So wie der geschminkt ist und so in diesem... Ich glaub' ich kenn' das. So wie der geschminkt ist und dem... in dem Ton der... Kannst du mir nicht erzählen, dass in einem russischen Cartoon... männliche Charaktere... so aussehen. Na, wenn er homosexuell ist schon. Die Russen wachen da sehr... fischhaft. Nee. Wirst du... War das früher anders? Ich glaub' nicht, dass das früher anders war. Ganz heute. Stark und muskulöser Mann war schon immer in Russland, ne? Russische Männlichkeit war schon immer eine russische Sache. Nein, das war generell eine Sache. Ist es auch immer noch. Ja, aber in Russland ist es gerade... Was nicht mit Russland zu tun. Das ist sehr extrem. Auch nicht mehr als hier. Naja, doch. Das ist... nochmal... Russland nochmal mal zwei. Das ist... Unter Putin... Unter Putin erst recht. Ja, unter Putin sowas von. Ähm... Putin ist doch der Typ, der... 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 Der Unterschied ist, der macht das halt wirklich. Ich trau's ihm zumindest zu. Da müssen wir nicht drüber reden, wie... Wie die... Wie Homosex... Wie Homosexuelle und Queere Leute in Russland verfolgt und... 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 Kann da... Ähm... Kann da... Und... Dombieses Sachen... gemacht werden. Gerade in Russland. Als ich mal ein Reaction-Video zu... Auf YouTube... Da hab ich mal... Da hab ich mal auf ein Video reagiert. Das war ziemlich... Ziemlich gut. Das wurde mir geklappt. Jetzt... Sag mal... Ich hab's noch auf meine Festplatte. Kann ich dir schicken. Ne... Schick es mir nicht. Das war ein... Ich hab... Da waren Spiegelberichte... Spiegelmarzin... Berichte wo... Ich hab's noch auf... Öfter wo... Das war... Das war... Okay... Die... Warum reagierst du auf Spiegel? Keine Ahnung... Ich ging um Russland... Ich weiß doch nicht, wie eine gute Idee ist, auf Spiegel zu reagieren. Der Weltrad war ziemlich geil. Ja... Und hier an Russland... Wollen wir... Wollen wir... Das übliche Update geben... Wie in jedem Steam... Jetzt ist Unge auch am Arsch, ne? Ich will nach wie vor nicht drüber reden. Ja... Ich wollte nur das Update geben, weil das erwarten zuvor. Er ist jetzt auch am Arsch. Nichts, was mich überraschend würde, ehrlich gesagt. Was kann ich dazu sagen? Sind wir nicht alle irgendwie am Arsch? Wie glaubst du es seiner Ort? Ja, das schon. Mich wundert es nur bei... Nur in dem Fall, dass... Der jetzt einer von den Leuten da ist, mir von Anfang an klargelegt, okay, ja, das ist keine... Das ist keine gute Person. Ich weiß nicht, warum... Ja, ich... Ey, ich... Ey, ich... Ey, ich hab die... Ich hab... Ich hab... Ich hab nur noch nie gemocht. Das ist... Also... Nicht deswegen oder wegen... Ich fand... Ich fand den Content immer irgendwie... Es... War schon immer ne... Der wollte... Der wollte... Der wollte... Der wollte... Perfekt wirken. So, die... Die... Die Anfangszeiten... Mit dem... Diese Nulltour oder was... Irgendwann mal gemacht hat und so weiter... So... 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 Ich hab's noch ein paar cool... Hier... mit Longboard-Tour-Zeiten... So ein bisschen... Das war... Ganz interessant... Aber dann... Ich... Ich... Ich fand den immer nie... Nicht wirklich da... Ich hab den mal ein bisschen geguckt... Als er mit Paluten damals... Sachen... Gemeinkamme Sachen gemacht hat... Weil... Weil... Du kannst mich später danken... Okay? Als Dena noch seine große Zeit hat... Ich mein... Wann... Wann hat die Dena nicht seine große Zeit? Der hat immer noch seine große Zeit... Der so... Der Typ ist... Der Typ ist immer noch... Irgendwie... Felix Hunde dabei... Der ist Professioneller Windfahrer... Der hat's geschafft! Der ist so einer der Typen... Der ist irgendwie... Die Arms... Der macht auch noch YouTube... Ich glaub ich irgendwie... Einer von denen... Die wahrscheinlich nie einen Skandal haben werden... Weil sie zu... Sehr... Normal sind... Ich wundere mich... Ob das zusammenhängt... Ich kann's schon sehen... Ich muss leben... Um zu ernten... Aber auch ein... Aber auch ein... Guter... Guter YouTuber zu sein... Ändert nichts da... Dass man Skandale kriegt... Irgendwas... 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 Ich hab' ich irgendwie gehört... Irgendwie... Ich weiß nicht... Irgendwas... Ich glaub' Gronkh hat irgendwie... Irgendwie... Was am Laufen... Und von dem... Ich hab' mal... Ich hab' den mal wieder... Ein paar Mal... Ich hab' ein paar Leute über die Destern... Über die Destern hören... Wieso und das jetzt? Ich weiß nicht... Irgendwie... Vielleicht hat er mal... Irgendwie wieder was... Hat er wieder einen Hasen getötet... Oder so... Keine Ahnung... Irgendwie du spiel' eine Katze... Ich frag' mich das gerade ernsthaft... Das geh' ich normalerweise alles mit... Was soll da gewesen sein? Keine Ahnung... Ich weiß nicht... Ich hab' nur... Ich hab' nur mal wieder... Irgendwie auf so'n... Ich hab' auf'n... Nebenauern mal wieder... Die Leute über Kunk... Schimpfen hören... Ich weiß auch nicht... Warum... Warum ist er dem zu alt... Oder was? Wahrscheinlich hat er wieder eine Katze gekonkt... Das war ja... Ja, aber das ist doch normal... Ja, aber das ist doch normal... Ja, aber nur wenn man die Katze prunk... Ist das... Ich weiß nicht... Ist ja... Ich hab' kein Orientierung... Ich hab' keine Orientierung... Wo willst du dann, Moni? Da wo's halt lang geht... Ich nehm' ein paar Sidequests an... Okay, bringen wir's hinter uns... Und finden diesen... Phil... Wo bin ich? Hey! Sein Name ist einfach nur Phil... Ziel... Kapiert? Achievement. Jetzt haben wir erst mal den geboxt. Ich bin frei, Herr Trüström. Ich habe meinen Glauben verloren. Hilf mir, ihn wiederzufinden. Ich flehe dich an. Mal schauen, ob hier irgendwo ein Glauben rumliegt. Hier ist hier irgendwo ein Glauben. Da unten. Ein Mimic. Au, kaputt. Mimic in der Natur. Wo sollte er sonst sein? Auf der Toilette? Zugegeben, Toilettenmimics sind wahrscheinlich das Schlimmste, was du deinen Spielern antun kannst. Als ob Leute Spieler gehen, die hier auf Toilette gehen. Doch. Immer wieder. Ansonsten lässt du die Regeln mit dir die Hose wechseln. Diese verdorbenen Seelen entweinen den Tempel. Verwichte sie! Wann ist dein Spielcharakter das letzte Mal auf Toilette gegangen? Oft genug. Mein Hauptspielercharakter ist immer noch ein Zwölfjähriger. Kannst du nicht, dass der oft aufs Klo geht. Der Himmel fällt heran! Stell dir mal vor, du machst du mitten im Kampf, äh du, ich muss jetzt mal erst mal. Ich muss jetzt ganz dringend. Das hat mein anderer Spielercharakter gemacht, nachdem er einen Panzer mit großen Volk getötet hat. Kann ich mehr, ich muss jetzt mal dringend. Das hat den selben Weisen, ich cast Manual Breathing. Ja. Meine Breaming ist auch ganz genial. Den Zauber sollte man wirklich einführen. Ja, man sollte generell diese ganzen Meme-Sachen mal einführen. Einfach aus Prinzip, sie wirklich oft da, aber wenn, dann sind sie fies. Als ich Barbaric Inspiration einführen wollte, hast du gesagt, das zerstört das, das zerstört ganz die Idee. Das ist auch eine Meme-Idee. Das ist aber eine Meme-Idee. Das ist auch eine Meme-Idee. Ja, aber der Unterschied ist, du machst bei dem einen eine Klasse kaputt, und bei dem anderen hast du einen Panzer, den man sowieso nie effektiv gemacht hat. Meine Breaming. Oder total Tank-Awareness ist auch gut. Du hast da noch nicht mehr so... Du kannst grad keinen Spacemäher machen. Du kannst kein Spacemäher machen. Total Tank-Awareness ist... Mein Favorit und was man halt auch benutzen kann, ist einfach auf neuntem Level als Sorcerer, Einfach einen quasi dreifachen Testicular-Torschen-Kasten. Du hast drei Wachen. Du hast jetzt drei weibliche Wachen und sie gruben dich in Schmerzen. Okay. Du verdrehst deren Hoden mit diesem Schauber. Das ist halt ein Instant-Win in jeder Situation eigentlich. Das ist mein Lieblings-Meme-Ding. Ich meine, mit Wish kann man theoretisch alles machen. Mit Wish kannst du wirklich alles machen. Mit Wish kannst du auch sowas casten. Du kannst als finales Feature von einem Magier, glaube ich, tatsächlich Cast und Spells machen. Mehr oder weniger. Und ja, ich glaube, Wish werde ich sowas von verbieten. Benutz keine Genies. Das Wish ist einfach zu... Das Wish ist zu OP. Okay. Das ist ein Lock. Ja, ich werde es nicht bannen, aber ich werde es limitieren. Ich bin nur die Wish-Variante, in der du damit jeden anderen 9-12-Spell-Kasten kannst. Was halt im Endeffekt bedeutet, du hast einen extrem anpassbaren Zauberslot. Ist auch nützlich, aber ist halt nicht so OP. Ich möchte, ich möchte, dass unser Gegner jetzt stirbt. Einfach instant. Bei der Skate 3. Ich wünsche dir, dass du es endet. Ja, so schön. Das Lustige daran ist, deine Charaktere sterben nicht. Das Spiel endet einfach. Ja, sie hat dir auch nicht die Tod gewünscht, sondern das Ende. Ich weiß, das ist das Lustige daran. Du siehst am Ende deine Charaktere einfach noch normal lebend da stehen. Mit allen Features voller HP. Weil das Spiel hat halt geendet. Ja. Der Zauber war ja nicht tot, sondern endet. Ja, das finde ich nur ein sehr lustiges Detail, was sie natürlich eingebaut haben. Ich meine, das wäre ein Zauber, der machbar wäre. Das ist, ich meine, das dann. Ein NPC einfach wegzuwünschen. Das wäre nur... Das ist einfach nur Power-Wert-Kill. Dem voraus der Existenz zu wünschen. Wie gesagt, das ist einfach nur ganz blank Power-Wert-Kill. Das hast du. Das ist relativ sinnvoll. Das ist auch zu benutzen. Das haben bei mir die meisten großen Gegner. Das ist ein Spieler einfach wegzuwünschen. Das ist ein Finger auf Death. Verstand. Aber beim Spielern gibt es ja dann noch so Lebensrettungswürfer. Man tut das Rettungswürfer. Bei Power-Wert-Kill nicht. Echt tot. Power-Wert-Kill ist wie Finger auf Death. Wenn du auf null HP bist, dann bist du tot. Das ist natürlich scheiße, wenn du ein Level 20 gehabt hast, der über eine ganze Kampagne dann schon... Das ist dann... Dann hast du normalerweise über 100 HP. Ab welchem Punkt der Zauber nutzlos ist. Der macht exakt 100 Schaden. Wie gärtlich. Ja, und du kannst den Gegner, du kannst den Spielen auf 100 HP runterbringen. Und dann das... Ja, genau. So funktionieren die auch meistens. Du hast halt dann solche Sachen wie Counterspell oder Magic Immunity oder ähnliches. Das ist so tiefgründig. Ich spüre die Wärme der Götter in meinem Herzen. Wie ist das jetzt mit Hopp-Quest? Ich hänge sie mir in mein Gäste-Witz. Ich dachte, das wäre die Hopp-Quest. Ehrlich gesagt. Die war zumindest gerade aktiviert. Das war eine Side-Quest. Oh, ich schließe 20 Side-Quest ab. Ich habe ein Achievement für 20 Side-Quest bekommen. Ich auch. Vergib dich zum versunkenen Abgrund. Okay, das heißt, dafür müssen wir wahrscheinlich dann ihr Zeug machen. Ja, aber wir müssten das beim letzten Mal auch machen. Ich glaube, dass wir dann hier das machen. Und ich habe jetzt in der letzten Session ein neues Spiel kennengelernt, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob das... Aber ich lasse es mal zu. Wir haben dieses irgendwie so Zwergen-Karten-Spiel. Wir wollten das spielen. Mit so einem... Wo man irgendwie würfelt irgendwie einen 101-Würfel. Und dann der nächste, der muss dann das Ergebnis würfeln. Und dann, wenn eins hat es, der scheidet aus dem Spiel. Das ist doch vollkommen egal, wenn es den Leuten Spaß macht. Und die das Minigame mögen, dann lass es doch. War eine geile Sache. Okay. Die Spiele haben ein Guld und drei Silber dadurch gewonnen. Weil ein NPC-Zwerg mit dem Geld gespielt hat. Warum nicht? Wie gesagt, das ist eine Sache, das ist doch vollkommen egal. Das ist sowieso deine Lore, wenn du sagst, das gibt es nicht. Willkommen in der Familie. Ich muss mir da noch mehr von diesen Spielen ausdenken. Ich liebe meinen kleinen Schnitt, ein Ausbruch. ChatGPT hat die 4-O-Version. Du musst es hier nicht mehr ausdenken. Du kannst einfach fragen. Ja, aber sowas ist nicht schwer auszudenken. Mit Würfeln ein bisschen was würfeln. So was ist schwer auszudenken. Okay, klar. Wirkt aber mal ganz kurz und dann das ganze Spiel, das Spiel-Ding aus. Ich meine, das Spiel ist jetzt nicht umfangreich. So mit dem... Du musst ein paar Mal würfeln und wenn du... Und wenn das passiert, verlierst du. Wenn das passiert, gewinnst du. Das ist jetzt nicht wirklich... So ein Kartenspiel oder ein Würfelspiel auszudenken. Das ist jetzt nicht wirklich. Level 25. Was passiert denn eigentlich in den... Nach Level 20? Falls ein Abenteuer das passieren sollte. Das passiert für gewöhnlich nicht. Level 20 ist sowieso schon extrem schwer eigentlich zu erreichen. Allein mit XP, wenn du spielst. Und wenn es doch passieren sollte, ja cool. Ich glaube nicht, dass das passieren wird, weil wir spielen Event-Level. Dann lässt du es halt nicht bis Level 20 zu. Punkt. Und wir sind bei der zweiten Session durch und wir sind immer noch bei Level 4. Ja, ist doch auch okay so. Aber beim nächsten Mal kriegen die Level 5. Meine ganze Kampagne geht von Level 3 bis Level 6. Beim nächsten Mal kriegen die Level 5. Die haben dann einen bestimmten Punkt erreicht, wie ich das vorgesehen habe. Ja, ist bei mir ja genauso. Bei meins war ja als Short-Campagne gedacht, das weistet sich etwas mehr aus, als erwartet. Deshalb. Ich habe jetzt Einstimmung 24, habe ich jetzt. Plus 14 Ski-Abgängzeit. Sehr schön. Ich mache das jetzt auf 26 und dann nehme ich auf die anderen. Bitte. Wie viele Kämpfe machen wir hier? Ich glaube. Wir müssen das hier für die Zeitquests machen. Die dann wiederum den Weg zur Hauptquests öffnet. Die Schlankviecher sind öffnig. Wie heißt der D&D-Zauber? Der Komet-Ringungs hat es auch ein... Meteor Swarm. 90-Level Feuerball quasi. Das ist auch ein mächtiger. Was sind die mächtigsten D&D-Zauber? Was sind die mächtigsten D&D-Zauber? Abgesehen von Wish. Horrower Stab, alles was auf 19 Level läuft. Wie groß geworden ist. Meine Fireborn ist ein guter... Fireballer auf Level 9. Das ist stumm. Ganz ehrlich, sogar das lieb ist mit einem 9 Level-Ding super stark. Damit kannst du halt quasi eine ganze Stadt schlafen kriegen. Wie viel Schaden macht ein Level 9 Fireborn? Nicht ganz so viel wie Meteor Swarm, aber sehr gerne dran. Zeit für Rache. Ich war noch nie auf Level 20. Ich kann es dir leider nicht sagen. Ich bin auch nicht so tief drin. Ich bin gespannt, ob ich das mit der Kampagne auch mal hinkriege. Vielleicht. Vielleicht nicht mit den Spielern, aber... Also es tut mir wirklich leid, aber... Level 2... Ich kenne Leute, die haben 15 Jahre plus gespielt und haben nicht einmal Level 20 erreicht. In keiner Kampagne. Aber dann wiederum... Ich habe auch schon Level 20 One-Shot gespielt. Also es ist relativ egal. Macht halt das, was der Spielleiter sagt. Hey. Hätten wir jetzt nicht da drüben rüberkommen sollen? Ja, ich habe nur das Lager aktiviert. Wenn wir eh schon da sind. Oh yeah. Was sind viele Level? Hallo? Licht nach oben sehen! Tief einatmen! Ihr Held bringt mein Blut zum Kopf! Felt sich gebrochen, natürlich! Ich sag's nur so, der erste... Der erste Charakter hat jetzt schon drüber nachgedacht, wie... Wie vier Organe auf dem Markt kosten. Ja, und... Das ist passiert. Du hast dir auch vorgegeben, sie sollen böse sein. Ja. Das ist dein Problem. Ich versuche zumindest manchmal, einen Lawful... ... guten Charakter zu spielen. Ich muss mir mal Gedanken drüber machen, wie viel Organe kosten. Wie sehen wir hier? Guck, am besten einfach im Dark Web, bestell dir ein Tanieren, dann kannst du die schön zum Abendessen machen und dann weißt du, wie viel sie kosten. Wie müssen wir auf die und die umrechnen. Was meinst du, irgendwas zwischen... ... 10.000 und 20.000 Gold? Ich bin ziemlich sicher, es gibt offizielle Werte für Organe. Soll ich mal Chat-Cheap gefahren? Was kosten Organe in D&D? Ich habe die Polizei in ihrer Nähe verständigt. Och, nö, da habe ich schon ganz andere Sachen. D&D, na, ähm. Ich habe eine 450er Waffe. Wie? 453 macht die Schaden. Ein Piat des Steiner und im Gefängnis. Hm, hm. Meine Brille, ich kann wiedersehen. Mir reicht auch eines der Gläser, um in die Karten der anderen Spieler zu schauen. Aus dem anderen baue ich dir ein monokulares Fernrohr. Soll ich komme jetzt darüber? Hier. Damit kannst du die unsichtbaren, gewundenen Brücken sehen. Die stehen hier überall herum. Oh, hier ist der Brücke gefunden. Halte die Augen offen, es gibt hier noch viel mehr davon. Jetzt geht's hier einfach in die Hauptquest rein. Tja. Don't Abyss. Abyss ist auch ein interessanter Ort, an den ich die Spieler auch irgendwann mal schicken werde. Meinst du damit das Andertag oder meinst du damit die Hölle? Nein, ich meine das Abyss. Die Abgrund. Eine Ebene, die zwischen den neuen Höllen und der materialen Ebene liegt. Oh Gott, da hin, oh mein... Ich weiß noch, als ich ihre Lieblingsfigur war. Siehst ja, was dabei rausgekommen ist. Pass auf dich auf, Schicksalsbringer. Sonst fällt dir noch jemand in den Rücken. Das ist quasi wie die neuen Höllen, bloß harmloser. Ja, nee, nicht so wirklich. Und tschüss. Auf immer wiedersehen. Wenn ich mich recht erinnere, ist das der Ort, bei dem Dämonen her waren? Und die neuen Höllen waren für Teufeln, oder? Ich bin da nicht so tief in der Ort, dann. Ja, ich glaube, irgendwas mit Dämonen war da. Ja, ich... Ich habe mir das jetzt nur hergeleitet, weil ich weiß, dass Abyssal die Stache von Dämonen war. Ich will jetzt nichts Böses anhaben, einfach. Diese unfreundliche Art, wie sie Glatthaut gesagt hat. Ich bin beleidigt. Ich glaube, die würden es was Böses. Ich verstehe ehrlich gesagt überhaupt nicht, warum Haut so eine große Sache ist. Mal es dir zu trocken, aber wieder zu feucht. Egitt. Dann ist der Witz dabei. Tja, du kannst das nicht verstehen. Du hast keine Haut. Okay, der nächste, der Hautsack verbrennt spontan. Sie hat damit angefangen. Weißt du was? Du schlägst dir einsam in der Tiefe der Dunkelheit herum. Da kann ich ja wohl ein wenig eindringen hier. Tut mir leid. Ich habe schon sehr lange mit niemandem mehr geredet. Natürlich willst du hier durch. Ich kann dir wecken. Hier, nimm diese Schiffrein. Jetzt blicke auf den Schrein und lache die Worte durch dich fließen. Ich nicht. Aber du weißt ja, wo die sind. Nein, ich weiß nicht, wo die sind. Ich war hier noch nie. Da wollte ich immer schon mal einen Intensivkurs belegen. Hier geht's, danke. Nur die Gewundenen dürfen den Versunkenen Abgrund durchqueren. Diese Schiffre gewährt dir unsere Sprache. Oh, wir können jetzt ein Böse ersprechen. Du musst ihre Worte laut aussprechen, damit der Opfer-Tempel sich öffnet. Dies war einst ein heiliger Ort für mich und meine Schwestern, als wir uns den Himmel noch teilten. Vor der Zeit der Ketten, vor dem Ertrinken. Du musst zum Opfer-Tempel. Das Lasse-Grab. Darum findest du ein Licht, das uns den Durchgang... Das langst nicht das feuchte Grab ist. Das ist für jeden Feuch. Feuchte ist gut. Ich fühle sie echt ein wenig gruselig. Und nicht nur wegen dem Armort. Ja, sie verwendet so viele Nomen. Ketten, Ertrinken, Opfer-Tempel. Ja, und im Abyss gibt es laut Spielen, die Wicke, die ich mich nachguckt habe, gibt es da auch die Möglichkeit auf einer gewissen Ebene, ich glaube die Ebene der Portale heißt das, wo ich die Spiele hinschicken werde. Da gibt es auch Spiele, Leute aus der Overworld. Da laufen auch Händler durch und da ist da so ein bisschen... Willst du mich vielleicht einfach nach Sigil schicken, wenn du mit Portalen arbeiten möchtest? Ja, das ist so ein bisschen die Zwischenwelze zwischen... ...so wo Dämonen auch mal mit... ...mit sehr mutigen... ...Lebewesen in Kontakt kommen. Wie gesagt, möchtest du nicht vielleicht lieber das Setting um Sigil hier mal reinbeziehen? Ich glaube es könnte passen, aber... ...die Stadt der tausend Türen, das Zentrum vom Multiversum, wo Frieden zwischen allem herrscht. Ne, aber Dämonen sind später noch eine relativ story-relevante Sache. Daher... Ja gut. Es gibt da so einen Kult, der sich mit Dämonen einlässt und das ist so die... Das ist so seine... Das ist so die... ...die Legacy davon quasi. Das ist dann so die... ...dass die in den Abyss reingegangen sind und dass sich dort... ...sich dort die Dämonen gefangen haben. Elektrischer Tod! Spricht ja nichts, die geht ja da hinten, da kann ich dir... ...da kann ich dir ja leider nicht reinreden. Nö. Ja, Dämonen werden später noch eine fiese Sache. Die Spieler haben aber noch nichts davon. Du solltest vor allem sowas wie Arcana Lost benutzen. Arcana was? Äh, die Fuchs-Dämonen. Nein, ich hab die... Ich hab ein paar... Ich weiß nicht wie sie heißen, aber... ...die heißen... ...die hab ich umgenannt für meine... ...für meine... ...für meine Welt, aber... ...die... ...ja, ich bin mal wieder am sterben. Das sind Dämonen, die... ...die... ...menschen besehen können. Die sich... Ach so, die... ...gestaltlose Dämonen, die... ...die... ...besitzer ergreifen können. Das wird später noch richtig... Das können tatsächlich die meisten. ...wird ziemlich lustig später. Ähm... Ich brauch was dafür. Ich brauch was für die... ...was währenddessen passiert. So ein bisschen so ein... ...also als Parallelstrang damit... ...damit's nicht immer... ...das dann... ...wer dann irgendwann das einführen... ...das dann... ...das dann... ...das dann so... ...so als Ablenkung vom Hauptziel. Das müssen da so... Eigentlich ist die böse Herrscherin das Hauptziel... ...aber dann irgendwann... ...merke ich so, uff... Ähm... ...die gibt's noch an... ...was anderes. Das ist nicht das einzige Problem... ...was wir hier haben. Schlecht gekämpft, aber gut gestaubt. Ja... ...ja... ...drill... ...vertagen. Das Zeug, das wir vorlesen sollen... ...klingt echt bösartig. Das Zeug, das wir vorlesen sollen. Ja... ...ein Rezept mit Menschenfleisch. Ah... ...ah... 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 ...ih... 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 ...sass gibt's Probleme mit der Altersfreigabe. Sie meinte... Sie meinte das Spiel hier. Achso... ...die macht Meta-Kommentare. Ja... ...die kann sie nur. Ich kann sie nur... ...mache... ...ein Opfer mehr für den Seelenturm. Ich kann sie nur... ...kann sie auch... ...kann sie nur... ...schum... ...weil... ...undey... ...neine andere Richtung. Im Sancterbur... ...undey... 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 Oh shit... ...undey... Ich bin wieder am sterben Dankeschön Ey, ich bin gerade hier hochgekommen, damit ich hier sitze und dann springt der runter Na, wirds doch hier Ja, das macht die immer Klingt nach einem echten Reinfall Drill sind das nicht die Ostarten? Die irrsinnigen Schreie meiner ehemaligen Schwester Es war der totalen Reinfall Ich glaub das war ein Kind Ich werfe die Sense Ich stelle Jetzt steht hier Dex aus 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 Dingens Ja, ich weiß schon was du meinst Baumstation Waren unsicher was von beiden mit T und welches was von beiden mit K geschrieben wird So, da hinten müssen wir lang Was war das nochmal? Ich glaub das war Parasiten Das war dieser Dieser Es war quasi Star Trek Venomin langweilig Ja Die Kreatoren die in Menschen leben Nicht Menschen aber in anderen Was auch immer die sind Was auch immer die sind Menschlichen Humanoiden In Star Trek ist das sowieso alles Humanoid Nicht unbedingt Es gibt ein Es gibt ein Es gibt ein Zwei Wesen die ziemlich Ja Ja stimmt Die sind für gewöhnlich böse Wie zum Beispiel Es gibt da diese Es gibt da diese diese Kopf Kopfdinger die da irgendwie in dem Kopfhüßler die in die singen Anzüge rumlaufen und irgendwie das da Die sind auch Tumanoid Hätt ich gesehen Und es gab Es gab mal irgendwie es gab es einen Einzweiten Team G Es gab die developed und so müssen ja die alle delaktinnen gemacht hat Es gab auch diesen riesigen Crystal ding Das mit dem Blätter Von Wäthl Und dann geht's natürlich schuhe er ist nicht jetzt quasi gott aber die kann man nicht wirklich als humanoid bezeichnen nun wurde eine humanoid die vorm annehmen kann aber er ist nicht humanoid ja ich finde immer noch so wild dass sie in Q getötet haben um in der nächsten folge zu bewillen dass er nicht sterben kann oder sowas ich würde gerade fragen der kann sterben theoretisch ja es ist ein Q mal gestorben und ja in Next Generation gibt es glaube ich auch noch diese die weibliche Q die in einer Folge kommt es gibt auch seinen Sohn also komm ah nein scheiße du hast vorher noch nicht gesehen oder ja sorry für den Spoiler ich habe nicht nachgedacht ich muss mal wieder Waffen Waffen verkaufen ja du musst echt endlich verbeuteln werden das ist so gut kam ich noch nicht dazu mir das zu kaufen wenn ich mal wieder Geld übrig habe du brauchst nur einen Monat Netflix auf der 690 die Worte sind gesprach verzichte halt einmal auf die Zigaretten und das Siegel ist gebrochen du kannst den Opfer teilen du weißt das nicht auch noch wieso habe ich nur das Gefühl dass wir die Opfer sind ich weiß nicht dass du nicht brauchst wir haben darüber nie geredet sie trägt viel zu dick auf ich bin nicht suizid gefährdet die Handlung schon aus einem Kilometer Abstand sehen du nicht für eine Glatzhaut jetzt das Matiker ist das ein bisschen in der wahrscheinlich kaputt eine Lunge vor 60 Jahren hätten die noch gesagt das ist gut für die Lunge da spült den ganzen Dreck raus und so wie ich momentan hier rumhuste mache ich wahrscheinlich auch noch andere Sachen ich habe ihre Reiten beobachtet und kenne sie gut wir müssen ein Feuer entzünden wieso ist hier eine Feuerstelle in einem unter Wasser na uh ... weil ... eh eh ehm... Spongebob Ein Feuer unter Wasser dann muss ich mal an Spongebob denken Das wird keine Linie Meine letzte Haune Ich bin ein Nebennull Meclerus war Der ist aber viel losgerade Meiner ist größer Vergeb' mir Okay, es gibt einen Grund für das Feuer Dies ist kein gewöhnliches Feuer Das ist kein gewöhnliches Feuer Einen feurigen Fisch, dessen Flammen Auch unter Wasser brennen Okay, aber Alle Fische sind gestorben Als wir den Ozean gesprengt haben Na schön Wir werden alle in einer Truhe Direkt vor euch Ach, in dieser Truhe Die schon immer da war Schön Das ist ein ziemlich toter Fisch Kann er trotzdem ein Feuer entzünden? Wow, Valentine Ich wusste gar nicht, dass wir einen Fischprofi unter uns haben Es ist ein magischer Fisch Und er trägt noch Süßmann Magisches Feuer in sich, okay? Wenn die Leute anfangen Über Logik nachzudenken Beenden wir nun die Opfergabe Klaro, wie viel Blut wird dafür benötigt? Der Fisch selbst ist das Opfer Ich nehme meine Zeitquests an Nein, lass das Nein, okay Versteht Jetzt muss ich halt wieder die Hauptquests auswählen Dann machen wir erst die Dann machen wir die Zeitquests So Sprechen Und in ihren Umgang Dessen bin ich Ich wünschte, ich hätte sie selbst retten können Aber ich sitze hier fest, seit die ganze verdammte Suppe explodiert ist Und diese Streitgut auf mich geworfen hat Oder Strandkuchen, zwar wie dem auch sein Bitte Verlöse meine Männer von der Verhexen die Seere Und mach diesen verdorbenen Hexen ein Hände Bevor sie noch mehr Unterhalt anrecken Hast die Hauptquests jetzt wieder ausgewählt, oder? Ja ja Ich lauf hier schon da Nicht ernten? Falsch gedacht Ist ja toll, wie sehr du dich in die Rolle des dummen Helden reinsteigerst Aber dir ist schon klar, dass du schnurstracks in ihre Falle tapst, oder? Der Dach nutzt wieder Sogar die anderen Idioten am Tisch durchschauen es Nee, ist ja nicht obdachlos Ich lebe meinen Job Ich hab wirklich ihn auch zu wenig Ich glaub er ist... Du kennst noch den Drachenburschen Das ja... Der gab es auch mal einen Ich hab ihn... Als ich noch jung war, hab ich ihn mal verfolgt Der gab es so einen Star Wars... Entschuldigung mal Ja, der war ziemlich auf Star Wars und Lego Zeug getrimmt Meine ich mich zu erinnern Uh, Legendary Der heißt glaub ich inzwischen... Ich glaub der hat seinen Kanal auch den Drachen genannt Vorwärts! Ich glaub der weiß nichts von dem anderen Doch, weiß er, das verpasst er mit dem anderen Kurz nach dem hat's dann der... Andere seine im Drachen genannt Zurück an den Schleifstein Und dann reicht der auch drachen Die klingel sieht ein bisschen stumpf aus Ja, hab was für dich Das kann ich gebrauchen Verkauf grad Sachen Oh, das ist ganz schön mitgenommen Ach, was für eine schöne... Ich warte mal hier Das ist eine Tafel Das ist eine Tafel Der rote Das ist eine Tafel Der der tafel Das ist eine Tafel Die rote Der rote Oh, ne Gehört es mir! Du weißt nicht, was du da hast! Weißt du, was ich beim Drachenlord so lustig finde? Du hast den gefunden! Er ist mittlerweile nicht mal mehr in den Top Ten der schlimmsten Personen auf YouTube. Der könnte sich tatsächlich wieder was aufbauen. Das ist gut. Wenn er nicht so ein gnadenloser Vollidiot wäre. Aber gut, das ist halt medizinisch, da kann er nichts für. Ich kann das Blut an dir von hier aus riechen. Ja, sich helfen zu lassen ist keine schlimme Sache. Ich meine damit eigentlich, dass er diagnostiziert, dass er knapp nicht geistig behindert ist. Dass der Problem hat, sieht ein Blinder. Ja, aber wie gesagt, er kann da halt wirklich für. Er kann was dafür, dass er nicht zum Psychiater geht und sich helfen lässt. Das sollte, das sollte viel, das sollte enttabilisiert werden. Sich psychologisch helfen zu lassen ist, wenn man Probleme hat, dann das ist kein... Viele Dinge sind heilbar. Der hat das sowieso. Ich meinte halt tatsächlich, dass er eine dumme Aktion halt... ...zübeergeben, wenn man bedenkt, dass er halt medizinisch dumm ist. Also, ja. Es gibt auch psychologische Krankungen, die nicht heilbar sind. Behinderung und... ...zübeergeben, die nicht heilbar sind. Die nicht heilbar sind, die nicht heilbar sind. Oh, der Glücksfaktor steigt! Eine Gulene Rüstung. Hast du mir die hingeschmissen? Die habe ich dir hingeschmissen. Die habe ich dir hingeschmissen. Ich habe eine neue. Die dürfte aber besser sein, als das, was du aktuell hast. Also von daher. Gefährten Schaden. Zauber Schaden. Ja, dein Wevern. Nimmt der Schaden? Nein, aber der macht Schaden. So. Kritsche Zaubertreffer-Chance. Regenerieren für den Gesundheitsfähigkeiten-Kritschance. Na dann. Ah, ne Quatsch, die hier ist besser für dich, tatsächlich. Gib mir gerade meine wieder, das ist für deine Klasse. Ich habe die gerade ausgerüstet. Die Schützregeln sind aber die schlechter. Gut, dann nehme ich die. Das bringt mir zwar von Fähigkeiten nichts, aber gut. Ist dann halt so. Oh Gott, ich hatte eben noch was. 350. Als ob ich schon wieder eine. 350. Nee, das ist schon, ey. Brauchst du noch eine. große rum wenn du da hast nahkampf waffen würde ich auch nehmen wenn du legendärer hast irgendwie oder hast du nachkampf waffen die mehr als 409 schaden macht probier mal aus was der kann nicht schlecht aus langkampf auf 170 habe ich hier meine größte waffe die ich habe die macht 261 schaden ja gut ich habe einen mit 409 wenn du einen bricht hast nehme ich die gerne noch so ja klar habe ich moment mit mehr als 260 schaden ok das fühle ich auch wenn sie wirklich mögen wenn ihr länger mit ihr quatsch das ist ja npcs das habe ich bei meinen auch gedacht ich war bisher nicht ja nicht mal geschafft den charakter in die hat die sollten zu haften ich wusste es ein letztes opfer muss noch gebracht werden es ist soweit und ich bringe es gerne ich werde dich begleiten was als meine schwestern auf die versuchung dreht rein fielen gab ich mir die schuld ich schwor wegen meiner sünden einsam zu bleiben aber du hast mir gezeigt dass man schweres nur an der seite von freunden durchstehen kann ich werde mich deine gruppe anschließen und bei der mission helfen nein was nein das stimmt doch was nicht sie lügt die verrückten schwestern der priesterin greifen an von ihren schändlichen zaubern angezogen schwestern ich trotze euch heute ebenso wie damals ihr könnt uns nicht aufhalten kämpft der dm gerade gegen die dm ja das ist das ganze ding dass der antagonist hier self-aware wurde und sich jetzt mit dem sticht das hatte ich aber auch in der proberunde schon eine runde wo ich dann einfach mit nbc gegen nbc kämpft habe das passiert in der runde sehr schnell was man mal tatsächlich machen könnte ist dass man zwei dms der eine ist für die abenteurer der andere ist gegen sie das habe ich das hast du irgendwo aus einem video das habe ich schon mal gehört es ist mir jetzt gerade eingefallen unterhaltend wie in dem video was du meinst den vorschlag habe ich schon mal gehört den höre ich nicht zum ersten mal gab es schon mal irgendwo im video das ist nicht deine das ist nicht deine idee da wirst du nicht aufkommen die haben schon mal voll gehört ja ich meinte aber er tatsächlich so wie hier was zum beispiel für jeden kritischen erfolg in die gruppe macht darf der andere einmal einen top point einwerfen der dann einfach passiert sei höflich zu tot wenn du es gibt zwei games und so ist die spielerwissen nie für wer auf ihrer seite ist sonst ist das dann so immer so zeitdeutige andeutungen machen so ein bisschen so mal so egal vielleicht ist es aus dem video ich glaube ich glaube nicht als ob das mir gerade spontan gekommen so wie ich das jetzt denke zumindest aber das könnte man wirklich mal machen das wäre glaube ich lustig letztendlich gibt es keine ideen die wirklich neu sind das ist wahr das ist immer schön alles schon irgendwie gehen ja das ist auch ein grund warum ich city of mist so mag du brauchst die ich dafür entschuldigen wenn du sachen klaus das ganze system basiert darauf dass du sachen klaus wir müssen wieder zurück ja musst du generell nicht gerade in dn die musste ich nicht dafür entschuldigen wenn aus versehen was gebaut hast mit absicht ja schon aber wenn du irgendwie wenn mal finde ich nicht ich hab ja auch mal wo was jetzt nichts geworden ist das ding gehabt einfach mal wie 1000 würfeln durch die netflix empfehlungsliste durchgehen und jeder der mitmacht kriegt einen film zugelost und muss daraus ein abenteuer machen du gibst also der aufgabe an die spiele nein generell jeder der mitmachen will auf einem offenen server wie gesagt ich müsste immer noch lego movie 2 irgendwie verarbeiten ich habe ihn nur noch nicht gesehen weil niemand mitmachen wollte bei sowas lohnt sich nicht den film zu gucken ja natürlich nicht als film aber wenn du halt irgendwie daraus was machen muss das spaßig am tisch ist das wird schwierig ich sag dir das wird schwierig das ist ein schön viel die nummer das war der eine andere der mitgemacht hat hat die wilden hühner teil 2 bekommen also ich glaube ich hab's doch noch gut erwischt und was wilden hühner teil 2 könnte man was machen mein erster versuch war einer von diesen dämlichen eberhofer bayern krimi es ist halt einfach so es ist irgendwie lego movie 2 hat nicht wirklich eine story das ist halt um jetzt irgendwie so ja irgendwie so zusammen und zusammen hängt um mir das so mir geschrieben hat irgendjemand jungen schreiber hatte da kein bock jetzt etwas leben und ich habe übrigens den zweiten teil von kreis von intel der film ist echt verwirrend geschrieben aber der gibt sinn wahrscheinlich meine liebe erster ich gucke aber erst mal teil 1 und ich kenne teil 1 und ich kenne das 4d kino erlebnis das für ein ding das ding was sie in legoland mal eine weile laufen gelassen haben legoland war ich auch noch nie es ist für kinder cool wenn du da nicht als kind reingehst ist es nicht cool ich hoffe ich als kind nicht rein wahrscheinlich weil deine eltern zu arm waren oder dich auch das nicht ich hatte sehr viele lego setz also ich war ein echtes lego kind es war irgendwie es war keine ahnung sind sie zu antikapitalistisch dafür oder was auch nicht wirklich keine ahnung ja dann gibt es keinen grund hast du nicht ich kann es dir nicht sagen wir sind nie hingefahren auch wenn es mir mehrfach gewünscht hätte mein team und ich wollten diese alten du kannst theoretisch jetzt hinfahren ironisch mit freund macht das bestimmt spaß vielleicht kannst du dich um sie das ne land muss ja auch noch irgendwann mal noch machen hab ich auch noch so da brauchst du geld das kannst du nicht leisten ich weiß wie dein geld voll klausi ich mein hey 40 euro für nen burger klar warum nicht sehr gut mehr senden das ist nicht übertrieben ja ich weiß dass die fucking star wars dass die lichtschwert griffe irgendwie 90 euro pro stück kosten ok der licht custom designed oder irgendwas ähnliches kosten einfach plain 90 euro zumindest soweit ich weiß kann auch sein dass die youtube über übertrieben haben bei denen ich das gesehen hab aber da mal irgendwie immer da mal drin gewesen sein muss irgendwie vielleicht irgendwann mal ich bevorzuge das phantasia land oder jetzt im moment aufgrund die grafische nähe er ist cool hier wo war ich schon mal hier ist das bricht mal heilung ja da haben wir nicht ein wo gab es dann europapark war ich auch noch nirgendwo ich war mal in dem wir waren das was das ist auch schon zehn 15 jahre ja da waren wir mal in hollands in so einem slakaren ist das ziemlich nah in meinem leben hat ihn verdammt vielen freizeitparks tatsächlich in sehr sehr wenigen und ein capture das gesagt der kommt nur einmal vor ich dachte er kommt nur einmal vor ist nicht einmal dabei wie sollte er hier ich habe außerdem den blitzfahrt zauber gelernt wer braucht schon redner wenn wir noch 15 zauberfluss im tank haben ich glaube er ist einfach auf dem spieltisch aufgetaucht und hat irgendwelche die dach die geredet ich habe ihn eingeholt ich habe ihn eingeholt ich habe die magic missile gefunden im ich werde in die fässer wo sind denn hier besser Da, wo ich gerade gesprengt habe. Nicht zum Gruß, nicht zum Bluten. Der Mann ist ein extrem guter Voice Actor, also, ja, ich glaube, der macht das gut. Der war auch ein guter Bowser. Ich bin gespannt, was kommt der Film raus? Keine Ahnung, wahrscheinlich nie so, wie sehr einer der Community angenommen wurde. Ich werde über diesen herrlichen Meereswurz verstreuen werden. Ich werde dann in der Scheiße zurückholen. Rebein, durchzahle ich Ihnen die Seite. Alles, Tag. Nehmen wir ein paar kleine Bossfälle jetzt. Jetzt wird jemand meine Zauberer... ...mein kleiner süßer Seelenverschlinger. Ich bin mal wieder am Sterben. Ich bin noch nicht fertig. Okay. Ich habe dem Gefallen getan. Glaub mir. Ich habe die traurigsten Fälle, die es verhandelt, die ihr gedacht habt. Das liegt mir doch das Licht weg. Der Zauber ist auf Logen. Na du, versuchen wir es mit einer anderen Stimme. Triff mich an jedem Feld vollständig am Logen. Ich glaube, dein Problem betrifft viel mehr als nur die Stimme. Krüße. Krüße. Vorlocken. Vorlocken springen die Blumen um die Blumen herum. Ich führe die Kraft der Blumen, die nicht meine Kondensatoren fliehen. Ich bin wie im Einklang mit dem... Vorlocken. Das wurde habe ich auch noch nicht mehr gehört. Jawohl, Flower Power. Ich habe ein paar gefundenen Brüder und Schwestern zum Chillen gesehen. Boah. Wahrscheinlich hast du das Wort nicht mehr gesehen, seitdem du eine komischen russischen Cartoons gesehen hast. Nee. Das habe ich eigentlich zuletzt im Deutschunterricht gehört. Und die beiden Alten. Los, versuche es auf deine Art. Damit dann der Teil kommt, wo ich mein Bestes gebe. Ja, ich bin am sterben, weil ich ins Feuerfass gewandt bin. Ich habe mein Fass erwischt. Beide. Beide? Wirklich? woanders nehmen die Clare die Brüder? Stufe 26. Das macht sich nice. Ok, plus 15 ist in der Zeit. Ich habe ein gesunkenes Piratenschutz gesehen, das vermutlich voll von Schätzen ist, die wir nutzen können. Macht Liebe, nicht Krieg? Was soll das? Willst du sie verführen? Die beiden Kopfkranken ist besser. Das tut es eigentlich immer. Ich wünschte, ich könnte dir den Kopf ab. Ein Verbotermann, wer lässt denn da den Kühl überhängen? Vielleicht kann ich den noch mal was spammen. Eine Stufe habe ich noch. Zuerst brauchen wir etwas Piraten, das passiere. Matrone, lass die Säbel blitzen oder so. Piraten lieben es zu kämpfen. Ich würde ja gerne loslegen, aber außer uns ist niemand her. Ihr seid sicher was ein, Matrone. Ja, ich bin geschafft. Schon gut. Ich glaube, ich habe jemanden gefunden. Ähm... Ach doch, hier komme ich raus. Oh, ich kann es kaum erwarten. Ich kann es kaum erwarten. Ich kann es nicht umbringen. Wir duften kurz. Scheinlich habe ich es verpasst. Das Schiff eines Teehändlers. Oh, diese Teehändler. Sehr gut. Meine Großmutter sagte, man solle niemals guten Tee oder eine gute Teehändler Stimme verschwenden. Bringen wir diese gefundenen Teehändler Stimme. Jetzt zu verabschieden. Jetzt zu verabschieden. Jetzt zu verabschieden. Um unsere Differenzen zu lösen. Dann ist diese Quest dann nicht vorbei. Keine Ahnung, aber sie nervt mich. Jetzt singt er auch noch. Ich verstehe die beiden Schlangenviecher, die gerade abgehauen sind. Sonst fühle ich sie irgendwie. Wow, ich bin überwältigt. Das war so intensiv und absolut grottenschlecht, dass es fast beeindruckend war. Äh, bravo? Ich werde meine echte Stimme verwenden. Ich will sie in echte Stimme verwenden. Ich will sie in echte Stimme verwenden. Wartezeit nicht. Ichschehle zisch! Hast du deine Schuffen poliert? Oder strahlst du von Natur aus so? Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich lasse alles nicht mehr aus. Ich stehe schon im Säurefass. Hey, meine Hübsche. Wenn ich einen Kiefer zum Ausrenken hätte, würde der jetzt auf dem Boden liegen. Er ist heiß. Finden die gerade Claptrap heiß? Ja. Ich habe das große Bedürfnis zu kotzen. Tu es einfach. Ja, warum rollst du nicht rein und wir beschränken die Details. Ich muss mich überweinen, Modi. Es ist zur Rechtseite weinen und mich überweinen. Ich muss mich überweinen. Es ist die Quest gerade, hier rumzulaufen und ihm zuzuhören. Ich habe mich noch nie an einem Roboter versucht. Komm schon, Blitzport. Oh, verdammt. Ich habe keine Zauberslots mehr. Ich muss hier raus. Oh, oh, oh. Das Spiel hat seine Zuschauer. Deine Spieler. Das Spiel hat Spieler. Er ist nur offen mit 47 Schaden. Er ist nur offen mit 47 Schaden. Nicht nach oben sehen. Totaufwunsch. Nicht zu danken. So, ich bin jetzt nur mal am sterben. Jo, ich überhaupt nicht. Zurück an die Arbeit. Wieder da. Endlich ein wenig Erleichterung. Genug geredet. Ich gehe. Da kann ich ruhen. Dies ist unser Land. Das wird dich auch weichen. Können wir nicht drun lassen. Können wir nicht drun lassen. Ach, Sand nicht. Nee. Es gab das Dauers-Anspiel. Hm. Hm. Oh nein, er steckt tief drin. Will ich wissen, worin er tief steckt. In Sand. Gott sei Dank nicht in einer von den Schlangen. 104 mal 2. Matose, ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Hilf mir. Der Sand verstopft mir die Filter. Zeig. Und gut ist. Ich blew. Oh ja. Du hast es hier. Du hast es da. Entferne Capture. Was machst du jetzt ohne mich? Ich kann sie schon sehen. Ich weiß nicht mehr, wo du bist. Tot. Ich hab versucht die Nacht zu kommen. Mach mal nicht. Hast du schon mal versucht einfach nicht tot zu sein? Ja, aber das war nicht so das Richtige. War nicht so toll. Ich weiß, manchmal will man es auch einfach nicht anders. Moment, kann ich mich selbst elektroschocken mit dem Move? Ich kann mich selbst elektroschocken mit dem Move? Wow, ist das doof. Ich glaub, es wird das tun. Keine Ahnung. Wenn ich einen Stompangriff ins Wasser mache, dann kann ich mich selbst elektroschocken. Oh, du hast mich gehauen. Oh, hey, du hast mich befreit und meine Stimmung repariert. Danke. Hier hat sie in der Stimmung wieder. Immer gern. Du musst nur was sagen. Ernsthaft. Noch ein Wort mit dieser Stimme und du kannst was erleben. Was für ein Tag. Nun, ich denke wir sollten Quimple die guten Neuigkeiten mitbehalten. Sprich mit Quimple. Blitzschlag. Dankeschön, der App zu bündelig bei uns. War das das SideQuest? Ich hoffe nicht. Ich hab mich um die Gewundenen gekümmert. Sehr attakt. Ich. Also sind die Verhandlungen gut verlaufen? Hat Diplomatie funktioniert? Wie ein Stufe 9, Blitzbringer. Soll das ein Witz sein? Das war der miserabelste Versuch, etwas gütlich zu regeln seit der Scheidung meiner Eltern. Und die haben sich Dämonenanwälte genommen, was ja nicht gesagt aberflüssig war. Aber es gibt einen Trostpreis. Die Gewundenen sind tot. Ah, ich verstehe. Nun, solange ich wieder in Ruhe arbeiten kann, bin ich zufrieden. Guck dir mal. Puh. Jetzt wo keine Feinde in der Nähe sind, kann ich mich endlich mal ausruhen. Stimmt. Ich geh mit Kasra sprechen. Schön. Ich hab einfach alles an Munition, was ich hatte, in ihn reingeballert. So muss das. Ich kann es mir leisten. Ich hab unbegrenzt Munition. Mit der einen Fähigkeit. Sandfresser. Ich hab's genug, warten wir nicht wieder. Ich hab voll mit allem. Lass mir auch ein paar Kills übrig. Ich hab mal vorbei. Es ist noch einer. So. So, weiter hier. Ich glaube, das war eine Zeitgröße. Neben mir. Das heißt, du hast uns das angetan. Ich hoffe nicht. So, wo geht's jetzt weiter? Keine Ahnung, aber ich hab da einen Würfel gesehen. Und da geht's hoch. Und das bringt mich. Glanzvoll, Babys! Level 28. Du bist Level 28 und Level 26. Das ist schön für dich. Okay, hier geht's nicht hoch. Und auch hier geht's hoch. Nur hier geht's nicht weiter. Exakt. Wo geht der zweite? Ich weiß es nicht. Ich kenne diesen Bereich nicht. Ich spiele einfach auf gut Glück. Ich würde sagen, über die Pilze. Wenn ich raten müsste. Ich probier's einfach mal hier. Ich hab zumindest die Kiste gefunden. Okay, geht's nicht damit. Willst du eine 827 x 2 Waffe? Ja, definitiv. Okay. Das macht näher. Das macht näher. Das ist doch nicht möglich. Aber diese Unsprüche. Warum gehst du so mit der Waffe? Und wo bist du? Ich hab... Ich hab... Ich hab'n random Raketenwerfer gerade einfach in der Kiste gefunden. Nice. Komm' ich zu dir. Das Ding hier. Zeig' mal. Ich kann Haftbomben schießen. Das ist mehr als erst doppelt von meiner maximalen Waffe. Ich kann die erste Tabelle werfen. 20. Davon geh' ich aus. Ah, und hier ist ein Automat. Du bist eine goldene Waffe mit 62. Nur die hab' ich dir irgendwann mal gegeben. Ich hab' keine goldene Waffen mehr, weil die zu wenig Schaden machen. Nächste Outstatus. So 5 komm' jetzt. Ach, das ist Schrott. Ich nehme dir etwas zurück. Nehme dich. Das behalte ich lieber. Genau wie mein Gräuel. Das kann ich gebrauchen. Wir sind zumindest grob auf dem richtigen Weg. Du weißt, wo du mich findest. Okay, wir sind überall. Ach. Warte ich das nächste Mal vor. Leichen geben keine guten Killer. Keine Munition, oder? Selbstnotiz! Ich brauche Munizion! Oh oh! Das nächste Mal sollte ich mir verdienen! Ich glaube in die falsche Richtung. Ähm, löse es! Was du willst, ist das Gesetz? Nein, ich bin auf jeden Fall von Satten. Nur von Influencern, ne? Ob das nicht. Ach, hast du keinen Merch? Doch, viel zu viel. Siehst du? Äh, wir müssen irgendwie da lang. Ich habe noch irgendwo meinen Merchmann nötig. Ach, von dem Typen. Wofür beide uns einig sind, dass der eine furchtbare Persönlichkeit hat. Fahrt's mal ab, dass du über dem was rauskommst. Was soll über den rauskommen, was man nicht schon weiß? Dass er so eine Community-Scheiße findet? Dass er ein egozentrisches Arschloch ist? Da gibt's nicht viel. Du kannst keinen schlechten Ruf kriegen, wenn der Ruf sowieso schon am Arsch ist. Leben, sterben und wiederleben. Was ist denn... Welche... was sind so denn YouTuber, die... Oh toll, eine neue Chance auf Leben. ...die nichts am Stecken haben. Wo du denkst, das ist noch so safe. Panuten, der hat nichts am Stecken, der ist... Ich wollte gerade sagen, es soll ja dieses Jahr noch eine Bombe gedroppt werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass es Gronkh ist, ist gegen 0%. Mein nächster Gäst wäre tatsächlich Paluten. Der hinterlässt überraschend viel verbrannte Erde bei seinen Aufnahmepartnern. Was? Ey, also Paluten hätte ich... Also Paluten, das ist... Paluten, der ist... Ich glaub nicht, dass der das... Da zweifle ich an meiner Menschenkenntnis, wenn das bei dem... Äh, also es... Ich sag mal so, ich glaube es hat einen Grund, warum zum Beispiel Zombie kein gutes Wort mehr über ihn zu verlieren hat. Was? Aber da gibt aber meine... Und natürlich sämtlichen Anspielungen und Fragen in dem Sinne aus dem Weg gehst. Und schon sehr peinlich berührt war, dass er seinen Schwein im Tiefs noch nach Dingens da benannt hatte. Ach du Scheiße. Ich glaube, da ist was am Kochen, aber das will mich auch nicht wundern. Ja, Paluten... Das hätte ich jetzt gar nicht... Das glaub ich aber gar nicht. Ich bin gespannt, ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber ich sag nur, das fühle mich nicht wundern. Der hinterlässt überraschend viel Scheiße im Hintergrund. Ja. Wow. Du hattest doch sowieso Beef mit ihm. Aber der Frau... Du hattest doch sowieso Beef mit ihm. Aber der hat Frau und Kind. Das haben viele andere auch. Ein letztes... Noch... 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 Noch ein Video rausgegangen, dass er... Dass er... Dass er... Dass er... Dass er... Dass er... Ich meine seine Videos sind in letzter Zeit eh nicht mehr... Der macht... Der macht irgendwie nur noch... Der... Irgendwelche weirden Games, die aussehen als hätte er eine Produktplatzierung dafür bekommen. Aha. Darf ich dich umarmen? Das ist schon mal kein gutes Zeichen. Ich sehne mich nach der Wärme eines anderen auf meiner Haut. Spielt irgendwie nur was ist... Sie hat das Haarwort gesagt. Der macht... Es ist irgendwie so... So irgendwie... Komm ihr... Was ich Maximum noch als letztes Test bezeichnen würde. Irgendwie. So was bei anderem. Da spielen momentan Spiele, die ich nicht... Die ich nicht als letztes Test spielen würde. Und ich spiele... Ich habe schon... Ich habe schon alle möglichen Scheiße als letztes Test gespielt. Lass uns einfach... Mit dem bösen Gott der Tiefe sprechen. Sollen wir? Wird sicher lustig. Du hast dein bestes Begeben, Schuss als Bringer. Aber du kannst nicht alle retten. Nicht mit einem Bankermasser wie ihr. Ich muss sagen, ich finde es lustig, dass hier der Dragonlord genau dieselben Kommentare abgibt, wie ich immer zu deinen Runden. Aha. Super. Mal gucken, dass wir gucken. Was hat denn jetzt die Zeit öffnen Licht? Also wie gesagt, der ist der einzige, der mir jetzt so spontan einfallen würde. Neben der ganzen ganz komischen... ...Dingens Trimax Bubble und dem ganzen Schwachsinn. Und den hatte ich sowieso generell nichts. Jetzt hat er ein Spiel gespielt namens BeamNG. Squadbusters hat er gespielt. F1-24. Du brengst schon auf Action, was? F1-24 halt, ne? Fishing RC. Nochmal BeamNG. BeamNG ist eigentlich sogar relativ groß. Mal... 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 Mal Crays. Ähm... Simulation... Ein paar Simulatorn auf dem Handy. Geometrie Dash hat er gespielt. Fernbus-Semulator. Da hängt er immer noch bei den alten Sachen. Hausbilder. Auch kein gutes Zeichen. Spielte... 1-2 Minecraft-Videos. Hausbilder. Brawl Stars. Einbrecher Simulator 2. Fahrrad-Simulator. Hausbilder. Krach-Simulator 24. Spiel zu Spiele, wo ich sagen würde... Topskin 2K25. So Spiele, die so wirklich so... Sachen, so die... Handy-Games und... und Sims und so was, wo ich dann sagen würde... Das würde ich nicht mal für einen Letztest anfassen. Naja, die Fan, das ist ziemlich cool, das was der Fahrrad-Simulator nennt. Das ist ziemlich cooles Spiel. Muss ich sagen. Da könnten wir auch mal reinschauen in den Stream. Ne, lass mal. Das ist wirklich lustig. Sag es deinen Freunden! Es gibt so viele... Aber du, es gibt so viele andere... Streamer und Tutor, wo wir Skandale vermuten würden. Ja, aber wie viele sind... Wie viele sind offen von den Guten? Welche sind so auf der Spitze der Spitze? Knossi! Okay, so kenne ich unseren Wackermann. Bei dem weiß man, was er an Dreck anstecken hat. Und zwar nichts. Der Mann ist halt ein Fernsehmann. Das ist ein großer Junge! Ein ganz großer Junge! Knossi ist so ein... So ein Kandidat. Bei dem weiß man, dass er alles für Erfolg wird. Dass er nur eine komplette künstliche Rolle spielt. Aber das hat er auch oft immer Elena gesagt. Da ist so in der Bubble drüber. Finde ich nicht, die sind assi, aber die sind halt keine... Tanzverboots! Arschlöcher! Den Bus haben wir sehr schnell. Der war viel zu leicht. Moment, ich bin trotzdem tot. Ich habe keine Munition mehr, warum habe ich keine Munition mehr? So lieb? Ich bin der Bankermaster und ich sage was geht! Ich bin der Bankermaster. Ich... ...neben... Null... Ein... ...und... Äh... Er lebt noch. Der Bosch. Ich weiß, ich hab's gesehen. Meiner ist größer! Keine Munition mehr? Oorch! Hey! Er ist erstaunlich nichts zu töten. Er ist ein Sprechenskloch. Der ist stark mit einer was guten Körpers. Hier gibt es Sinn, dass er gleich zu töten ist. Weil er wiederkommt. Oh no. Du kannst mir später danken, okay? Er ist jetzt tot. Nö. Drei Phasenbost. Wir versuchen alle Spaß zu haben. Du bestimmst doch eh die Regeln und hättest du nicht das Haarwort gesagt, würde sie noch leben. Ach, jetzt interessieren euch die Regeln. Hier kommt keine Regeln. Die Dreierregeln, ihr Nasen! War sie auf Sylt oder was? Sylt ist auch noch so ein Thema, ey. Ne, die Punk haben wieder eine Dremo auf Sylt angekündigt. Ich meinte ja die BWL-Typen, die alle so hart rechts sind, dass wir einfach casual an deinem Hitlergruß machen und so weiter. Ja. Das war so weird. Warum Sylt? Die Punker haben jetzt da, die Punker, die haben 49 Euro Tickets hier, oder beim 9 Euro Ticket, wie das damals war, auf Sylt waren. Die haben jetzt gesagt, sie kommen wieder. Es gibt auch einige, die einfach nie weg waren. Ja. Die haben hier ganz sehr spartes ins 9 Euro Ticket gesetzt. Und der stirbt in einem See. Und hier kommt, hier kommt der Drop. Nichts. Was? Wir gehen doch nicht, Tina. Wir spielen gar nicht, wir gehen. Na, da wird dir irgendwas gedroppt. Ja. Der Bosskampf war der Hammer. Also ein bisschen, aber... Und der Neuling ist voll der Oberarschtreter als Schicksalsbringer. Dann, äh, bleibt ihr also? Wie du schon sagtest, das Schicksal entzweit uns nicht. Es eint uns. Natürlich bleiben wir. Ich will wissen, wie es ausgeht. Und Kisara kann ja vielleicht als freundlicher Geist zurückkehren. Nein, sie ist tot, wenn du drüber entdeckst. Es ist abgeschlossen! Wo bleibt die Einblendung mit dem Glück? Es ist abgeschlossen! Erkennst du jetzt, wie kaputt sie eigentlich ist? All die Angst und all ihre Zweifel. Was glaubst du wohl, wie sie sie verarbeitet? In dieser Welt. Sie ist so grausam wie eine Göttin, aber nicht halb so verantwortlich. Ich mach das exakt das, was du und ich auch die ganze Zeit machen. Irgendwelche dummen, traumatischen Erlebnisse aus dem echten Leben in Ruhe. Ja, der wäre ab 27. Wir müssen uns missbrauchen und unsere Spieler quälen. Und was? Rät nur für dich. Hä? Als ob du das nicht machst. Das gehört doch wohl dazu. So, und ich hab... Top-Einstimmung. 26 und 26. Und 16. Plus 16. Abgegenzeit. Absolut. Einstimmung? Bis 26, was? Einstimmung 26. Ah, okay. Ich hab Einstimmung auch 26. Jau, das dauert jetzt... Dauert nur noch 10 Sekunden. Jemals wiederhergestellt werden kann, wenn die Welt entzweigerissen wurde. Wo geht's jetzt weiter? Vielleicht ist das Böse zu besiegen. Da muss man es komplett vernichten. Ich komm hier nicht mehr raus. Ist das durch das Gitter weg, oder? Wo bist du... Wo bist du hier rausgekommen? Durch den Seitenausgang. Jetzt Zeitausgang? Ja. Ach, da. Nein, da hinten. Der große Nord. Das große Loch hier. Hä, wie kommst du da rauf? Nur weil das der offensichtliche Ausgang ist, oder was? Da drüben war noch eine Kiste. Hier. Ein Jahr. Wenn da was für dich bei ist. Welche... Wo war eine Kiste? Hier unten. Wenn du direkt runterläufst. Hier. Hab ich da irgendwo kurz übersehen oder was? Was dabei für dich? 36x12. 36x9. 36x12. 36x9. Ja. Also nichts Gutes. Also nichts Gutes. Sieht wie schlängig. Schwester. Das mal. Mhm. Mhm. Oh, hier geht's noch irgendwo hin. Ah, zum Eingang. Oh, hier geht's noch. Oh, hier geht's noch hin. Wie viele Level gibt's eigentlich denn in diesem Spiel? Ich hab keine Ahnung. Mindestens 40. Weil da... Du hast in deinem... in der Spätsituation eine Superklasse oder was da wieder irgendwie das hieß. Ich hab... Ich hab keine Ahnung. Level 40 kriegt man Zugang zu... dem Mythos-Rang heißt das. Du musst es an Level 40 freigeschalten. Ich hab Level 40 freigeschalten. Wir töten jetzt erstmal. Wir bringen jetzt erstmal die Schwestern um. Ich habe Bart im Mund. Wieso hast du Bart im Mund? Was hat er dir eingetan? Keine Ahnung. Wie schmeckt denn? War noch Suppe drin? Das muss ich ändern. Was hat dir Bart Simpsons damit getan? Ich war er bei dem Streamer gerade. Was hat ein Streamer namens Bart? Nur ich darf gern. Äh, ja, Dingens, äh, bei Hartford Bart. Daran könnte ich mich gewöhnen. Unterhaltsam... ...als Contest Creator. Nicht... ...nicht als letzte Person abstempeln. Das haben wir gelernt. Na... Welcher hat der demnächst einen Skandal? Glaub ich nicht. Der gilt allgemein in der Szene, so was man hört. Der ist einer von denen wirklich gut. Das hat man bei Unger auch gesagt. Nein, bei dem... ...bei dem war schon sehr viele sehr früh bekannt. Ich brauche mal ein bisschen Healing. Ja. Sofort. Erinnerst du dich an die Tanzverbotsache? Welcher? Als Tanzverbot mal von irgendjemandem... ...als Ungemar von irgendjemandem gesagt wurde... ...Tanzverbot hätte einen leicht rassistischen Kommentar gemacht... ...und der dann so ausgerastet ist... ...und ihn von der Insel werfen wollte... ...inklusive Ficket nach Deutschland kaufen... Du, aber Tanzverbot ist... ...Tanzverbot ist auch ein... Der ist jetzt... Der ist echt... ...ein schlechter ist er nicht... ...aber ein guter auch nicht unbedingt. Das ist halt so ein besseres... Nö, er ist normal. Er ist eine normale Person... ...die halt Reichweite hat. Würde ich sagen. Das ist halt... Er ist halt... ...wirklich normal. Er macht halt Videos... ...von seinem letzten Aldi-Einkauf... ...mit unfassbar viel... ...Chips und... ...Käse. Das weiss ich. Ist jetzt nichts was ich feier... ...aber wenn läuft... Ich glaube das ist einer von denen... ...dem man trauen kann. Der sagt halt auch mal Sachen. Ich glaube nicht, dass der Dreck am Stecken hat. Zumindest nicht mehr als irgendjemand anders. Was sind denn noch so für... ...für... ...für Kratos... ...und... ...Frinster, die nichts zum Stecken haben? Ich kenn mich mit vielen Szenen nicht. Hallo? Ich glaube dieser eine... Ne, dieser eine Auto... ...kriegt der harte sein Skandar nicht... ...mit dem Straßenrennen schon. Ist ja vielleicht wie Honeyball oder so. Willkommen in der Familie! Ja? Ja so... ...so cozy Content... ...Honeyball... ...die war mal im Gronkh-Team mit drin... ...die ist da... ...au da nicht mehr... ...potenzial... ...die... ...Playful Dodo... ...ist doch so ne cozy Streamerin. Ich kann mir halt als nächstes tatsächlich am ehesten entweder verloten... ...oder die von Dr. Freud vorstellen. Maudadu glaube ich jetzt auch nicht, dass der... ...dass der so... ...dass die... ...die ist kaum überhaupt als Streamerin. Sorry. Sorry, sorry, sorry. Passiert mir immer noch. Ja. Ja, ich meine... Sie sind doch kaum noch als Streamerin. Ich weiß nicht mal, was hier überhaupt noch... ...an Beruf macht. Wahrscheinlich... ...die war letztens erst wieder ein Video hochgeladen. Das ist doch... Ich weiß, weil wahrscheinlich... ...die Kasse leer war. Dann... ...wann aktuell das Video. ...Zombie würde ich jetzt auch nicht... ...das... ...das ist jetzt auch... ...das ist jetzt auch... ...das ist jetzt auch... ...das ist auch jetzt ganz kein Skandal für... ...an Paluten würde ich auch nicht sagen. ...an Paluten wäre jetzt jetzt... ...ich... ...ich werde darauf... ...ich würde... ...ä... ...ä... ...Panuten ist jetzt... ...es ist nicht mehr die spannende Person, die er mal war, aber... ...ich sag nur... ...ich kann es hier vorstellen bei Ihnen. ...ich weiß nicht... ...ich weiß nicht... ...aber... ...und... 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 ...ich... ...perfekt... ...und man sagen könnte... ...eh... ...ich das jetzt... ...hättest dich auch mal raushalten können... ...jetzt hier... ...mhm... ...du musst du... ...den musst nicht zugeben... ...deinen Senf geben... ...manche... ...manche Kommentare... ...die wirklich... ...die... ...mhm... ...sagt doch auch keiner... ...was gegen er ist... ...der ist halt da... ...der wird auch immer da bleiben... ...ja... ...das ist jetzt... ...der ist definitiv... ...der von den Booten... ...ich würde ich jetzt so... ...per se auch nicht sagen... ...das ist halt... ...da... ...ey... ...Zio ist auch so einer... ...das... ...ich meine das ist der... ...für den interessiert mich niemand... ...der hat keine Reichweite... ...der hat jetzt sein eigenes Lego-Set... ...ich hab dem Gefallen getan... ...glaubt mir... ...ich meine... ...der hatte auch mit... ...der hatte auch... ...der gab es auch mal mit Karina... ...irgendwie... ...gab es irgendwie mal eine Sache... ...irgendwie... ...keine Ahnung... ...der hat sich von ihm getrennt... ...gaube er hat er sich da... ...irgendwie auf die falsche Seite gestellt... ...irgendwie... ...irgendwas komisches... ...ehalb kommt dann auch irgendwann... ...was ans Licht... ...keine Ahnung... ...der macht auf jeden Fall... ...immer so eine Großprojekte... ...und das war's... ...was ich von ihm mitkrieg... ...ich finde ihn jetzt nicht unsympathisch... ...oder... ...ich guck seine Videos... ...aber gerne... ...die man da... ...seine Videos... ...und das da... ...die... ...seine Videos... ...um andere YouTuber... ...seine... ...ich bin... ...ich bin ehrlich... ...der Content ist mir zu... ...zehn Jahre alt... ...ehrlich gesagt... ...Plancton... ...das ist auch normal... ...Den... ...ich glaub... ...für den interessiert sich... ...wirklich niemand... ...der ist halt da... ...mehr als für CEO... ...das ist wahr... ...Plancton... ...der kriegt auch dieses... ...Plancton... ...kriegt dieses Jahr noch... ...seine Million... ...eine erster... ...Millionen Abonnenten... ...ja das stimmt... ...aber was soll bei dem rauskommen... ...der reden darüber nicht... ...der ist halt die Kunstfigur online... ...der... ...die es verkackt hat... ...einen Flugschein zu machen... ...er deswegen... ...wir reden hier gerade... ...über Personen... ...die nicht... ...die nicht zum Stecken haben... ...ein Würfel... ...nehmen wir... ...ja weil die halt... ...realistisch... ...Magie... ...auch mehr Glück für dich... ...Mamacita... ...und den Keller verscharrt... ...aber trotzdem... ...das tut ja nicht zur Sache... ...Wer ist denn aktuell so... ...die Spitze von... ...Youtube und Twitch Deutschland? Pff... ...da gibt's keine Spitze... ...Gronc... ...Gronc ist die Spitze... ...Du meintest ja sowieso... ...dass da irgendwas aktuell... ...wieder läuft... ...aber das ist ja wieder... ...n Twitter Shitstorm... ...die kommen... ...jede Woche... ...nix... ...nix wirklich ernsthaft ist... ...der hat immer mal wieder... ...so ein bisschen... ...Precht hat er mal wieder gesagt... ...dass auch was Legacy... ...spielen will oder so... ...das ist das da... ...ja... ...das ist halt das Problem... ...bei dem kann man halt... ...die Shitstorms nicht ernst nehmen... ...weil... ...die Shitstorms nicht ernst nehmen... ...ich meine... ...Lass uns jetzt nicht... ...über JK Rowling reden... ...die hier... ...du meinst die... ...die immer noch... ...Anti... ...Trans... ...und rechte Organisationen... ...unterstützt mit ihrem Geld? Oha... ...und immer mehr... ...und da kommt immer mehr ans Licht... ...die ist da... ...mit jedem... ...jeden Wort... ...was die... ...was die aus... ...aus hier nur... ...maulen... ...gut... ...kommt ernst... ...und die Bücher sind nicht mal gut... ...die Neuen Meister... ...ja... ...die Neuen... ...ja... ...weil... ...die Neuen... ...und nicht über hier... ...die... ...die... ...das neue... ...Körterbuch... ...neu ist das auch nicht mehr... ...aber hier... ...wie heißt das... ...hier... ...die... ...ähm... ...du meinst die schlechte... ...Fan-Fiction? ...wie hieß das hier... ...ähm... ...Cursed Child... ...das dann... ...ja... ...wobei das Theaterstück... ...soll ja gut sein... Ja, aber das ist... Voldemort und Bellatrix Lestrange haben ein Kind gekriegt. Ja, die Vorstellung hat viele euch verstanden. Nachhaltig. Ich wollte mal auf diesem Level, auf diesem Level spielt das Stück. Ich meine, nur mal blöd gefragt, wie alt war Voldemort so, als das passiert sein muss? 80? Ich meine, Harry Potter sind gute Bücher, aber die hatte auch damals keinen Plan, was sie schreibt. Wenn die jetzt nachträglich versucht, es gibt immer noch irgendwie veröffentlicht, wo sie nachträglich versucht zu rechtfertigen, die widerspricht sich selbst in ihrem Sachen. Ich hätte keine Ahnung von ihrer eigenen Welt, die dieser Schabendart. Nicht mal ihr Magie-Systeme gibt es denn, also ja. Es ist jetzt keine Ahnung von ihrer eigenen Welt. Kann ich. Aber dann! Ein weiterer Narr, der uns herausfordert, prüfen wir dein Leben. Sie hat wirklich mit Harry Potter eine geniale Sache erschaffen, aber... Sie hatte Glück. Sie hatte Glück. Das war... Aber sie hat nicht gewusst, was sie erschaffen hat. Sie ist dann jetzt so, dass sie ja da... Ich werfe mit einem Lied in meinem Herzen! Ich hatte keine Ahnung von der... Die Frau kann kein World-Welding, das haben wir auch schon in anderen Runden... Jetzt... Die hat sieben... Die hat genau sieben Glückstreffer geschaffen. Nacheinander. Ne, sie hatte vielleicht... Sie hatte zwei Glückstreffer, der Rest war halt dann Selbstläufer, weil die Leute bis gewollt, wie eben ausgeht. Seemänner waren schwache, kleine Dumpfbacken. Leicht zu besiegen. Wollen wir doch mal sehen, ob du zäher bist. Ich bringe Schatten! Was ist das hier? Wo sind wir hier drin? Ich muss die Schwestern zu sehen. So langsam gewöhne ich mich ans Töten. Oh, das mag ich. Ein starker Gegner. Aber nicht stark genug, um unserem Sirenen-Gesang zu... Wir können keinen Schaden machen, weil wir gut sind oder was. Mhm. Ach ja, ich bin stark genug, um jeden aufzuhalten, der diesen lieblichen Gesang beenden will. Schwestern, ich glaube, wir haben uns... ...unseren Champion gefunden. Champion. Geh und... ...besiege. Erlege. Töte. Käpt'n Klaue. Ja, ich werde Käpt'n Klaue töten. Ich hasse Käpt'n Klaue. Was denn? Haben uns diese Schlangentanten etwa verzaubert? Ja, ihr müsst tun, was sie sagen. Hm, das erinnert mich an Carol. Äh. Will ich die Story hören? Bloß nicht. Es begann, als sich unsere Blicke in diesem Bistro auf Hedon 6 trafen. Jules, machen wir das jetzt, oder? Was hab ich eben gesagt? Müssen wir. Bloß nicht. Bloß nicht. Und der Typ redet über seine toxische Beziehung. Wo wir es gerade davon hatten, welche YouTuber fallen dir noch ein? Ich hab mir gerade nach Positiven gesucht, das ist dann so. Skandal, 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 Arschloch, Arschloch, Skandal, Neutral, hm, gibt keine Positivung mehr. Käpt'n Klaue, ich bringe ein Geschenk, das Geschenk des Todes, komm raus. Na schön, dann töte ich deine Haustiere, bis du dich zeigst. Ah ja. Das ist gerade sehr weird. Sag mal, die Krabben, die klingen echt definiert. Ne, du mitst hast voll. Die Krabben klingen sehr weird. Es ist gerade hier sehr laut. Jetzt aufhört, ziemliche Kerl. Fokus, Labib. Das Gebrühe von Käpt'n Klaue ist so stark, dass es den Zauber der Schlingelschwestern bricht. Na super. Können wir das jetzt umbringen? Was ist hier los? Wo bin ich? Wer bist du? Das habe ich mich auch gefragt, als die Schlingelschwester mich und meine Krabbenbrüder mit einem Fluch des Bewusstseins belegten. Ich fürchte, ich habe da noch ein paar weitere Fragen. Das ist Bewusstsein. Eine endlose Abfolge von Fragen, auf die es keine Antworten gibt. Wie erträgst du es so zu leben? Also wenn man es so sieht... Die Frage war rhetorisch. Es wird... Wir wollen zurück in unser altes Leben, als wir unbeschwert herumkrageln konnten. Denken zu können ist ein Fluch. Arme Krabben, bitte hilf uns. Gemeinsam können wir die Schwestern verdichten. Sehr gerne. Die Vermuschler zerstören. Das sind magische Resonanzverstärker, mit denen sie ihren Gesang intensivieren. Andere Waltung. Die Vermuschler. Aha. Und wieso konnten die Krabben die Vermuschler nicht selbst zerstören? Eine sehr gute Frage. Modi, was liegt am Strand, um das undeutlich zu verstehen? Eine Nuschel. Genau. Ich kenne die Dead-Jokes, keine Sorge. Wir hätten die Vermuschler ja selbst zerstören. Aber unsere Scheren sind eigentlich nur zirzierte. Das war uns vor dem Fluch der Schwester noch nie feindlich. Ich lerne gerade so viel. Nachdem du dich Vermuschler zerstört hast, können die Schwestern nicht nicht mehr mit schützen. Wir treffen uns bei ihrem Verständnis. Schwingelt euch doch mal aus eurem Löffer raus und stehlt euch uns! Na, das ist doch unser Freund! Klaue, Klaue! Wie bekommt ihr das Bewusstsein? Und unser Champion? Hm. Wir haben so viel Hoffnung in dich gesetzt. Eine Schande! Ah, okay. Die Krasse lassen wir am Leben, um sich im Schmerz ihre Existenz zu sohlen. Aber mit dir... Mit dir werden wir ein bisschen Spaß haben. Und dann besiege ich ihn über meine Schwestern. Ich habe hier gerade immer krabben. Ich schlage schon zu, so gut ich kann. Ich habe hier gerade gegen krabben. Wer ist der beste kleine Seelenfresser? Ich habe sie, glaube ich, auf unserer Seite. Und ich greife mich an. Dann töte sie. Hab eine. Sieht ganz anders. Ich komme zu dir. Musst du nicht. Ich kann einen aus dem Leben kombonen. Wir werden sie retten! Wenn man die Spieler gegen ihre Verbünde kämpfen lassen will, muss man einfach die Eignisse ändern. Ich habe einen legendären Zauber gefunden. Muss man den Spieler einfach sagen, die kämpfen gegen den Feinds. Aber in Wirklichkeit sind das die. Muss man den Spieler nicht sagen, ihr müsst jetzt das machen und so. Das tut es doch nicht. Level 29 Level 27 So, wie kommen wir jetzt weiter? Zu Karnoksland Ist jetzt irgendwo eine Wand, wo wir hin müssen? Wo müssen wir hin? Wahrscheinlich über die Overworld, ich guck mal eben ob wir hier noch irgendwas haben Sieht nicht so aus Gut, machen wir die hier, würde ich sagen Ne Quatsch, wir machen die mit Phil, das war noch ein anderes Gebiet Ihr seid aus der Tiefe emporgestiegen und habt eine neue Abkürzung dauerhaft freigeschaltet Total Na schön, vielleicht war das ein wenig übertrieben Ihr wisst schon Tina Tina sind die Pferde durchgegangen Aber wir kriegen das wieder auf die Reihe, okay? Schicksalsbringer, du näherst dich dem ehemaligen Meeresrand Wo einst der Meeresspiegel war, thront nun eine steile Klippe Du musst einen Weg hinauffinden Ah ja Ah ja Wir machen jetzt erstmal das Zeug, was Phil uns will Ist das noch die Hauptquist, oder? Äh nö, das ist jetzt die Sidequist, die uns hier ein neues Gebiet kriegt Wie bei den Boden und bei den, äh, bei dem Berg Okay, wie lange wollen wir noch spielen? Das Gebiet hier noch Ich könnte nicht mal eine kurze Pause gebrauchen Weil bei mir sind es Ich würde gerne eine Pause machen Ich muss mal eine durchlüften Ich muss selber die Sauna verlassen Ich muss mal die Sauna kurz verlassen Verkauf immer die Schwach Ganz schwach Ein bisschen Waffen verkaufen, dann machen wir Pause Lass mal die Schmelze anwerfen Meines Noch was für meine Schrottsammlung Tja, jetzt gehört es mir Noch was für meine Schrottsammlung Ach, was für eine Schönheit Ja, gib rüber Ich nehme dir etwas Last ab Ziemlich viel Schrotts Nö... Tja, jetzt gehört es mir Noch was für meine Schrottsammlung Lass mich mal sehen ich bin hier schon halbwegs level durch machst du ohne mich weiter immer na dann viel spaß dir bis gleich wie dumm sind wir eigentlich ich meine man hätte hochklettern können sich da draufstellen und dann aber das wäre zu leicht ist so einfach das macht man ja nicht jetzt gehen wir den ganzen weg zurück und klauen ich glaube es wäre sinnvoller also da lernen die vielleicht doch was wie aus entner bricht aus und wenn das nicht auszuzitieren kannst du es natürlich versuchen aber wenn es nicht klappt dann sonst vielleicht mal darüber nachdenken ob es vielleicht die richtige zeitlich öffentlich ist ja ganz ehrlich ich glaube ich glaube der plan 100 liefstürze am tag machen und dann einfach die wand einreißen mit der fauce sinnvoller als das dann lauf und springen über die mauer an einer niedrigen stelle das ist natürlich schon irgendwie gut an einfach auf die zuzugehen und sie einfach mit einem schuss das ist natürlich auch mit der fauce sinnvoller als der fauce sinnvoller als der fauce zu ich habe gerade eine dynamit stelle gerade gerade nach oben in luft geworfen deswegen habe ich auch nein gesagt ja ja das sollte man vielleicht nicht machen das habe ich auch schon getan okay hier müssen beine ran man das baumfernen mal ein bisschen leichter ja ich meine wir haben eh unbegrenzt dynamit von daher warum solltest du es nicht tun ja ja natürlich ja ja diese grundsatzung ein bisschen mehr freien gefühlt stimme ja gute nacht laufgut die unsprache spricht dazu jetzt würden sie dir was bedritten ja jetzt bin ich nur kurz drücken oh das ist der das ist der das ist der Glitch jetzt habe ich es unbewusst gemacht vielleicht kann ich euch mal zeigen damit kann man etwas was zum spiel gar nicht das ist der nicht bescheuert nicht das ist sondern den nicht die du starb sie da um genau zu sein, ein paar von den Gemeinschaftsraum, wir haben uns reingemacht, ich hoffe wir kommen hier noch raus, Gemeinschaftsraum von Glyphindor, wir haben jetzt sogar Flurkulbe gefunden, können wir jederzeit hier hin oder was, fast Kopfnose weg, fast Kopfnose weg, das ist fantastisch, schaut euch hier um, die dürfen im Gemeinschaftsraum, was jetzt Hufflepuff hier immer sein würde, Freiheit, bis draußen ist dann der Meister des Vaters, es muss doch irgendeinen Hinweis darauf geben, was damals wirklich passiert ist, und etwas, was meinen Vater entlastet, und Dr. Marcelles falsches Spiel aufgeht, auch gut, dann muss ich nur noch wissen, wo genau das Haus ist, und wie man dieses Ding hier erfährt. Ja, das war's, er hat immer gefragt, ob der überhaupt Auto fahren kann. Wo bin ich? Was ist passiert? Es gab scheinbar eine Art Unfall. Harvey? Harvey, geht es dir gut? Ich bin okay. Dir passiert nicht so schnell was, wenn deine dürme Säule aus Frottee ist. Aber wir haben ganz viele Sachen verloren. Nein, da muss ich vielleicht auch nicht so schnell was machen, Nein, da bist du in seinem Betafel und Ketchup und so weiter. Nein! Wir haben einen Jungen gemacht! Ich habe gar nichts gemacht! Aidenwald! Er wollte mich nur beschütten! Er wollte... Wir erreichen jetzt wirklich mit deinen Ausreden! Nein, nein! Mit wem! Mäßchen! Heißt du! Der Scheiß-Vater! Geh, he! Wirst du deinem Kind nicht wehtun! Was für ein junger Vater! Ich bin die Strom mit's alles! So, wieder ein bisschen abgekühlt. Hast du das Level schon geschafft? ist schon nicht weiter gespielt nur ein paar meter ist übrigens ein würfel ich weiß da kommen wir noch nicht an wahrscheinlich von oben was gibt es denn für themen die man die man so näher besprechen kann die nicht mit skandalen oder mit diese ganze welt sind wohl auf skandal und scheiße auf trets gibt es seit heute man einen beitrag mit mit einem hashtag zu breit und vielleicht gibt es so ein schönes schönes regenbogen konfetti effekt naja also schon wieder schon wieder ein ding wo eine firma sich als offen und toll hinstellt und es sind nur konfetti und das gibt es auf das gibt es auf das ist nichts besonderes das gibt es beim blütenfest genau das was man da das man jetzt das blüten japanische neue jahre und wenn ich in diesem schnell gab es noch irgendwie ja das machen die unternehmen aber nur um sich als china nah und toll hätte zu stellen es gibt es vor allem wenn zu halloween gibt es kürbisse die über den bildschirm laufen das ist halt jetzt zu jedem irgendwie halbwegs gebrüchlichen fest bei nebenbei kein mensch benutzt ich benutze das aktiv warum dann einige fliehen wesentlich gute plattform ist facebook es ist jetzt zu geben ist auch facebook ich finde es richtig ich finde ich finde es richtig ich habe einige ich habe schon einige leute über die die babbeln wenn ich da geraten bin das relativ macht da echt spaß da interessanter kunde der gepostet wird das twitter irgendwie nur besser ich kann ich wirklich empfehlen also mir macht es da mir macht sich doch ich bin ich gerade vor dem gestorben während ich habe ich habe die ganze zeit nur auf die ganze zeit gedevelt ich auch und es rechte sich aber ich mag die last cannon builds von daher alles gut mag aber wie die welt hier sein ich mag das piraten thema wenn es jetzt schon die dritte welt mit piraten thema aber diesmal du machst doch generell keine social media also dann gibt es irgendwelche social media auf dem du bist außer Discord ich meine nicht mehr twitter habe ich mal eine weile benutzt dann hat es wieder eine maske gekauft dann wurde es den spot zu bekämpfen dann habe ich nicht mehr benutzt ja und fetz ist ein gutes twitter ersatz das ist das was twitter eigentlich sein sollte wie lange denn wie lange denn bis die ganze scheiße rüber geschwemmt wird gar nicht ist noch das ist seit ewigkeiten es ist nicht passiert wie denn seit ewigkeiten warte mal bis der erste afd politiker von der plattform die sind schon dort moody die sind alle dort aber es gibt die die außer an ihren kleinen bubbles sind die dort nicht kriegst trats funktioniert auch anders als als twitter du kriegst die der algorithmus funktioniert nicht über hashtags sondern über code words innerhalb der texte das heißt du kriegst nur du kriegst nur das vorgeschlagen wird du kriegst du kriegst afd content nur wenn du afd da bist du kriegst die ganzen bots und so rassistischen sagen gar nicht aber du kannst dich bewusst dafür entscheiden also wenn du wenn du willst wenn du so einen scheiß sehen willst musst du nur ein zwei post in dem sinne absetzen und dann kommst du in diese rein dass die konten siehst hängt stark davon ab was du selbst schreibst wirst du wenn du ja wie gesagt das ist aber auch wieder scheiße weil du dann immer nur in irgendwelchen kleinen und so kann man sitzen wenn du von pinken einhörnern noch schlimmer wissen dann von pinken einhörnern und von von super politik und äh und aktivismus schreibst dann kriegst du politik und aktivismus zu sehen wenn du über gaming geredet kriegst du gaming content zu sehen und so mixt sich deine bambe zusammen jetzt auch wieder scheiße eben aus dem grund weil du dann in irgendwie beschissenen kleinen echo kammern sitzt und dann die ganzen rechten wieder immer radikaler werden die ganze scheiße es macht auch nicht besser die alternative ist dass du dass du dass du nicht wenden also du meckerst darüber dass du dass du rechte leute lesen musst und den ganzen und die ganzen scheinen nein man redest darüber dass das nicht ist natürlich musst du du musst natürlich du musst natürlich immer auch wenn du wenn du so blöd bist und dass du es nicht sehen kannst dass das dass das dass du in der bubble lebst dann da ist das stimmen aber du musst das muss dann mit offenem auge durch die welt gehen und da und hallo penguin tritt 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 wir haben hier im chat ja schön kaum reden wir das über beschissen social media schauchten leute auf ja mein partit ist ich hasse social media ich hab's mal gemocht aber es war ein fehler ich komm ich hasse es auch irgendwie ich hasse es das ist eine große hassliebe das tut nichts zur sache das erinnert nichts an meinem argument dass social media alles egal in welche richtung nur schlimmer und radikaler macht aber nur aber nur weil weil leute nicht wollen nicht intelligent damit umgehen weil leute und sich dumme leute dann vereinigen und zu gefährlichen dummen leuten werden das ganze problem bei der scheiße die dorftrottel werden zu einer riesigen vereinigung mit einer großen keule quasi dann hast du irgendwelche sachen wie alte leute irgendwelche politiker mit waffen versuchen umzubringen du siehst du mal das schlechteste du hast du mal das schlechteste und ich sehe das den spaß den man hat wenn man gemeinsam in seiner in einer bubble drin sitzt die einem die einem das bietet was einem ich bin das ist süß ich habe gerade einen kleinen äh 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 im babyhine schleife irgendwie aber das ist süß das ist absolut ich habe keinen blach ich habe keinen blacharsch aber fast so wie der aussieht Das ist ziemlich süß. Wie heißt der Poki? Der macht jetzt interaktive Musikvideos. Der Hai? Siehst du, das ist Social Media, was ich zum Beispiel mag. Steam Community Foren. Ja, dann geh in deine Steam Community Foren. Mir geht es um den Spaß, den ich gemeinsam mit anderen Leuten habe, die meine Interessen teilen. Und du siehst immer die große Verderbung der Gesellschaft und das große Stimme. Das geht in die Wache rum, alles ist Skandal, alles ist tot, alles ist schrecklich, alles ist schlimm. Ich bin ein kaputter Mensch, das wissen wir beide. Pirates Pets Park. Ein Tierpark. Ich glaube wir haben sie verloren. Guitar Time? Nee, ist gar keine Gitarre. Guitar Time. Du musst da irgendwas kennen. Ist das ein Spiel, oder? Sagt dir Guitar Time etwas? Der Stress kann es sich nicht erleichtern. Wo ist das denn? Das ist jetzt Heaven TV Emotes. Achso, das sind jetzt Emotes, die mir Textbasiert angezeigt werden, weil ich diese Poser weiter unterfündig habe. Ah, okay. Lass uns darum mal reden, das Spiel von Poki, das ist ja genial. Es ist okay gewesen. Der Mann kann keine enden, aber das konnte er noch nicht. Ja, der Ponyer. Er kann seine Abenteuer nicht richtig auflösen. Ja, das kenne ich aber auch. Endenstein ist das Schlimmste. Aber du. Das ist kein Vorwurf. Bis dahin war es ja alles lustig. Wie lange hat er dafür gebraucht, um das zu machen? Sechs Wochen. Die Chance. Ohne keine Waffe. Wieso reift uns der Babyhai an? Das ist nicht der richtige Ort. Passt nicht. Der kleine Poki. Hm. Er hat nichts gemacht. So ist das manchmal. Folg ihm einfach. Er wird die richtige Stelle schon noch finden. Zauberklingende Assasin. 188 Schaden. Das ist ein... Nahkampfwaffe, die bräuchte ich. Ich bin Nahkampfwaffe. Das ist ein... Das ist ein... Das ist ein... Das ist ein... Das ist ein Zauberstab. Ein Sternen-Zauberstab. Wie gesagt, wenn es eine Nahkampfwaffe ist, gib sie mir mal eben. Weil ich bin Nahkampfbild. Meins. Eilseitung aus dem All. Wie war ich so weit auf Nahkampf? Ich krieg massiven extra Bonusschaden auf Nahkampfangriffe. Von daher. Das Ding hat... Das Ding hat... Das Ding hat 188 Schaden. Nahkampfangriffe sind zusätzlich durch einen Zauberstab erhöht. Oha. Ne, den behalte ich. Das ist... Sucht ihr deinen eigenen Sailor-Mondstab. Gut. Weit halt nur... Eine Sache, weil die bei mir nützlicher ist. Gut, dann bleibe ich bei meinen 409 Schaden. Im Nahkampf. Das hat, glaube ich, einige Boni. Ich muss mal gucken, wie viel das hat. Das hat auch noch einen 80% Schaden. Für 6 Sekunden. Nahkampfangriffe... Nein, nein. Das muss mal ausprobieren. Kannst du den 300... Wir müssen den bester Freund Ball nehmen. Ich habe einfach einen Sailor-Mondstab bekommen. Warte. 147 Mal habe ich den Anus meines Meisters durchquert. Den was... Den was... Was gemacht. Worauf fragtest du? Wie Pum... Dass den was deines Fass durchquert. Nein, nein. Nicht nochmal. Was habe ich nur verbrochen, um das zu verdienen? Ich kann nicht dahin zurückgehen. Ich kann nicht. Jetzt ist es Zeit für Pumse den Park zu besuchen. Du magst den Park nicht, wahr? Kleiner Kuschel-Wuschel. Also, zack. Warum müssen wir einer klischeehaften alten Frau gerade dabei helfen, ihren Hund auszuführen? Äh, süß. Ja, das schon, aber... Warum ist das so eine akkurate, normale alte Frau? Oh. Oh, süß. Was? Ist das ein Seewaffel? Schaff das wie hier weg! Ja! Der Park ist für Krabben, Volk, du Idiot! Sieht das hier aus wie ein Aquarium, oder was? Ja! Ja! Pookie spielt gern mit seinen kleinen Freunden. Aber pass auf, dass es nicht zu wild wird. Er ist ein empfindlicher Junge. Seht euch nur diesen dummen Weltmann, der denkt, er könnte hier einfach so hereinspazieren, ohne dass wir was dagegen unternehmen. Das ist eine Beleidigung, jawoll! Seewaag, Leute! Meine Güte! Oh, diese fiesen Kerle! Psst! Hey, du! Auf Pookie's Halsband ist eine klitzekleine Rune. Triff sie für mich! Spielzeiten! Ich will... Ach, du Scheiße! Ähm... Pookie ist böse geworden. Nö! Lass sie... Lass sie einfach die Skelette umbringen. Ich werde ihn nicht erschießen, auch wenn er jetzt groß und riesig geworden ist. Wir können ihn auch nicht erschießen. Wir können niemanden hier erschießen, so wirklich. Ist immer noch der süße kleine Pookie. Auch wenn er jetzt riesig geworden ist. Aber die Piraten können wir erschießen. Müssen wir sogar... Müssen wir sogar... Müssen wir kurz den... Chataktiven... Oder die... Chataktiven... Versprechen. Nö! Eine gewisse Commands. Muss in meinem Chat News werden. Mache nur aggressive Werbung. Wir machen die Aktion Werbung. Mach ausnahmsweise mal was für den guten Zweck. Okay. Ach du, ach du machst Werbung, okay. Ich habe eine komische Spendenaktion da. Ich weiß. Leute könnten theoretisch Sachen spenden. Nein, keine Sachen. Geld. Die dürfen mit Sicherheit auch eine alte Banane spenden. Nein, das geht über Better Plays. Da geht leider nur Geld. Man kann den Organisationen, die dort angegeben sind, auch Sachen zuschicken. Das ist natürlich die Hammer. Überraschend belegend. Es ist möglich. Ey, aber so schlecht ist die Spendenaktion diesmal gar nicht. Omas gegen rechts, sonst sind wir mit dabei. Die habe ich mit reingepackt in die Liste. Was hat denn da so lange gedauert? Jetzt sind wir in der Zeit. Und nach Zonen die Merch von Nazis aufkauft, also die Markenrichter uns. Oh. Ähm. Damit die das nicht mehr weiterverkaufen können. Ich bin sehr gerne in der Zonen. Jetzt müssen wir ihn töten. Und da noch keine Föcke. Okay, aufhören zu schießen. Wir haben einen sehr grossen Halsband. Wir gehen dort hier zurück, wo du es gefunden hast. Du dämlicher Arschkriecher. Hat die das gerade Arschkriecher genannt? Ja. Woher wartest du? Auf einen Keks? Runter von meinem Grundstück, du Flachzange. Und komm gerne runter von meinem Rasen. Ja. Sie ist eine sehr akkurate... Alte Frau natürlich hat sie das. Jetzt hat sich jemand Stolzmonat gesichert. Das ist mal stabil. Ja, das habe ich auch gehört. Die... Das war ja letztes Jahr so aktiv. Und dieses Jahr wollten die Rechten wieder den Stolzmonat für sich nehmen. Aber da hat sich irgendjemand die Markenrechte drauf gesichert. Und jeder Merch, der von den Rechten für einen Stolzmonat verkauft wird, der landet jetzt erstmal vor Markenricht. Yay. Nice. Der Stolzmonat findet nicht mehr statt. Das ist... Zumindest alles, was da finanziell läuft, ist am Hintern. Und die Aktion finde ich auch großartig. Bitte spendet es da mal hin. Also die... Ich weiß gerade den Namen, ich weiß es spät. Aber die... Das hier... Das hier... Das... Ich glaube... Das Bündnis gegen Rechts... Oder irgendwie gibt es da irgendwie... Das... Die... 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 Die Markenricht an... An rechten... An rechten Codes irgendwie... Das... 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 Das darf einfach nicht mehr verkauft werden. Das ist dann einfach auf einmal... Das... Jeder, der jetzt diese Nazi-Codes irgendwie verkauft in seinem Laden... Ich... Ich... Muss einfach da... Bußgeld zum Bezahlen an... An... An den linken Verein. Das ist halt einfach... Und dann irgendwann... Fangen die Linker an die Sachen zu verkaufen. Sag mal, bist du bescheuert? Was? Du hast... Du hast nicht gerade ernsthaft dieses Kürzel in meinen Chat geschrieben? Sag mal, Pen... Sag mal, Penguin... Bist du... Bist du... Bist du... I... Ich... Ich muss nicht, Frau Melgesin, jetzt bannen. Ja, ich weiß doch, dass du nicht rechts bist. Ich weiß, dass du... Ich weiß, dass du... Aber ich kann dich... Ich muss nicht... Ich kann dich... Ich muss dich für den Begriff jetzt von Twitch wegen her bannen, eigentlich... das ist verfassungswidriger begriff ein verfassungswidrigeres kotze ich kenne dich ist es das muss ich mal nachsehen dass du musst nachsehen was dieser begriff bedeutet ich bin jetzt ist sorry aber ich will das aufgeklärt alles gut es ist nicht beruhigen wir uns alle mal trinken alter bitte streit bitte schreibt schreibt solche kürze nicht in meinen chat wenn das irgendjemand nein nein es ist das gibt kein viel schlimmeres passieren wenn das jemand kannst du immer noch sagen du hast es danach gelöscht und aufgeklärt wird sich niemand drüber oder mädel keine ahnung noch nicht rausgefunden irgendwo hier ist einer von meinen schuss an mein fresse machen wir doch nicht so nah war schon schlimm genug dass das aus dass das buch der bier trabieren niemand hat mehr angst vor mir oder bittet mich möbel zu verrücken oder mein herz schreibt keinen nazi kurz an meinem chat ich weiß dass du keine rechte bist was passiert dann mit meiner dämonischen hälfte fühle ich mich dann in der liebe fresse das waren glaube ich gerade zwei herzinfarkte gleichzeitig so wo geht es weiter hier im chat klopf an die kiste wo geht es weiter hier wir haben ja einen hammerkopf durch kiste aber noch mal Ah, das ist okay. Das war's dann auch. Hat mich der gerade gekillt? Ja. Das war's mit meinem Stream. Jetzt hat's wahrscheinlich irgendwer gescreenshottet, der noch im Chat ist und jetzt war's das mit meinem Stream. Bei mir ist keiner im Chat, Moni. Da zähl ich mir einen Schleimschwachsinn. Doch hier. Lösst zur Sicherheit das VOD. Die. Die Penguen drin ist hier. Das ist im Chat. Ich muss das VOD gar nicht hochladen. Ich werde das auf YouTube machen. Ich bin aus härferem Holz geschlägt. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht würde ich da hinten. Vielleicht solltest du den Teil dann rausschneiden. Nur sicherheitshalber. Könnt ihr sonst in 10 Jahren, wenn du deine eigene Insel besitzt, wahrscheinlich sauer aufstoßen. Ich werde's wahrscheinlich vergessen, wenn ich nach dem Stream schneide. Ich erinnere dich dran. Ich weiß... Es ist auch jetzt nichts... Ich meine, ich hab da... Es ist jetzt auch nichts Illegales passiert. Hm, technisch gesehen. Nicht von meiner Seite aus. Ich hab alles getan, was dagegen... Wenn da irgendwas im Chat zu sehen ist, muss ich das rausschneiden. Aber das, was wir drüber geredet haben, ist da... Ähm, hey. Bist du Phil? Ich will dir aus dieser Misere helfen. Da wird immer noch Piraten nicht angreifen. Puh, wie geht's dir denn sonst so? Was gibt's sonst so aus der Nazi-Code, über die wir schreiben können? Oh, da ist Level. Uh, neue Waffe. Level 28. 442 Schaden. Heißt, du kriegst jetzt die ganzen guten, ne? Nein, ich geh nur auf Claymore, auf zweihändige Waffen. Die machen halt viel Schaden. So, was leve ich denn jetzt mal auf Stärke oder Geschicklichkeit? Was soll ich denn machen, um jetzt mal ein bisschen kritischer Schaden? Ja, genau. Ich geh immer auf Verwechslung zur Stärke. Moment. Der Kerl klingt auf jeden Fall richtig böse. Das wird wegen Automot nichts... Sei doch nicht zu voreingenommen, Valentine. Seine Stimme sagt doch nichts über seine Persönlichkeit aus. Ja, der Automot hat's zum Glück jetzt. Ja, das ist deswegen... Das war nicht. Okay, okay. Das wollte ich gerade erklären, bevor du hier so eine Riesenwelle gemacht hast. Hörst du, ich hatte in meinem Leben schon so viele Probleme. Alles klar, holen wir diesen total vielleicht nicht bösen Typen da raus. Halt! Was soll das? Nein! Nicht! Wer bist du? Ich will nicht! Phil! 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 Du bist auf den helltesten Trick der Welt eingefallen. Ein Hebel, der wie ein Entriegelungshebel aussieht. Aber nicht. Ich mach dich fertig! Der helltesten Trick der Welt? Ja, der Entriegelungshebel, der aussieht wie ein... Oder so. Den gab's auch in Windows Gate 3. Den... Den Gnome an der Windmühne. Hast du den auch releasen tatsächlich? Den Gnome in Windows Gate 3. An der Windmühne. Da gab's einen Schalter, den... Da gab's zwei Schalter. Einmal den loslassen und einmal den... Ja, der hat dann auch in die Stadt geschossen. Ich hab's beim ersten Mal einfach ohne... Unwissenlich beim ersten One... Habe ich den einfach befreit ohne den zweiten... Ich hab die zwei Schalter gesehen und einfach den richtigen betätigt. Obwohl ich dann... Das ist einfach... Unwissenlich... Das hab ich erst beim zweiten One gemacht. Aber dann mit Absicht. Warum jetzt? Der Gnome ist doch okay. Der ist eine von den nicht furchtbaren Personen in dem Spiel. Ich muss leben, um zu ernst zu sein. Glaube ich. Weiß nicht, ob man ihn nochmal trifft. Ich glaub nicht. Mir ist zumindest nicht aufgefallen. Ich hab ihn nur cool gesehen. Die Karte zeigt nur, wo die Stadt hier ist. Dann solltet ihr einen Einheimischen fragen, was? Wie war denn... Wie war denn eigentlich so dein Tag, Fangy? Dein erster... Dein erster Juni. Der ist dann... Wer war bei dir so groß? Ich sterb hier grad mal wieder. Entweder ein K. oder eine Hino... Nein, ich bin tot. Pinguin liest gerade den Verfassungsschutzbericht zur Einstufung durch, okay. Interessant, engagiert. Er oder sie will doch wahrscheinlich nur, wenn er oder sie jetzt ins Gefängnis kommt. Also du kommst jetzt nicht dafür ins Gefängnis, dass es das da ist. Nee, aber 100.000 Geldstrafe sollten schon drin sein. Hör nicht auf, Mordi. Es wäre zum nächsten Mal schön, wenn sowas so hart durch Strafe drin würde. Und? Ja, Unwissenheit schützt zur Strafe nichts, aber bei ersten Fällen und so weiter. Selbst wenn sowas mal beschreibt wird, ist kein Richter der Welt nachweislich. Wobei doch, wenn der Richter zufällig eine homosexuelle, dunkelhäutige Charon ist, dann schon. Wahrscheinlich. Ich glaube, dann sind die sehr empfindlich. Ja, aber wir müssen uns entsprechend verhalten, also piratisch. Zehn bis zwanzig Tagessitze. Dann machen wir einen Spendenaufruf für dich. Heißt du bestimmt irgendwas kriegen? Da gibt es irgendeinen Fein, der dafür zu Unrecht beschuldigte. Das geht kaputt. Im Zweifel bei der AfD-Nachfragen-Lieb kennen sich mit sowas aus. Wieso bei der AfD? Die kennen sich doch mit Sicherheit auch aus, wenn jemand wegen sowas angezeigt wird. Wäre auch lustig, wenn die versehentlich dann jemandem helfen, der nicht deren Einstellung teilt. Mehr für die Sense. Das machen sie. Ich glaube, irgendwas zu... Ich weiß, irgendwie die... Hat nicht irgendwie die... Kriegt nicht irgendwie die Partei unter anderem Gelder über die AfD... Durch die von der AfD. Also, über die Parteienfinanzierung wie da... Ich weiß, was einfach keiner hinterfragt bei denen. Nika-Fragen, das können die nicht. Und was war da... Ist es spät? Willst du wieder... Willst du wieder über russische Cartoons reden? Ja, Nuparee, die ist ein sehr guter Cartoons. Den muss ich mir mal angucken. Meine Mutter bringt es mir mit. Und denkt dann, ich habe den Play-Nachfragen-Dragons-Cartoons geschickt. Den müsst ihr auch mal sehen, der ist fantastisch. Ja, vielleicht habe ich heute auch noch ein bisschen Zeit. Ja, da kannst du so viel Wunschwünsche in deine Kampagne mit einbauen. Das glaubst du nicht. Allein den Dungeon Master als Charakter im Spiel zu haben, ist halt... Ja, das ist safe. Das ist da. Als unverlässlicher Gott, oder? Das. Nein, nein, der ist in der Glitter-Charakter. Da ist doch der irgendwie nicht für 20 Mark war. Das ist sehr lustig. Und wenn du ihn tötest, geht einfach die Welt sterben. Das Spiel endet. Du hast einfach den DM getötet, das Spiel ist vorbei. Ich habe tatsächlich mal überlegt, dass ich mal einen Warnock mit diesem Dungeon Master das Spiel spielen möchte. Und wenn du ihn gesehen hast, der ist wirklich, wirklich unfassbar dumm. Das wäre halt wirklich, du bist... Es ist aber irgend so ein Geomagier, der einfach auftaucht, wenn es nicht so ein Gratschläge gibt. Dich selbst einfach als Charakter einbringen. Und wenn dein Charakter getötet wird, ist einfach... Verlässt einfach den Boys fertig aus. Du bist getötet, bist droht, das Spiel ist vorbei. Der DM getötet ist ja viel Spaß jetzt noch. Und dann tauchst du einfach in der Kamera mit einer Perücke auch wieder auf. Und auch weiter. Du wirst mit der Flut rausgespült. Ja, aber es kann schon viel machen. Mach ne Wurz, du! Ich kenne leider nicht so viel. Was gab es noch so für Kindheitsserien nicht da? Aber generell, was hast du im Frühjahr so gerne geschaut? Oh, verdammt, blöder Roboter! Dann halt die Fresse und lass die anderen nachdenken! Mal ein Schalterrätsel. Sag du mal, Penguin, was war so? Nicht einfach mal als Penguin. Was waren denn so deine... Was waren denn so deine... Was waren denn so deine Kindheitsserien und Helden? Wenn es doch nur ein Bild in der Nähe gäbe, dass... Die Lösung offenbart! Halt die Fresse! Wir schaffen das! Jetzt müssen wir nur noch dieses Zertifikat der Nicht-Boshaftigkeit finden. Aber ich traue ihm immer noch nicht. So, stimmen Sie! Die Simpsons. Ich habe ihm keine super böse Stimme gegeben. Das war's gut! Ja gut, es läuft auch schon 35 Jahre oder wie viel, wie lange das... Es läuft schon länger. Ja, das habe ich früher auch tatsächlich sehr gerne geguckt. Spongebob war ich... Das Spinnstift. Das ist nicht die große Pause. Das habe ich leider nie geguckt, aber ja. Es war gut. Es war lustig. Mordi. Mordi, Mordi, Mordi. Kommt dir dieser Raum hier irgendwoher bekannt vor? Wo wir gerade drin sind. Ich habe gerade Flashbacks. Ja, dann ist es wahrscheinlich Monkey Island. Nee, nee, wir waren hier auch schon mal in Borderlands 3. Was? Gab es mal ein Level, wo war das? Ich glaube, das war ziemlich nervig hier. Oh, der Kinderraum! Ja, der Kinderraum hier mit den Tüchstieren hier, die hier drin waren. Oh nein, nicht der Raum. Wir haben sie wieder verwertet. Mit der Raum hier. Schnell weg, bevor irgendein Kind anfängt mit hochgepitchter Frauenstimme zu reden. Ohne Wolfsech den Talent. Ich bin erst 29, sagt er. Ich bin 27. Ja. Und Mordi ist 18. Keine Ahnung. War immer irgendwie 3, 4 Jahre jünger als ich. Ist auch immer noch so 23, danke. Komm, das macht in unserem Alltag keinen Unterschied mehr. Aber 23, du bist... Du wirkst auch irgendwie schon wie 32 oder so. Das ist halt irgendwie schon... So leicht kann man mich nicht unterhalten. Du wirst doch immer noch 10 Jahre älter als... Ja, danke. Das wird mir von allen Seiten gesagt. Das machte sehr wenig auf mich. Was? Hast du ein super gruseliges Versteck für Bösewichte erwartet? Oh, ähm... Nein. Du hast halt auch einfach schon die Runde vom Rasen-Mentalität. Das ist halt... Ich habe es nie gelernt in meinem Leben. Siehst du? Siehst du? Das sah super böse aus. Hältst du immer noch daran fest? Wenn du halt von allen Seiten immer nur... Reingefixt kriegst, dann ist er halt... Irgendwann auch vorbei. Aber dafür dienen wir dich. Das ist eine Lüge. Stimmt. Oh, wie geht's weiter? Ein Würfel. Ziemlich obvier es da liegt. Je mehr Würfel, dann ist das eine Falle. Ich sag's ja, ist eine Falle, ist nur scheiße. Wie mein... Wie mein erster NPC in... In meiner DIN-Di-Kampagne, den sind die einfach auch die ganze Zeit verdächtigt. Der betrügt uns safe, der betrügt uns safe, der betrügt uns safe. Da haben sie dich ein bisschen verarscht, glaube ich. Uh, 639er Waffe. Ich habe einen Knüppel bekommen. 200... Nein, 226. Ich habe eine ziemlich... Ich habe ein Kinderspielzeugpistoda. Meinst du, das Kauspielzeug, die ist gar nicht so schlecht? Arschgeroll, da ist er, sie wieder. Großes Arschgeroll. Ich habe die gerade vorm Spiel. Ich hätte das übersehen. Keine Ahnung, sollen wir die... ...wiederholen oder so? Und Skinpaket. Ein Dialog kam. Wir haben aufmerksam einen Chat. Wir achten nicht auf die Untertitel. Das ist dann... Und ja, die Untertitel sind ja etwas buggy, weil der Host dieses Ding... Mein kleiner Stellverträger-Torbringer... ...und ich habe alles irgendwie bugged. Es läuft gerade relativ... Im Moment läuft es relativ gut, ja. Ich will es nicht jinxen, aber ja. Du hast es gesagt. Und abgestürzt. Finde Phil. Ja, was auch immer wir mit Phil zu tun haben. Schöne Produktionsmittel. Ja, naja. Zeit, den Gefallen zu erwidern. Ich brüch mal Heilung. Zu spät. Cool. Hättest du nicht früher sagen können, dass du Heilung brauchst? Ne. Das wäre ja langweilig. Es beginnt von Neuem. Hä, wo bin ich denn jetzt gerade gespawnt? Ja, da halt. Du bist irgendwo da gespawnt. Ich will es auch nicht jinxen, aber ich glaube, Dinge werden langsam gut. Ja, ich habe heute auch wieder jemanden im Chat. Gestern war jemand im Chat. Uh, das ist nice. Dinge sind gut. Jetzt, was ich gesagt habe, wird nie wieder jemand im Chat sein. Ne, du hast das jetzt für ein Jahr ruiniert. Wir hatten abgesehen von dir auch tatsächlich ein oder zwei Leute bei der Horde im Chat. Das war nice. Dann muss ich halt den Follower-Modus reinhauen. Dann war es nicht mehr nice, weil... Hey, Arschbots auf Twitch. Quasi. Oh, das ist nur, weil ich sie alle selbst zu tot geschickt habe. Sie hatten keine Chance gegen mich. Zumindest war das schon entspannt. Dann kann ich dich ja reinlassen. Aber ich rate dir, diesen Schielauge-Film nicht zu verteidigen. Der Freak ist noch fieser. Ob die Zeitung die Jungen da hat, hat ein Skin ergeben? Bitte? Bitte? Hier lag eine goldene, löschende Zeitung rum. Ich habe es angekickt, dann kam es Skin raus. Ich komme. Moment. Da liegt es bei dir auch noch da. Ich renne. Ja, da liegt ein Skin. Habe ich noch nicht. Was für uns Skin? Ein Banner. Ein Banner. Ein Zeitungs-Banner. Und schon ist... Und schon ist fängig wie ein Lörg. Danke für den Lörg-Support. Auch Lörg-Support. Wird es wirklich... Ich merke auch immer, es ist wirklich... Also bisher... Es ist nicht so, als hätte ich keine Zuschauer. Es sind so... Es sind immer so zwei, drei Leute da, aber die nur... Ich habe mir es halt gestern genommen. Ich habe es gesehen. Ich mache die Hauptsache wieder an. Klingt es mal so. Die meisten Wirken... Die meisten Wirken... Ich meine, alle Mörg-Racher... Was auch völlig normal ist. Wirk-Support ist auch ein gutes Support. Das sehe ich genauso. Ich verstehe es völlig. Ich bin gestern bei Leuten, wenn ich immer aktiv im Chat sein kann. Pukki! Das Vieh soll einen alten Ballsbruch! Wo kam das Ding denn her? Ich habe da eine Theorie. Magst du sie den anderen auch verraten, Fred? Nein! Sehr hilfreich, danke! Dafür ist das dann... Wir müssen gleich mal die Quest fertig haben, doch mal... zum Hafen. Da muss ich nochmal... Ich muss nochmal den Skin... die ganzen Skins nochmal... äh... Wir wollten nur noch die Quest machen... und dann... äh... Das war ja nicht ganz klar, die Quest so dermaßen lang ist. Ja, ich wundere mich auch, dass wir noch beschäftigt sind. Noch ein Hinweis, dass meine Theorie richtig ist. Ja, ich auch. Und dass wir Spaß haben, vor allem. deine Theorie zu teilen? Nein, bin ich nicht. Ja, es ist mal jemand im Chat da. Das ist doch da... Da muss man Spaß haben. Ja, da fällt sehr viel Anspannung von einem, weil man nicht mehr versuchen muss, kampfhaft irgendwie lustig zu sein. Was ironisch ist, weil dann sollte man erst kampfhaft versuchen, lustig zu sein. Du versuchst, lustig zu sein? Wenn keine Leute im Chat sind, natürlich. Ich muss doch dem Äther... dem nicht eine gute Unterhaltung bieten. Ich glaube, ich bin jetzt nicht heim mit meinem Zauberstab. Ja, uh, hier greife ich. Seid am unflieg und sieg. Das ist eine sehr launische und treulose Generation. Ein Schrapnel geschenkt. Mach eine Wohnstour. Abziehen. Ich bin für die Erden zuständig. Nicht du! 2 Lego, ich habe Maximalabschluss. Ich müsste doch wieder 3, 3 Lego, ich 3 Lego, ich 3 Lego, ich bin ja für mich. Ich bin jetzt Viertel 30. Und ich habe das Viertel 30 angenommen. Ich bin Viertel 28. Ich muss zugeben, ich brauche deine Hilfe. Ich habe hier ein paar Kämpfe. Naja, alles gut. Die können doch nichts. Oh, eine Waffe mit Es gibt 387 Schaden Mir egal, ich kämpfe sowieso nur noch mit Nahkampf gerade Besser als die Schaden Das ist eine Sniper Na gut, dann ergibt der Schaden auch schön Meine Abwechslung Keinem alten See mehr umbringst du In den neuen Wandel der Leichten Du bist nicht seetofflich Willkommen zurück, Penguin Ich behaupte einfach mal, dass wir die Mörke in dem Zeitpunkt waren keine Joke Und was? Würde ich zumindest vermuten Nächstes kurz Essen holen gegangen oder so Bis später, Tom Dann war es komödiantisch sehr gutes Timing Komm herr, du scheiße Wie oft Wie oft gehen die Leute Wie oft gehen die Leute bei dir Essen holen In der Runde In der Runde Und wie oft mitten im Kampf Private sie in die Runde Wenn es hochkommt Einmal alle zwei, drei Sessions Stream Runde bisher noch gar nicht Weil die Leute sehr committed dafür sind Ähm City of Mist Alter, ich werde hier mit dem Seebe abgemetzelt Alter, ich hasse sowas nicht Ich muss kurz mit den Hunden meiner Ättern rausgehen Ich mag sie nicht, sie möchte mich sehen Aber ich muss es trotzdem tun Ich hatte Ich hätte jemanden, der geschlagen Zehn Minuten lang In der ersten Session Während des Kampfes AFK gegangen ist Einfach Wir haben den Kampf dann im Fronin weiter gespielt Haben wir einfach gesagt, sie steht da rum Und der kassiert jetzt Schaden uns Scheiß drauf Das haben wir in der Runde, wo ich spiele Ab und zu mal Aber das ist auch wirklich Einfach AFK steht, geht mit einem Kampf Hab ich gesagt, da scheiß drauf Und ich muss fragen, ist der selber schuld Ähm Der darf nicht angreifen Wird halt einfach Wie rumstehend Ja, wie gesagt, das haben wir in der Äh, in der Dingens, in der Runde, wo ich halt Spieler bin In einer von den beiden Aber da Da ist auch drauf geeinigt worden Ja gut, wenn der Spieler halt nicht da ist Dann nimmt man die Dodge-Aktion Weißt du Es scheint, als hätte Phil diese Totems platziert Um die Piraten vor den Monstern zu schützen Genau das war meine Theorie Ach, war sie das? Wirklich? Oder behauptest du das nur, nachdem ich es herausgekunden habe, um verdammt schlau zu tun? Ich brauche deine Bestätigung nicht Viele Gegner, ja Egal Die Beweise sind zerstört Wir müssen nur noch hoch zum Gefängnis, um unseren Klientist zu verteidigen Ja Ich brenne und sterbe. Sie stirbt und brennt. Das nennt man wohl, der brennt. Die brennt. Werben und brennen sind verletzt. Ich lösche Sie sind nicht mehr und nicht mehr. Nicht mehr. Ich bräuch' mal Heilung. Nein. Ich bin gerade mit. Ich brauch kein Hütter hier. Lass mich mal auf den letzten Atemzug. Ich habe ihn gezauberst, er hat zu. Das macht echt klinischen Schaden. Bei ihm nicht, aber... Der Himmel fällt heran! Eine beherzte Rapperei ist gut für den Blutdruck. Was ist jetzt gerade passiert? Ich bin in ein explodierendes Fass gelaufen. Du bist vor meinen Augen. Ich darf noch mehr Todeswünsche erfüllen. Oh, 400er. Ich habe eine 400er Nahkampfhaft bekommen. Sie ist nett, ich habe eine 480er, glaube ich gerade. Das ist mein Zauberkampf. Ich hätte gern wieder das Schwert von der Benchy, das war ziemlich cool. Vielleicht gönne ich mir das später noch. Aber die ist ein super nerviger Bosskampf. So, geh jetzt weiter, Moni. Ich weiß. Hey, zurück und keinen Schritt weiter! Du hast hier nichts zu suchen! Oh nein! Also, äh, danke, dass du diese Totems beseitigt hast. Aber hier haben nur Piraten gefangen, ne? Piratenwärter, Piratenrichter und Piratenanwälte zutritt. Nun, ich bin Piratenanwalt und möchte viel verteidigen. Ich habe eine Zulassung und das alles. Du bist Piratenanwalt. Oh, nach Schölen! Verzeiht mir eure Ehrbarkeit! Wenn das so ist, darfst du passieren! Oh, na dann, wir Glückwunsch! Deshalb haben wir das ganze Zeug geholt. Du wirst es brauchen! Der Kerl ist böser als Bösbärs, der böse Herr des Bösen! Soweit ich Churl Pinbreaker heiße! Und so heiße ich! Warum ist denn die Quests besser als die Hauptquest? Ist das keine Hauptquest? Nein, das ist irgendeine Sidequest! Oh je! Das ist halt eine von den Gebiets-Sidequests, so wie die Bohne auch gewesen. Eine ziemlich große hier. Die dauert auch mal noch an. Ja, die ist so DLC-größer. Die DLCs machen wir dann auch noch am Ende. Schaffen wir das heute noch, oder? Ja! Die Quest werden wir auf jeden Fall schaffen. Ich glaub da müssen noch hoch. Ich muss erstmal hier die Piratenbrot machen. Vor allem gerade ist hier. Ein Opfer mehr für den Seelenturm. Ich hab schon wieder ein Meisterschwert. Das ist ein Wiener ein Legendäres. Ne, nur ich hab ein Meisterschwert wie... Hat nur 100 Schaden, aber... Wie du hast wie links, war's doch schwer zu. Ach so, okay. Äh, heute sind noch 24 Minuten. Ich glaube wir schaffen das in 24 Minuten. Meister? Das war schon damit gemeint, ja. Keine Milchzone. Keine Milchzone. Äh, da kommen noch mehr Todgeweihte. Blei in deine Brust! Äh, da. Ich bin hier schon wieder gekillt. Ich bin hier schon wieder gelaufen. Du magst doch Schmerz. Wie kommen wir denn da oben ran? Springen. Wir nutzen die Lehrkraftwerk. Du musst ja erstmal Piraten töten. Jetzt wird was leben und später wieder auf. Ich hab grad gemerkt, dass ein... Während dieses Screams heute, dass das Piraten... Das Piraten gerade, die... Die Lösung sind's, die... Die ein Plothole in meiner... In meiner D&D-Kampagne schließen. Moment, was? Die Piratenpartei, oder was? Nee. Einfach Piraten. Und zwar Zwergeschein. Willst du Kreis berechnen, oder warum musst du Piraten? So, danke fürs Zuschauen, das war's heute mit... Und fürs Mitspielen, Moni. Wir sehen uns dann nächste Woche vielleicht nicht. Immer wieder gern, dafür bin ich bekannt. Alter. Ich bin schon wieder am sterben. Wie hab ich gespawnt? Aha. Alter, meine Fresse! Ich geh schon wieder... Ich bin... Ich bin... Ich bin schon wieder abgemetzelt. Ich bin weggerannt. In einem Kampf. In einem Kampf. Ich bin gestorben. Eine Entspiel hat der Gegner noch gehabt. Ich hasse es. Suchen wir unseren Klienten. Vielleicht steckt er noch in dieser Kiste. Aber du hast die Kiste irgendwie geschafft. Ich bin... Ich bin weggerannt. Ich hab die gespawnt und hab sie dir überlassen. Sehr schön. Und was? Wo bin ich? Wieso bin ich hier? Ich bin runtergeschubst worden. Wie komme ich wieder hoch? Springen oder sterben. So wie meistens in diesem Spiel. Hätte ich... Das hätte ich von einem Björn-Banane erwartet. Aber nicht hier. Aber von wem. Sagt mir auch nichts. Aber er wirkt sympathisch, wenn er solche Witze macht. Sie. Oder sie. Schau her, du Freibäucher! Björn-Banane. Er ist doch nicht... Er... Er, Er... Er... Das wäre Bernd das Brot oder... Und dann läuft, lade ich... Es ist... Jetzt fällt mir gerade ein, wenn wir in einem Multiversum leben, gibt es irgendwo ein Universum, mit dem wir... Björn-Banane statt Bernd das Brot haben. Bestimmt. Das ist der Dummste. Das ist der Dummste. Gut, muss man also nicht kennen. Vermutlich nicht. Ich mach nur sehr gerne sehr schlecht Gewicht verwendet, wenn es spät wird. Guter Schlag. Danke. Besser, wenn man den Brainoid nicht kennt. Ja. Ist manchmal wirklich so. Nice. Gott, hier Meister. Wie viele von denen sind denn jetzt noch hier? Ich weiß nicht. Ich hab so eine Erinnerung. Ich bin irgendwo hingekommen. Ich glaub der friert oder was? Ja, das ist immer noch mein Tornado. Der bringt auch Gegner zum Frieren. Jetzt wird jemand meine Zauber spüren. So kommt man da hoch. Ich werde dir ins Achter wegtreten. Keine Munition mehr ist doch gestisch. Deshalb hab ich die Fähigkeit, die mir Munition wieder gibt. Hab ich leider nicht. Heute hat er mich gefragt, ob ich immer noch normal sein will. Ich weiß nicht, das ist einfach in Sporensucherdinge. Als ich das bejahe, erzählte er mir von einem Ritual, das uns beiden zu dem wichtigsten Wunsch erfüllen konnte. Wie Sporentoiden sind die Beste. Ich dachte doch, was ich auch gut stößt. Ich dachte, was ich auch gut stößt. Keine Ahnung, ich bin runtergesprungen. Keine Ahnung, ich bin runtergesprungen. Wie meinst du, wir schaffen das Level heute noch? Wenn wir den Weg finden, ja. Erstmal müssen wir die Piraten besiegen. Wir können doch einfach weiterlaufen. Dann fängst du in den Weg. Ich gucke gerade. Ich bin gerade hier runtergefallen und ich laufe jetzt. Ach Gott, dieses Meme, das gab's auch schon. Erinnere mich nicht an... Erinnere mich nicht an Ugandan Knuckles. Wir reden nicht über diese Person, Personen, VR-Chat. Wir reden nicht über VR-Chat. Das war eine seltsame Zeit. Mav, der spielt das immer noch regelmäßig. Er ist nicht da drin! Er ist weg! Verdammt! Sie haben ihn wohl schon ins Gefängnis gebracht. Wir müssen ihn aufspüren. Dann müssen wir wohl rausfinden, wie wir da oben sind. Was macht der eigentlich? Geht's ihm gut? Der ist jedes Jahr bei mir im Silvester-Special dabei. Nein! Wackelige Plattformen an der Flücke! Deshalb frage ich. Statt seinem Rennenauftrag im Discord keinen Kontakt mehr. Leider. Ich frage den dann immer, ob er Zeit hat. Und er hat Zeit an Silvester. Dich frage ich auch jedes Mal wieder. Aber du hast jedes Mal wieder kein Zeit von Silvester. Ja, ich verbringe meine Zeit damit besoffen zu sein, wie jeder gute Deutsche an Silvester. Und ich seh den so zwei-, dreimal die Woche VR-Chat spielen. Was dann irgendwie das da... Das ist wahr, das tue ich auch. Ja, Marv, der ist irgendwie immer... Der ist immer VR-Chat spielen. 100 Meter ständig einer der Chef-Entwickler mittlerweile da ist. Was redest du denn da, friend? Ich bin nur Meta. Du bist nur Schreck. Das würde einiges erklären. Ist zwar kein Herz, aber es wird rein. Was willst du denn? Wenn es sind schon wieder Piraten hier, das ist meine Fresse. Alles ist Piraten. Du darfst heute Abend alle Knobel haben. Deine Mutter ist Piraten. Nein! Die wäre zu Recht um Piraten zu werden. Oh, in der Tat! Manchmal mache ich mir einfach eine Tür, wenn ich keine finde. Echt? Wie heißt dieser Zauber? Nein, ich meine mit einer Explosion. Du bist nur ein einfacher kleiner Mann, oder? Ich bin nicht klein. Okay, ihr seht eine Kanone. Wow. Du kommst uns echt entgegen, was? Tja, ich wollte nicht, dass ihr festhängt. Festhängen? Das habe ich aber auch jetzt in der zweiten Session gemacht, wo ich dann wirklich... Wo ich denen ein bisschen zu sehr geholfen habe. Können wir die Sache jetzt transportieren? Guck mal, ihr habt's dort ein... Gebt ihr das? Ihr habt das? Ihr habt das? Das? Ihr habt hier theoretisch ein... Ein Artifischer, der vielleicht Sachen machen kann, die da... Ja. Wir müssen noch unseren Klienten finden. Also, ich habe mir die Statuten des Piratenrechts durchgelassen. Ja, ich habe meine Spieler nicht von der Queen of Air and Darkness tötet lassen wegen dem Spiel. Motti, wusstest du... Motti, wusstest du, dass die Basis auf Arabisch Al-Qaida ist? Ja, klar. Du... Aber die Basis, das ist ja... Pfff... Das ist... Das ist die Corona wegen einer Partei. Ja, das macht das Ganze doch so unterhaltsam. Und traurig. Ich dachte, das wäre die Klagehäuse. Motti wollte diese Gesundheitsvorschutz-Partei wählen. Diese... Du bist 800 Jahre alt werden. Ich meine, wütig, wenn die sich darum kümmern würden, aber... Nee, ich will... Ich will... Es ist dann... Willst du wirklich so lange leben? Das ist... Oh Gott, das wäre doch mehr... Das ist... Ich will mit... Ich will gerne... So viel menschgemachten Horror und... Und... Ich meine, das wäre doch auch irgendwann... Das wäre doch auch scheiße. Dann ist doch... Irgendwann ist auch vorbei. Jetzt ist... Ich meine, das ist dann... Ich habe keine sozialen Kontakte. Ich will gerne... Nee, und einfach... Ich meine, es gibt die Leute, die werden 120 oder so. Das ist... Ich meine, das ist dann... In irgendeinem Alter wirst... Ich meine, du bist dann auch zu nix mehr zu gebrauchen. Du kannst ja nur noch... Nee, komm, du. Das wird niemals langweilig. Wie gesagt, wenn die Gehirnkapazität da ist, ich... Ich sehe dich schon, als der Typ, der irgendwie... Immer bei dem katastrophalen Event mit dem Motivbruch steht oder im Rollstuhl sitzt und alles aufschreibt. Was passiert? Ich will... Ich will... Ich will nicht... Ich will nicht 100... 800 Jahre alt werden. Oh man... Ich nehme auch noch nur die Profis daran. So ist es nicht... Ich meine, auch wo man topfit bleibt und wenn man wirklich... Sagen wir mal, man ist absolut... Man bleibt auf seinem Jugendlevel und so weiter und man ist dann... Der Flair gibt da auch... Der hat bei mir kein großer Unterschied. Aber man hat auch... Man hat doch irgendwann genug Scheiße gesehen und irgendwann ist dann... Auf dieses Level habe ich längst überschritten. Irgendwann, also es ist dann mit, ich hoffe nicht, dass ich 120 werde oder so, dass das dann irgendwann mit 80, 90 Jahren nochmal abgebellen darf. Irgendwann ziehe ich dann irgendwo aufs Land, auf einem schönen kleinen Wörtchen, wo sich jeder kennt und wo ich dann, dann setze ich mich in meinen Schaukelstuhl und so und... Machst dasselbe wie jetzt auch, sitzen... Schwächt die Kinder vom Rasen und dann ist dann irgendwann... Wenn ich alles im Leben erreicht habe, dann sterbe ich dann. Du wirst im Leben nicht alles erreicht haben. Alles was nötig erreicht, sag ich mal so. Also überleben. Also wenn ich Level-Kammelflash erreiche, dann will ich auch nicht älter werden. Irgendwann ist dann auch so... Alle, die dich gekannt hast, gestorben sind... In irgendeinem Alter lernt man auch keine Leute mehr kennen, das ist dann... Ich meine, sie ist halt meine Oma, die ist jetzt auch schon dieses... Weißt du, wie alt ist die geworden? Ja, aber du musst halt auch deren Mindset bedenken. Die hat halt wahrscheinlich nur für ihren Ehemann gelebt und das ist auch gut. Ja, aber die hat dann... Die hat auch schon den zweiten Weltkrieg noch miterlebt. Die ist dann schon... Es ist auch... Es ist irgendwann... Ja... Irgendwann hast du die Welt erlebt und hast dann... Ja, aber wenn du halt... Ich meine, die... Die Marmeladen-Oma ist auch... Die Marmeladen-Oma ist auch schon 92 oder 93, wie alt ist die jetzt geworden? Die ist da... Ich meine, ich... Ich meine, Güte, ich... Ich hoffe, dass die Marmeladen... Marmeladen-Oma noch... Die soll noch... Die soll noch... Die soll noch 120 werden, aber... Die ist hier... Der geht's gut. Die ist wirklich... Die ist... Die ist... Die ist... Die ist... Und die... Der ist... Der fit ist nicht mehr ganz so... Die... Bekannt sich auch schon, dass sie nicht mehr laufen kann, aber... Okay... Wie lautet dein Plan? Was hältst du davon, wenn ich... Ich will das noch lange gut geben? Nein! Zeig einfach das Zertifikat und sag ihnen, dass ich ein netter Kerl bin, der nur helfen will. Irgendwann... Also sterben ist eine Sache, die zum Leben dazugehört und... Nicht, wenn du sich verhindern lässt. Allwegs ehrenhafter Richter Boll hat den Vorsitz. Wenn ich... Da bin ich anderer Meinung. Es ist... Ja... Es sterben ist auch die... Eine bestimmte Punkt. Ja, ich glaube, da gehen unsere Meinungen sehr stark auseinander. Ich würde darauf verzichten, wenn ich die Wahl hätte. Danke. Ich meine, wenn du wirklich... Ich meine, ich... Es klingt auch vom Zustand ab. Also wenn du wirklich... Auch wenn du dann... Wenn du irgendwann alt und... Auch wenn du jung bist und nur noch Schmerzen hast und was dann irgendwann... Ich habe hier ein königliches Zertifikat. Bei der Diskussion hatte ich schon öfters beim... Bei der Diskussion hatte ich aktive Sterbehilfe Sachen. So würde ich dann mal sagen, wenn du nur noch... Abgelehnt! Du bist dann wirklich nur noch von... Nur noch Schmerzen hast und nichts mehr tun kannst. Nur noch deine... Durch den Stroharm ernährt hast. Dann würde ich sagen, dass du dann irgendwann... Irgendwann... Irgendwann ist auch dem... System nicht mehr... Nichts mehr wert. Ja, da bin ich der Meinung. Lange genug überleben, damit man den kaputten Kram ersetzen kann. Punkt. Egal ob dann... Anführungszeichen... Nichts mehr übrig ist. Sterben. Sterben ist doof, aber manchmal nötig. Sagt ihr bei... In so einem Chat. Bei manchen Leuten wäre es besser, ja. Aber genau die halten sich. Ja. Wie so eklige eingelegte Gurken. Die schlechten Leute halten sie am besten. Die leben von Hass. Solange sie hassen können, leben sie. Und die guten Leute sterben viel zu schnell. Das ist immer so. Weil die viele Feinde haben. Das ist doch der beste Stelle, dass das Zertifikat, der nicht Wohshaftigkeit haltlos ist. Und ich will nicht sterben! Das ist eigentlich nur das Geheimnis. Du musst wohl von allem gehasst werden. Ich hab ihn gerade mal angeschossen hier. Meiner ist größer! Ein äußerst, hauler Zauber! Ich will an den Kampf begonnen. Ich weiß. Das hat es zu gut angeboten. Oh, ich bin wieder am sterben. Weiß ich sagen viele Kinder, mir gefällt deine Farbe! Wer ist denn meine Geheimnis? Keine Munson! Keine Munson! Keine Munson! Bis später tot! Das wird deine Säge! Lern, komm durch, nein! Oh, der Sniper! ja weil es so viel spaß macht dann musste ich mehr hassen herr frank fangen wir bei rosen kohlen rosenkohl ist furchtbar genau wie grünkohl als rosenkohl hast mich dafür aber ich finde rosenkohl lecker geht überhaupt nicht für mich grünkohl ist manchmal okay ein blumenkohl blumenkohl kann ich nein das ist mein blumenkohl ist rosenkohl mag ich und du wirst du holst das weiß ist rosenkohl die knolle ja so geschmeckt mir widerlich die falsche meinung dafür kann ich sparke absolut nicht essen ich kann es das wirklich ist wirklich merkwürdig ich kann also wenn ich sage ich kann es nicht essen meine ich das war wirklich also mein körper wehrt sich wirklich dagegen ich habe will ich versuche das essen ich krieg das nicht runtergestockt ich hab da wirklich ich hab da so ein das ist mein körper das ist ich krieg da instanten würgelreiz wenn ich das versuche zu ich kriege das physikalisch nicht unter der spargel das zeug ich glaube ich das zeug ich kann das nicht essen selbst wenn man mit vorgehaltener waffe zwingen würdest dass du es nicht kann dass dich mein körper würde mich mein körper nimmt das nicht auf das ist der wirklich instrument gefahren nötig abwerben aber dafür bin ich bin ich relativ scheinwitzend allem andern außer rosenkohl rosenkohl 29 die körpern der körper mit dem was für die quest bekommen oder sich nicht moment in der tana wir haben eine waffe bekommen ich bin auch noch mal auf der kann ist das die mit 271 schaden die möge ich bin ja ja bei mir ist die 361 mit 31 level wo ich habe eine 6 639 war schon lange wo ich die nicht ausgerüstet keine ahnung ja wir wissen dass man auch auf dps gucken muss aber wir mögen beide sehr wenige schuss und dafür viel schaden nur falls das im chat wieder aufkommt sparier ist okay sagt sie im chat ja es gibt glaube ich wirklich nichts was ich nicht halbwegs gerne außer anders auf pizza das so sagt dass es gibt es gibt die leute es gibt die leute die anders auf pizza nicht mögen und dann die leute die falsch liegen das dann es kommt auf den käse an mit dem du machst es gibt den normalen pizza käse nicht wenn du einen richtig ordentlichen kopf gehen mir weg dann geht das wissen 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 auch ein bisschen kiwi drauf oder was mit oder ohne schale ohne mit und ich löffel ist ich schneide es und es ist mit die löffel ist mit dem löffel aus der aus der schale raus ich mag sie wenn sie besonders haarig sind mein körper dient anders kategorisch ab das ist wie bei mir mein schweig das ist bei mir mittlerweile auch so ich reagiere stark auf das dass sie anfängt einen mund zu verdauen das geht bei mir körperlich auch nur noch haben was wollte ich gerade sagen wir haben noch über kiwis machst du machst du den vogel kiwis wie der schmeckt keine ahnung ich war noch nicht war noch nicht in neuseeland ich weiß nicht wie die bewohner da schmecken und das kunden ist wo war denn hier der schmied spieler glaube ich hier lang ist da drüben nein das hier ist einmal kronen das ist nicht der schmied auf genau falsch bin natürlich irgendwas grönes man die automaten sind hier auf dem hauptplatz zauberbuch bisschen mehr munition 506 nachts schaden ja ich muss auch mal gucken was ich so ein verlorener beute habe ja was gibt es noch irgendwelches essen was du sehr hast hassen ist nicht so wirklich oliven kann ich nicht so gut leiden ich esse das ab und zu im salat ist das ab und zu mal mit wenn es drin ist ich sortiere es jetzt nicht aus aber naja wirklich von mögen kann auch nicht die rede sein ok dann anders gefragt was ist das weirdeste was du aus irgendwelchen gründen ok findest zu essen ich habe früher als kind mal als als kind habe ich sehr viel bananensaft getrunken mit dem richtigen alkohol geht das nie einfach nicht mal unverdünnt einfach pur das ist das nicht einfach nur zucker ja das hat mir das kind wirklich sehr geschmeckt ist das dann kein ich deswegen bin ich heute fett wie nix ja das stimme ich zu bei mir ist wahrscheinlich nicht bananensaft sondern cola gewesen ich kann jetzt einen roten afro haben ja ich habe auch ein paar neue farben ich kann jetzt einen roten afro haben ja hier der Vase Mach ich mal wieder einmal auf P. Pink und Gold und Schlicht. Was mir zum Thema Essen einfällt, ich habe eine ganze Weile gerne diese fast vollständigen kleinen Oktopusse gegessen. Das habe ich auch noch nie gegessen. Solltest du sie, nicht schlecht. Das habe ich irgendwann aufgehört, als sie im Kreis angestiegen sind, sage ich mal. Was du mal, was vielleicht andere ein bisschen weird finden, ist ein bisschen, ich mache es ja diese Knackwurst, die mir gehen auf die Schnitte. Knackwurst? Eine Bratwurst? Ein bisschen vegetarisch zu reden, aber so zu leben und so ein bisschen da ein bisschen mehr auf, vom Fleisch wegzukommen. Aber Bratwurst ist halt irgendwie die Knackwurst. Nur Bratwurst nennt man sich. Also ich kenne diese Wurst im Glas, wovon ist auch eine Bratwurst. Nehmt, das ist das nicht, das gibt es in meiner Fleischtheke, bei so einem Ring gibt es die immer mit dem, was dann die, beim Kaufland an der Frischetheke. Ich war halt seit Jahren nicht mehr bei einer Frischetheke, beziehungsweise bei einer Fleischtheke. Das letzte Mal, dass ich Fleisch gegessen habe, war, als ich diese, äh, so eine mit Trüffel ummantelte Salami probiert habe. Die war nicht schlecht, das war jetzt dieses Jahr erst irgendwann. Aber brauche ich jetzt auch nicht öfter. Ja, aber es ist irgendwie, das ist... Ich weiß auch nicht, es schmeckt, es ist halt einfach mein Geschmack und es ist halt... Ich kenne da nicht. Du würdest was vermissen, wenn ich das... Diese Mission führt dich in die entlegensten Ecken der Welt, von der kritischen Kluft zu den Fummelfjorden. Äh, ja, die war hier gerade. Denn mein Ziel ist es, den Zauber der ultimativen Flamme zu wirken. Und dafür benötige ich nur die mächtigsten Zutaten. Glücklicherweise habe ich vor kurzem ein Runenbuch gefunden, in dem diese Zutaten im Detail aufgeführt sind. Ja, das machen wir dann beim nächsten Mal. Ja, machen wir auf jeden Fall beim nächsten Mal. Ja. Wobei, was bei mir noch probiert ist, ich esse manchmal rohe Zwiebeln. Ja, das ist das dann immer, ich habe immer die, da ich mir die Angewohnheit gemacht, wenn ich bin nicht mehr Zwiebeln irgendwo drauf, in Salat oder wenn ich irgendwo... Drei nehme ich, ich nehme dann immer, wenn ich das, wenn ich die Zwiebel halbiere, nehme ich immer den Kern dort raus. Also mal diese, 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 die den, so müsste man so das Innere, diese, diese, das so Knospenart hier ausziehen, so ein bisschen, und ist das so, dass man so ein bisschen... Weil es immer noch ein bisschen, weil es noch am wenigsten scharf ist und immer so fast so ein bisschen lustig schmeckt. So ein bisschen so, dass da... Ja, ich mache es halt immer so, wenn ich für einen Salat oder so Zwiebeln schneide oder auch fürs Brot, wenn ich das vegane Mette oder sowas habe oder Kochkäse... Dann würfel ich immer so drei Viertel von der Zwiebel und hau mir das letzte Viertel so zum Probieren, ob noch alles gut ist, in Anführungszeichen, einfach mal rein, so. Ja. Ist auch nur wieder Angewohnheit, aber macht man halt einfach. Jetzt habe ich Hunger bekommen. Auf der Zwiebel. Oh ja, auch eine Sache, die... Bei Kaufland gab es auch diesen Mix aus den... Also veganen und vegetarischen jetzt auch wieder weghören. Die... Da gibt es immer dieses Ost... Zu Ostern und Weihnachten gibt es immer an der Frischentheke auch immer dieses... Dieses Nest, dieses Ostereier- oder Weihnachts-Eier-Nest, dieses... Wo dann immer einmal Gelbwurst, irgendwie einmal Leberwurst, einmal Lionel und irgendwie diese... Sechs verschiedene Sorten... Wurst drin sind, aber die schmecken immer... Das ist also... Da mache ich... Da mag ich andere von... Ich bin normalerweise... Also lieber, was will ich nie im Leben irgendwie... Aus dem Gas irgendwie... Das ist nochmal... Weil die aus diesem... Ich schwöre, also aus diesem... Aus diesem Set, das schmeckt irgendwie anders. Das schmeckt irgendwie... Das schmeckt echt genial. Oder will ich nicht, dass man anders schmeckt. Vielleicht ja auch, aber es ist... Aber es wird... Es ist wirklich... Es ist das immer... Da ruhig immer mal zwei, drei Sets von... Und dann schnappelde ich die... Und die Feiertage rum... Verdammt... Süß... Danke... Und jetzt sag mal... So, na dann... Ja... Ich bin schon raus aus dem Spiel... Ja... Das mit den Wurstmesterns verstehe ich halt wirklich tatsächlich nicht... Ich mag diese ganze Brühwurst und den Kram, den habe ich noch nie wirklich gemocht... Ich weiß, dass das eine Schwäche ist und dass das schlecht ist, aber ich komme... Ich bin halt... Ich versuche es jetzt... Ich versuche es jetzt... Ich versuche auch da... Ich versuche es jetzt... Ich versuche es jetzt... Ich versuche es jetzt... Ich versuche es jetzt... Es gab mal vor... Drei oder vier Jahren beim Aldi... Zur Grillsaison... Gab es... So eingelegten Fleischersatz mit Marinade und so weiter... Der hatte eine perfekte Konsistenz... Der hatte einen perfekten Geschmack... Der war 10 von 10... Unfassbar gut... Den gab es einmal... Ja... Die besten Sachen werden dann sofort wieder weggenommen... Ja... Das ist so traurig... Ich suche seit Jahren nach dem Zeug... Ich habe es nicht mal online gefunden... Das ist so gut gewesen... Tja... Na gut... Das ist so traurig... Dass es das nicht mehr gibt... Weil dann hätte ich dir empfohlen... Probier mal den... Hm... Jut... Das war wahrscheinlich zu erfolgreich... Da hat man gesagt... Naja... Das würde hier den Leuten... Das würde hier auf dem Fleck geklappen... Das ist ja... Das können die machen... Ja... Und dann heißt es auch noch sowas wie Wurst... Und Wurst heißt ja einfach nur... Das das Fleisch und Darm sein muss... Könnten wir uns ja auch... Und die Suppen Wurst... Die ignorieren wir einfach mal... Oder die Kacken Wurst... Lass uns jetzt... Lass uns jetzt... Lass uns jetzt... Lass uns jetzt hier nicht auch noch rüber... Lass uns jetzt hier auch noch rüber... Aufregen... Ist dann da... Entschuldigung... Leute nerven mich halt ein bisschen nur... Ich trinke Hafermilch in meinen Kaffee... Die finde ich scheiße... Schmeckt mir nicht geil... Ich würde nicht auf Milch verzichten... Ich verzichte ja auf viele Sachen... Aber ich verzichte nicht auf Milch... Ich kann Hafermilch nicht... Ich kann... Erst recht Wandelmilch nicht... Die finde ich furchtbar... Ich finde es... Ich finde es super... Ja... Das ist halt wieder meine weirde Sache... Ich kann das nicht trinken... Ich finde das richtig scheiße... Es hat so viel Eigengeschmack... Das kogniert hier jedes Getränk... Und dann ist es so... So fucking wässrig... Und... Ja gut... Ich würde sagen... Ja... Wir hatten heute viel Talk... Ein bisschen Politik... Ein bisschen Essen... Sehr viel YouTuber Drama... Ohne dass wir es wollten... Ja... Aber im Spiel sind wir auch vorangekommen... Ja... Im Spiel sind wir gut vorangekommen... Ich fange jetzt schon an... Den Monkey Island Boss zu grinden gerade... Im Hintergrund... Aha... Du bist dann wieder... Du bist dann nochmal mehr Level über mir... Du bist jetzt schon... Du bist jetzt schon 2-3 Level über mir... Ich weiß... Das war lieber... Mach aus jetzt... Ich... Ich will zumindest eine gute Nahkampfwaffe haben... Außerdem bin ich fast Level 31... Das nehme ich noch mit... So ein Trick... Ja was denn... Dann bin ich halt maximal Level beim nächsten Mal... Und... Dann bin ich halt Mythos Rang 99... Passiert halt... Dann werden die... Dann werden die Gegner auf deinen Level angepasst... Und ich komme... Ich komme nicht mehr hinterher... Exakt... Das ist der Grund warum ich hier ständig sterbe... Weil du 3 Level über mir bist... Und die Level auf dich angepasst werden... Ja... Ja letztes Mal war ich 2 Level unter dir... Nächstes Mal bist du 5 Level über mir... So ein Trick... Hör auf zu spielen... Zehn... Mindestens 10... Hör auf zu spielen... Und ich hör auf mit dir zu spielen... Mann... Was... Apropos... Multiplayer-Plattform-Golf ist rausgekommen... Das sollten wir auch mal ausprobieren... Das sah lustig aus... Ja... Erstmal müssen wir das Spiel schaffen... Ja ich meine nur für einen Stream... Das habe ich beim Piz gesehen... Und das war... Das sah sehr lustig aus... Ja schau wir mal... Das ist wie die... Wie das Mario Golf... Wo du halt hinter deinem Ball herrennen musst... Und dich gegenseitig behindern kannst... Das ist... Das sah nach was aus... Womit wir Spaß hätten... Ich würde mal sagen... Heute... Es ist spät... Ich muss auch noch Abend protesten... Ich habe Hunger... Durch den Erzählen jeweils... Abendbrotter bitte... Bis nächste Woche... Du bist ruhig deine Fleischersatz... Fleischersatz-Mautaschen... Das habe ich heute schon gegessen... Aber das ist... Das... Ich verstehe es nicht... Das ruiniert doch den ganzen Zweck von den Dingern... Ich war noch dazu da... Um... Vor Gott zu bezügen... Dass man... Dass man Fleisch isst... Aus hier... Müsste ich aus dem Weiß schmeißen... Julia... Ich bin grad mit dem Bosskampf... So... Ich mach jetzt Schluss... Jetzt bin ich aus dem Weiß gegangen... So... Na dann... Ab in die Endcards... Dann schauen wir auch noch mal... Wo ich euch noch hinwenden kann... Machen wir das...